Tod im Friedenssaal Eine Kriminalgeschichte aus der Zeit des Westfälischen Friedens Gesprochen von Jürgen Kehrer Cello Lutz Wagner Prolog Der Mann rannte um sein Leben. Er war durchnässt bis auf die Haut, doch er spürte weder die Kälte noch die Stichverletzung am Arm, aus der Blut in den bauschigen Hemdsärmeln sickerte. Die Angst, die ihn erfüllte, betäubte alle anderen Empfindungen. Er blieb stehen und schnappte nach Luft. Ein dichter Regenschauer klatschte auf das Pflaster, verschluckte alle Geräusche. Wo war sein Verfolger? Hatte er aufgegeben? War er damit zufrieden, ihn verletzt, gedemütigt zu haben? Nein. Der Flüchtende wusste, dass der andere ihn umbringen wollte, ihn umbringen musste, bevor... Die Furcht packte ihn erneut. Wie gern würde er sich in einem dieser Häuser verkriechen, hinter deren Fensteröffnungen gelbes Öllicht flackerte. Dort, in den Domkurien, wäre er in Sicherheit. Aber würde man ihn, den Fremden, hineinlassen? Er rannte weiter, quer über den Domplatz. Nicht weit von hier befand sich das Tor, in dem zwei bewaffnete Männer den Eingang zum Prinzipalmarkt bewachten. In den verwinkelten Gassen der Stadt würde ihn der andere nicht finden. Er konnte den Morgen abwarten und um Hilfe bitten. Lieber die Schmach erleiden, als elendig abgeschlachtet werden. Rasselnd ging sein Atem. Er sah den erstaunten Blick in den Augen des Wächters, der mit einer Fackel in der Hand heraustrat. Der Wächter sagte etwas, das er nicht verstand. Der Flüchtende sprach schnell, gestikulierte mit den Händen. Ein paar Tropfen von dem Blut, das den Arm hinuntergelaufen war, spritzten in das Gesicht des Wächters. Erschrocken wich der Fackelträger zurück. Ein Surren, wie von einer verspäteten Mücke, lag in der Luft. Und dann spürte er einen stechenden Schmerz. Ungläubig blickte er auf den Pfeil, der in seiner Brust steckte. Er versuchte, ihn herauszuziehen. Noch als er tot am Boden lag, hielten seine Hände den Schaft umklammert. Kapitel 1 Freigraf Bernd Ketteler betrachtete den Polizeidiener mit der stillen Wut eines Mannes, der um seine verdiente Ruhe gebracht wurde. Er hatte am Abend ein gehöriges Stück Braten vertilgt und dazu etliche Becherwein gekippt. Jetzt saß er am Kaminfeuer, fühlte sich müde und schwer, und der einzige Gang, den er noch beabsichtigte, war der zu seinem zehn Fuß entfernten Bett. Nichts, aber auch gar nichts, verlockte ihn zu einem Marsch durch den Sturm und die Kälte des Münsterschen Winters. Ketteler nahm die Tonpfeife aus dem Mund und paffte eine Tabakwolke in die Luft. Eine Leiche ist doch nichts Besonderes. Fast jeden Tag liegt eine Leiche herum. Warum behelligst du mich damit? Der Mann ist ermordet worden, Herr Freigraf, sagte der Bootmeister. Na schön, Ketteler griff zu dem Zinnbecher, der neben seinem Stuhl stand und nahm einen Schluck Wein. Er ist also ermordet worden. Auch das kommt vor. Habt ihr den Täter gefasst? Nein, gab der Bootmeister zu. Hat ihn vielleicht jemand gesehen? Kennt man seinen Namen? Nein. Was soll ich denn deiner Meinung nach tun? Es ist dunkel, wie du bemerkt hast, und bei dem Regen ist es ohnehin schwierig, irgendwelche Spuren zu finden. Der Mörder sitzt längst zu Hause und wärmt sich seine Füße am Kamin. Schafft die Leiche beiseite. Ich werde sie mir morgen früh ansehen. Der Bootmeister starrte auf seine schmutzigen Stiefel. Es war ihm sichtlich unangenehm, widersprechen zu müssen. Der Sergeant hat mir befohlen, euch zu holen. Es ist nämlich so, der Sergeant glaubt, dass es sich bei der Leiche meinen Ausländer handelt. Ketteler rülpste und verschüttete etwas Wein auf sein Wams. Ein Ausländer, womöglich ein Mitglied einer Gesandtschaft. Die Sache roch nach Unannehmlichkeiten. Teufel auch, wie kommt der Sergeant darauf? Der Tod hat eine dunkle Haut und er ist fremdländisch gekleidet. Außerdem hat er vor seinem Tod in einer unverständlichen Sprache geredet, sagt der Torwächter von Michaelis. Der Freigraf horchte auf. Der Torwächter von Michaelis, sagst du? Dann ist der Ausländer also auf dem Domplatz gestorben. Guter Mann, weißt du nicht, dass die Stadt für die Domimmunität nicht zuständig ist? Gib dem Dom der Chanten Mallinckrodt Bescheid. Er soll sich um die Angelegenheit kümmern. Der Brutmeister duckte sich wie ein geprügelter Hund. Ich gebe nur weiter, was man mir aufträgt. Natürlich. Kettler steckte vergnügt seine Pfeife im Brand. Der Kelch war noch einmal an ihm vorübergegangen. Dein Sergeant ist wohl neu hier, wie? Bestellt ihm einen schönen Gruß von mir. Es ist nicht nur der Sergeant. Ein Domherr hat sich die Leiche angesehen und er meint, dass in diesem Fall die städtische Gerichtsbarkeit. Der Freigraf erhob sich wütend. Verflucht noch mal. Liegt die Leiche nun auf dem Domplatz oder nicht? Ja und nein. Die Beine liegen auf dem Domplatz, aber der Oberkörper liegt auf städtischem Gebiet. Und der Mann ist an einem Pfeil gestorben, der ihn im Herzen getroffen hat. Johann, brüllte Kettler. Der Ärger hatte ihn auf einen Schlag ernüchtert. Mit festen Schritten ging er durch die Diele, schnappte seinen Pelzmantel vom Haken und setzte sich den breitkrempigen Hut auf. Dem herbeigealten Diener befahl er, mit einer Fackel voranzugehen. Grimmig und ohne ein weiteres Wort zu verlieren, nahm Freigraf Bernd Kettler, der Untersuchungsrichter der Stadt Münster, seinen Dienst auf. Dem Unwetter trotzend stand eine Gruppe von Männern um die Leiche herum. Kettler begrüßte den Domherrn und den Sergeanten, dann ging er ächzend in die Knie, um die Leiche näher zu betrachten. Er hatte die Torwächter, die im Dienst der Kirche standen, im Verdacht, die Lage der Leiche verändert, sie ein Stück vom Kirchlichen auf das städtische Gebiet gezogen zu haben. Doch das nützte ihm jetzt nichts mehr. Kettler war der oberste Polizist von Münster und auf seinen Schultern ruhte die Verantwortung, diesen Mordfall aufzuklären. Obwohl die wächsende Leichenblässe sie heller erscheinen ließ, war die ursprünglich olivfarbene Haut des Mannes noch gut zu erkennen. In seinem Gesicht lag ein Ausdruck des Erstaunens, wie bei vielen, die von einem plötzlichen Tod überrascht werden. Kettler drückte die Augenlieder des Toten nach unten. Er mochte keine Leichenaugen. Unglücklicherweise schien der Sergent mit seiner Vermutung recht zu haben. Die dunkle Haut, die schulterlangen schwarzen Haare, die Kleidung im spanischen Hofstil, alles deutete darauf hin, dass es sich bei dem Toten um einen Südländer handelte. Ein Spanier oder ein Portugiese, vielleicht auch ein Italiener. Die Spanier und die Portugiesen waren in Münster mit Delegationen vertreten. Italiener gab es im Gefolge der beiden Friedensvermittler, des päpstlichen Nunzius Chigi und des venezianischen Botschafters Contarini. Der Tote hielt noch immer den Pfeil umklammert, der in seinem Herz steckte. Kettler löste behutsam die Finger, die Leichenstarre hatte noch nicht eingesetzt. Die Hand gab einen kurzen Armbrustpfeil frei, wie er häufig bei der Jagd verwendet wurde. Die Armbrust war fast genauso treffsicher wie ein Gewehr, allerdings lautlos. Ein bedeutender Vorteil, wenn man durch einen einzigen Schuss nicht sämtliche Tiere in der Umgebung verscheuchen wollte. Kettler bewunderte im Stillen die Treffsicherheit des Mörders. In der Dunkelheit einen solchen Schuss abzugeben, erforderte großes Können. Oder Glück. Der Einschuss hatte unmittelbar zum Tod des unbekannten Mannes geführt, deshalb war an der Brust auch nur wenig Blut ausgetreten. Anders verhielt es sich mit der zweiten Verletzung. Der rechte Unterarm des Unbekannten leuchtete im Fackelschein rot wie ein abgeschlagener Stumpf. Blut und Regenwasser hatten den Ärmel bis zum Ellbogen eingefärbt. Kettler zog sein Messer aus der Scheide und schlitzte den Hemdsärmel auf. Darunter kam eine klaffende, vier Zoll lange Schnittwunde zum Vorschein. Der Freigraf richtete sich auf. Seine Stimme klang fest und bestimmt. Hat jemand mit dem Mann gesprochen, bevor er starb? Der Torwächter meldete sich. Kettler befahl ihm, alles zu erzählen, was er gesehen und gehört habe und nichts auszulassen. Das könnt ihr euch sparen, sagte der Sergent. Ich habe den Wächter bereits befragt. Er wird euch nicht weiterhelfen. Mit einem abschätzigen Blick musterte der Freigraf den Sergenten. Habe ich dich um deine Meinung gefragt? Hier leite ich die Untersuchung. Ist das klar? Der Sergent nahm Haltung an. Wie ich höre, mischte sich der Domherr mit einer hohen Altherrenstimme ein. Habt ihr akzeptiert, dass der Mord in die städtische Gerichtsbarkeit fällt? Ich darf mich daher zurückziehen, wenn ihr erlaubt. Der Freigraf ließ sich nicht anmerken, dass er innerlich vor Wut kochte. Ich bin davon überzeugt, dass der Elende auf der Domimmunität verstorben ist, aber ich will mit euch darüber keine Streiterei anfangen. Wollt ihr behaupten, brauste der Domherr auf. Seht ihr die Blutspur dort? Kettler wies auf das Pflaster. Das Opfer ist mindestens sechs Fuß gezogen worden. Für dieses Mal lasse ich das noch durchgehen. Aber versucht eine solche Sauerei nicht noch einmal mit mir. Der Domherr Kauter in einer Erwiderung drehte sich dann um und schritt würdevoll davon. Und nun zu dir, bellte der Freigraf in Richtung Torwächter. Fang endlich an zu erzählen. Vor Angst schlotternd begann der Torwächter zu reden. Als er geendet hatte, vergewisserte sich Kettler. Du hast also kein Wort von dem verstanden, was der Mann gesagt hat. Nein, er redet sie ja in dieser fremden Sprache. Hast du gesehen, woher der Schuss kam? Dazu war es viel zu dunkel. Und wie konnte der Mörder sein Opfer erkennen? Ich weiß es nicht. Der Torwächter zuckte zusammen. Vielleicht beherrschte er die schwarze Magie. Kettler lachte. Unfug. Ich habe noch keinen Mord gesehen, der auf übernatürliche Weise zustande kam. Der Teufel hebt seine Kraft für wichtigere Dinge auf. Los, wir machen jetzt ein kleines Spiel. Der Sergent ist der Unglückselige, der seinem Tod entgegen geht. Und du, Torwächter, wiederholst dieselben Schritte und Bewegungen, die du gemacht hast, als das echte Opfer auf dich zukam. Der Sergent war wenig angetan von seiner Rolle, aber er fügte sich in sein Schicksal. Er ging ein Stück auf den Domplatz hinaus und rannte dann mit den Armen rudernd und um Hilfe rufend zum Michaelis-Tor. Der Torwächter trat aus dem Tor und sprach kurz mit dem Sergenten, der sich theatralisch auf das Pflaster fallen ließ. Mit zusammengekniffenen Augen hatte der Freigraf das Schauspiel verfolgt. Doch so sehr er auch nach einer Lösung suchte, er fand keine Erklärung für den zielgenauen Schuss des Mörders. Während sich der Sergent den Dreck von der Uniform wischte, trat Ketteler zu den beiden Männern. Du bist sicher, dass du nichts vergessen hast? fragte er den Torwächter. Nein, bestimmt nicht. Vielleicht hattest du etwas in der Hand. Nur eine Fackel. Du Idiot! Ketteler stampfte mit dem Fuß auf den Boden. Und wo ist die Fackel jetzt? Der Torwächter schaute bekümmert auf seine leeren Hände. Jetzt ist es doch hell. Trottel, du hast dem Unbekannten ins Gesicht geleuchtet, stimmt's? Ja, ich wollte ja sehen, wer er war. Und in diesem Moment wurde der Mann getroffen. Der Torwächter nickte. Schwarze Magie, ha! Der Freigraf schüttelte seinen großen Kopf. Für einen geübten Armbrustschützen ist es keine Kunst, ein erleuchtetes Ziel aus 300 Fuß Entfernung zu treffen. Er klatschte in die Hände. So, das reicht für heute Nacht. Schafft die Leiche in den Keller des Rathauses. Bis morgen früh findet sich vielleicht jemand, der sie vermisst. Und du, meinte er sich an den Sergenten, sorgst dafür, dass Dr. Rottendorf morgen um 7 Uhr im Rathaus erscheint. Ich möchte, dass er sich den Toten ansieht. Einigermaßen zufrieden ging Freigraf Ketteler nach Hause. Immerhin hatte er aufgeklärt, wie der Mord verübt worden war. Auf die Fragen nach dem Wer und Warum würde er bei Zeiten auch noch Antworten finden. Elisabeth, Kettlers Frau, stand schon in der Diele, als sich der massige Mann den regennassen Mantel vom Leib riss. Ah, was für ein Wetter, brummte er, gerade gut genug, um Hunde und Polizisten auf die Straße zu jagen. Hast du etwas erreicht? erkundigte sich Elisabeth. Ein schwieriger Fall. Mit raschen Schritten strebte Ketteler zum Kamin, goss sich einen Becher Wein ein und lehrte ihn in einem Zug. Vielleicht ist ein Südländer und der Mörder ein durchtriebener Bursche. Ich schätze, in den nächsten Tagen wird einige Arbeit auf mich zukommen. Elisabeth, eine Frau in einem schlichten schwarzen Kleid und mit zurückgebundenen Haaren, die sie außerhalb des Hauses unter einer großen Haube versteckte, kannte die Trinkgewohnheiten ihres Mannes und hatte schon vor langer Zeit aufgegeben, ihn dafür zu tadeln. Wolltest du nicht nach Senn? Ja, es gibt dort einige Pestkranke. Ich müsste trinken nach dem Rechten sehen. Als Freigraf versah Ketteler auch das Amt, ihm statt lehnen Senden Gericht zu halten. Aber der Mordfall hat Vorrang. Stell dir nur mal vor, bei dem Toten handelt es sich um einen Gesandten. Dann wird alle Welt von mir verlangen, dass ich den Mörder aus dem Hut zaubere. Er füllte den Becher erneut. Was schaust du mich so an, Frau? Es ist wegen Anna, sagte sie leise. Die Hand, die den Becher hielt, zitterte. Ketteler war beinahe genauso breit wie hoch und selten aus der Fassung zu bringen. Aber wenn es um seine Tochter ging, wurde er ängstlich wie ein Kaninchen. Was ist mit ihr? Flüsterte er mit heiserer Stimme. Sie hat sich erbrochen, sagte Elisabeth. Was hat sie denn gegessen? Nur eine warme Brühe, den lieben langen Tag. Seit einigen Wochen litt Anna unter einem seltsamen Zustand. Sie aß kaum noch etwas, lag am liebsten teilnahmslos in ihrem Bett und mit jeglichen Umgang mit ihren Freundinnen. Da sie über keinerlei Schmerzen klagte und auch sonst nicht sagen konnte, was ihr fehlte, waren ihre Eltern völlig ratlos. Hand in Hand schritt das Ehepaar zum Bett der Tochter, das in der Uppkammer stand. Zwei Kammern ihres stattlichen Hauses hatten sie an Vertreter der Reichstätte vermietet, deshalb musste die Familie jetzt enger zusammenrücken. Der Freigraf und seine Frau schliefen in der Nähe des Kamins, die Dienerschaft in der Küche. Anna und ihre beiden jüngeren Brüder nahmen die Uppkammer in Beschlag. Hertha traf es allerdings die Diener der reichstädtischen Gesandten. Sie nächtigten hinter Bretterverschlägen im Pferdestall. Ketteler schob den Vorhang beiseite, der Annas Bett verdeckte. Weiß wie ein Leinentuch lag das Mädchen unter der Bettdecke. Der Körper war abgemagert und um das Gesicht spannte sich die Haut so straff, dass der Kopf wie ein Totenschädel wirkte. Anna, sagte der Freigraf sanft, was ist mit dir? Ich weiß es nicht, Vater, antwortete sie matt. Warum isst du nichts? Du musst zu Kräften kommen. Ihre Augen glänzten fiebrig. Ich habe keinen Hunger. Weil du den ganzen Tag im Bett liegst. Ich wünschte, du würdest aufstehen und Handarbeiten machen, so wie du es früher getan hast. Oder mit deiner Mutter in die Messe gehen. Oder, Anna zeigte ein wehmütiges Lächeln. Ach, es ist alles so sinnlos. Am liebsten würde ich sterben. So etwas darfst du nicht sagen, rief Elisabeth erschrocken. Du hast dein ganzes Leben noch vor dir. Es liegt sicher am Wetter. Kettler schlug einen harmlosen Ton an. Er wollte nicht, dass das Mädchen seine Unsicherheit bemerkte. Ich verspüre selbst ein Reißen in den Gliedern. Manchmal fühle ich mich wie ein Fünfzigjähriger. Anna lachte lautlos. Der Totenkopf grinste. Kapitel 2 Im dunklen Gewölbe des Ratskillers befanden sich sechs Männer und eine Leiche, als der Freigraf eintrat. Kettler erkannte die zwei Bürgermeister Timmerscheidt und Plönnies, beide aus reichen Kaufmannsfamilien, die seit Generationen in der Politik tätig waren. Timmerscheidt, ein hagerauer, großgewachsener Mann, galt als der führende Kopf des Münsterschen Stadtrates. Von den Gesandten des Friedenskongresses wurde er häufig zu Empfängen eingeladen, weil man sein weltgewandtes Auftreten und seine diplomatischen Fähigkeiten schätzte. Mit Richtherr Tompütte war Kettler schon einige Male aneinandergeraten. Tompütte war ein Mann der Gilden und erst seit der letzten Ratswahl im Stadtrat. Dem Münsterschen Bürgeradel, der die Ratsämter unter sich aufteilte, stand Tompütte misstrauisch gegenüber. Dagegen hatte er sich in seiner eigenen kurzen Amtszeit bereits den zweifelhaften Ruf eines brutalen Verhörers und gnadenlosen Richters erworben. Zusammen mit dem Richtherrn Everding, der neben ihm stand, versah er die niedere Gerichtsbarkeit und saß dem Gerichtstag vor, falls, wie in den letzten Jahrzehnten üblich, der vom Bischof bestellte Stadtrichter nicht erschien. Etwas abseits von den anderen lehnte Dr. Bernhard Rottendorf an einer Säule. Als besoldeter Stadtarzt behandelte er die städtischen Amtsinhaber, daneben übte er die Oberaufsicht über die medizinischen Einrichtungen und Berufe der Stadt aus. Von den Spitälern und Apotheken über die Chirurgen und Wundärzte bis zu den Hebammen und Pestmeistern. Wegen seiner Heilerfolge war er weit über die Grenzen Münsters hinaus bekannt. Doch sein Ehrgeiz reichte höher. Neben medizinischen Traktaten schrieb er auch Gedichte, philosophierte mit dem domdechanten Mallingrott und gab als Mäzen die Bücher anderer Autoren heraus. Den sechsten Mann, der sich im Kellergewölbe aufhielt, kannte Kettler nicht. Seine Kleidung ähnelte jedoch der des Toten, den man auf einer Holzbank an der Wand gebettet hatte. Die Leiche hat also einen Namen bekommen, dachte der Freigraf. Kettler, da seid ihr ja, rief Bürgermeister Timmerscheid. Wir haben schon auf euch gewartet. Der Unbekannte verabschiedete sich in gebrochenem Deutsch, verbeugte sich in alle Richtungen und ging die Treppe hinauf. Kettler nickte zu dem Toten hinüber. Um wen handelt es sich? Um Senor Navarrete, einen spanischen Edelmann, antwortete Timmerscheid. In aller Herrgottsfrühe erhielt ich Nachricht, dass man ihn im spanischen Quartier vermisst. Ein Spanier, sagte Kettler bekümmert. Ja, und ich hoffe, ihr wisst, was das bedeutet. Sein Tod muss so schnell wie möglich aufgeklärt werden. Andernfalls können die gesamten Friedensverhandlungen in Stocken geraten. Ich tue mein Bestes, brummte Kettler. Das Beste, was ihr leisten könnt, ist vielleicht nicht gut genug, sagte Tom Pötte mit krächzender Stimme. Hattet ihr in der Vergangenheit etwas an meiner Arbeit auszusetzen? brauste der Freigraf auf. Keineswegs, lieber Kettler, schaltete sich Richter Eberding ein. Ihr wart doch gestern Abend am Tatort. Verfolgt ihr bereits eine Spur? Nein, der einzige Zeuge, der Torwächter von Michaelis war leider wenig hilfreich. Eine peinliche Pause trat ein. Wenn die Herren nichts dagegen haben, fuhr Kettler unbekümmert fort, würde ich jetzt gern mit Dr. Rottendorf ein paar Worte unter vier Augen wechseln. Timmerscheid ließ die anderen vorausgehen. Dann legte er eine Hand auf den Arm des Freigrafen. Kettler, wärt ihr so freundlich bei mir vorbeizukommen, bevor ihr das Rathaus verlasst? Als sich das Kellergewölbe geleert hatte, löste sich Rottendorf von der Säule. Nun, Kettler, ich bin gespannt, was ihr von mir hören wollt. Euer medizinisches Urteil, sagte der Freigraf unbestimmt. Hegt ihr über die Todesursache irgendwelche Zweifel? Der Pfeil steckt direkt im Herzen. Was ist euch sonst noch aufgefallen? Die Verletzung am Arm lässt darauf schließen, dass Navarrete in eine Messerstecherei verwickelt war. Er floh und der Mörder wartete eine günstige Gelegenheit ab, um ihn mit der Armbrust zu erschießen. Es muss sich um einen guten Schützen handeln. Ich habe mir den Pfeil genau angesehen. Kommt mit! Die beiden Männer traten zu der Leiche. Wäre der Pfeil aus nächster Nähe abgeschossen worden, fuhr Rottendorf fort, hätte er sich tiefer ins Fleisch gebohrt. Ich schätze, der Mörder befand sich 300 bis 500 Fuß entfernt. Und nun seht euch den Eintrittswinkel an. Er lässt darauf schließen, dass der Mörder eine erhöhte Position in einem Haus oder auf einem Turm erklommen hatte. Der Turm des Domes, murmelte Kettler. Das ist die wahrscheinlichste Lösung, stimmte Rottendorf zu. Auf dem Domplatz gibt es kein anderes Gebäude, das hoch genug wäre. Ich danke euch, sagte der Freigraf überschwänglich. Ihr habt mir sehr geholfen. Ach, übrigens stimmt es, dass ihr die wackeligen Knie des Kurfürsten kuriert habt? Der Arzt fühlte sich geschmeichelt. Es war im letzten Jahr, erzählte er bereitwillig. Bischof Ferdinand verspürte keine Festigkeit mehr in den Knien. Er konnte kaum noch ohne fremde Hilfe laufen. Die Salben, die ihm sein Leibmedikus verschrieben hatte, brachten keine Wirkung. Da ließ er mich nach Köln holen. Und, zum Erstaunen der Kölner Mediziner, verschaffte mein Rezept im Kurfürsten baldige Erleichterung. Wie man hört, sollt ihr bohrte Kettel danach. Rottendorf schmunzelte. Die heilsame Wirkung von Regenwürmern wird in der Medizin noch vielfach unterschätzt. Man muss sie allerdings entsprechend aufbereiten. Für das Rezept des Kurfürsten ließ sich 500 große Würmer sammeln und reinigen. Dann wurden sie in einen gläsernen Kolben geworfen und mit einem Maß Straßburger Brandwein überzogen. Nach einigen Tagen war der Sud fertig. Ich trug den Dienern auf, die Knie ihrer Durchlaucht morgens und abends damit einzureiben. Das ist alles, staunte Kettler. Abgesehen von einem kleinen Geheimnis, das ich nicht verrate, sonst macht ihr mir noch Konkurrenz. Kettler stöhnte. Dieses verfluchte Wetter. Mich plagt auch so ein Reißen und Zwicken in den Gliedern, vor allem in den Knien. Könnt ihr mir nicht eine kleine Probe eures Wundermittels besorgen? Ich wäre schon mit 100 Regenwürmern zufrieden. Rottendorf lachte. Ich habe doch geahnt, dass ihr bei unserem Gespräch einen Hintergedanken verfolgt. Nun gut, ich werde euch eine Mixtur bereiten und jetzt wollen wir beide an die Arbeit gehen. Nur eine Sache noch, Doktor, hielt in der Freigraf zurück. Es betrifft unsere Tochter Anna. Der Arzt schaute ihn fragend an. Sie leidet seit einigen Wochen unter Appetitlosigkeit, ja, einer generellen Schlaffheit und Schwermütigkeit. Elisabeth und ich wissen uns keinen Rat mehr. Anna ist schon ganz abgemagert, das arme Ding. Im Frühjahr möchte ein Osnabrücker Kramersohn um ihre Hand anhalten, aber wenn er sie in diesem Zustand sieht, wird er vermutlich Reißaus nehmen. Und sie hat keine Schmerzen? fragte Rottendorf. Nein, nichts. Sie redet davon, dass sie sterben will. Dabei ist sie gerade erst 17 Jahre alt. Ich müsste sie natürlich gründlich untersuchen, sagte der Arzt zögernd, aber was ihr berichtet, klingt nach Anzeichen von Melancholie. Melancholie? Zu viel schwarze Galle, die in den Magen, das Herz und das Gehirn dringt. Gerade bei sensiblen jungen Menschen führt dies häufig zu Lebensmüdigkeit. Kettler wirkte verzweifelt, und man kann nichts dagegen tun? Doch, man kann, mit ein wenig Glück und Gottvertrauen. Wenn ich euch die Arznei für die zwickenden Glieder bringe, werde ich mir Anna mal ansehen. O Rottendorf, der bullige Freigraf strahlte wieder über das ganze Gesicht. Gebt Anna ihre Lebensfreude zurück und ich werde euch ewig dankbar sein. Er wartet nicht zu viel, wiegelte der berühmte Arzt ab. Ich schläfelten Ratskammer unter den Wappen von Stadt und Stift Münster. Im hellen Tageslicht, das durch die seitlichen Fenster fiel, sah der Bürgermeister noch magerer aus. Er trug schulterlanges Haar und einen hochtaillierten Rock aus schwarzglänzendem damasziertem Stoff, auf dem ein flacher Leinenkragen lag. Quer über die Brust hing eine schwere Goldkette. Timmerscheid schaute von den Akten auf, in denen er geblättert hatte. Ketteler, tretet doch näher. Ihr wolltet mich sprechen, Bürgermeister? Timmerscheid strich sich über den gestutzten Kinnbart. Ketteler hatte sich geweigert, die neue Mode mitzumachen und blieb seinem imposanten Vollbart treu. Ihr wisst, dass ich stets hinter euch gestanden habe, auch wenn ihr manchmal ungewöhnliche Methoden angewandt habt. Ketteler nickte abwartend, er hatte keine Ahnung, worauf der Bürgermeister Möchte ich euch jedoch bitten, sehr umsichtig und rücksichtsvoll vorzugehen. Eure Vorliebe für offene und ehrliche Worte in Ehrenfreigraf, aber in diesem Fall müsst ihr mit dem Florett fechten und nicht mit dem Schwert. Ein Mörder zu fangen ist keine Einladung zu einer Abendgesellschaft. Timmerscheid seufzte. Der Mord kommt zu einem höchst ungelegenen Zeitpunkt. Die Friedensverhandlungen befinden sich in einer kritischen Phase. Auf den Schlachtfeldern feiern die Franzosen und die Schweden einen Sieg nach dem anderen. Der Kaiser und die Katholische Liga müssen sich zurückziehen. In den katholischen Quartieren herrscht eine gereizte Stimmung. Ein einzelner Funke reicht, um den Friedenskongress in einen Scheiterhaufen zu verwandeln. Erinnert euch an den Kammerdiener des Grafen Peñaranda, der von mehreren Franzosen wenn der Mörder nicht einer Nation angehörte, die sich mit der spanischen Krone im Krieg befindet. Wie soll ich das verstehen? fragte der Freigraf Spitz. Welchen Mörder hättet ihr denn gern? Der Bürgermeister schüttelte unwirsch den Kopf. Natürlich sollt ihr den richtigen Mörder finden, nur seid euch bewusst, dass ihr euch auf diplomatischem Terrain befindet. Kettler schaute missmutig aus dem Fenster. Das, was auf ihn zukam, stank nach vergorener Pferdescheiße, offen und ehrlich gesprochen. Und noch etwas, Kettler, fuhr der Bürgermeister fort. Bedenkt, dass ihr ein Repräsentant der Stadt seid und die Interessen Münsters vertretet. Der Kaiser hat Münster zur neutralen Stadt erklärt. Wir haben 1200 Soldaten unter Waffen, das Merum et mixtum Imperium, die hohe und niedere Gerichtsbarkeit, die uns der Fürstbischof streitig machen wollte, wird zur Zeit von niemandem angezweifelt. Wir besitzen Rechte und Privilegien, die denen der Reichstätte ähneln. Das alles könnte durch diesen Mord aufs Spiel gesetzt werden, falls die Auswärtigen Gesandten, der Fürstbischof und der Kaiser den Eindruck gewinnen, dass wir nicht in der Lage sind, Rechten und Ordnung durchzusetzen. Ihr bürdet reichlich viel Verantwortung auf meine schwachen Schultern, grummelte Ketteler. Eure Schultern sind alles andere als schwach, lächelte Timmerscheid. Und nun macht euch an die Arbeit. Graf Penjaranda hat ausrichten lassen, dass er euch zu einer Audienz erwartet. Der Freigraf wollte sich schon abwenden, da sagte der Bürgermeister, nebenbei zieht euch etwas Anständiges an, wenn ihr den spanischen Gesandten aufsucht. Euer Wams ist fleckig und der Mantel zerschlissen. So wie er aussieht, seid ihr keine Zerde Münsters. Ketteler murmelte etwas Unverständliches und verließ polternd die Ratskammer. Kapitel 3 Wie seid ihr bloß auf diesen Blödsinn verfallen, schimpfte Pater Martin Thewes. Ein Schwein über den Prinzipalmarkt zu jagen. Seid ihr von allen guten Geistern verlassen? Nicht nur, dass ihr einen üblen Streich gespielt habt. Was sollen die Bürger der Stadt davon halten, dass sich Schüler des Gymnasiums Paulinum wie Dorftölpel benehmen? Sie werden uns, die Lehrer, dafür zur Rechenschaft ziehen. Ihr kennt das Misstrauen, das in Teilen der Stadt gegenüber den Jesuiten herrscht. Mit eurem Unfug schadet ihr der ganzen Schule. Pater Martin holte Tiefluft. Vielleicht noch schlimmer ist der Eindruck, den ihr auf unsere ausländischen Gäste macht. Sollen sie Münster für ein Kuhdorf halten? Werden sie ihren gekrönten Herrschern im nächsten Brief aus Münster hinter dem Saustall schreiben? Also, der Pater fasste die drei Missetäter scharf ins Auge. Ich höre, was ihr zu eurer Entschuldigung vorzubringen habt. Die drei Halbwüchsigen sahen sich ängstlich an. Der Übermut, mit dem sie sich vor einer Stunde von ihren Mitschülern hatten feiern lassen, war ihnen längst vergangen. Das war ein Scherz, sagte der Erste. Eigentlich war es eine Wette, gab der Zweite zu. Wir haben um Augen und sprach ein kurzes Gebet, um nicht zu platzen oder etwas Unüberlegtes zu tun. Dann sagte er mit ruhiger, wenn gleich harter Stimme, ihr habt euch zweier Vergehen schuldig gemacht, ihr habt den Schweinehirten gefoppt und ihr habt gegen eine Anordnung der Stadt verstoßen. Der Stadtrat hat bei Androhung von Strafe beschlossen, dass es während des Friedenskongresses nur noch früh, morgens und spätabends erlaubtes Tiere durch die Straßen zu treiben. Er machte eine Pause. Ihr glaubt euch in Sicherheit, weil ihr Domschüler seid. Ihr vertraut auf die Dommunität. Da muss ich euch enttäuschen. Das Paulinum befindet sich zwar auf dem Gebiet der Immunität, aber ich kann euch jederzeit der städtischen Justiz übergeben. Freigraf Ketteler, der Kommandeur der Münsterischen Polizei, ist ein guter Bekannter von mir. Und wie ihr vielleicht gehört habt, ist der Freigraf ein Mann, der nicht lange fackelt. Die drei Schüler erbleichen. Sie sahen sich schon am Pranger, auf dem Strafesel, am Schandstein oder im Rollhäuschen. Etwas milder gestimmt fuhr Pater Martin fort. Für dieses Mal werde ich darauf verzichten und den Zuchtmeister der Schule beauftragen, euch eine passende Strafe zu verabreichen. Aber beim nächsten Mal, da könnt ihr sicher sein, kommt der Freigraf. So, nun geht wieder auf die Bühne, wir wollen mit der Probe fortfahren. Mit betretenen Mienen gesellten sich die drei Übeltäter zu ihren Mitschülern. Pater Martin Thewes war der Rhetoriklehrer des Gymnasiums und er studierte mit seiner Klasse das Drama Sankt Carbonarius ein, das am nächsten Tag aufgeführt werden um den schönen und gelehrten Alexander, der sich selbst erniedrigt und bei einem Köhler im Wald gearbeitet hatte, bevor er schließlich zum Bischof berufen wurde. Die Schüler begannen den lateinischen Text aufzusagen. Immer wieder unterbrach Pater Martin die Sprechenden, um sie zu korrigieren. Aufführungen von Jesuitendramen waren ein gesellschaftliches Ereignis in Münster. Neben den Eltern der Schüler kamen auch viele Ehrengäste. Pater Martin wusste, was der Rektor des Paulinums von ihm erwartete. Freigraf Kettler betrat das Quadrum des Isuiten Kollegs und sofort fühlte er sich in seine Jugend versetzt. Er selber war Schüler des Paulinums gewesen. Kein besonders guter, wie er zugeben musste. Durch Latein, griechisch, hebräisch, Physik, Mathematik, Metaphysik und Theologie hatte er sich durchgequält und am Ende hatte er nur das halbe Studia Superiora geschafft. Die Streiche des jungen Kettler waren an der Schule zur Legende geworden. Sogar den Zuchtmeister hatte er in die Verzweiflung getrieben. Etwas beklommen blickte sich Kettler um. Zur Linken befand sich die Petrikirche, die die Jesuiten nach ihrer Ankunft in Münster vor rund 50 Jahren neu gebaut hatten. Die übrigen Seiten des Vierecks bildeten das Gymnasium und das eigentliche Kolleg der Jesuiten. Der Freigraf ging in das Schulgebäude, befragte einige Schüler, die ihm entgegenkamen, dann öffnete er die Tür zur Aula. Den dicken Bauch vor sich herschiebend stampfte er mit knarrenden Schritten über den Holzboden. Aus drei jungen Kehlen entrang sich ein Schrei des Entsetzens. Über die Störung verärgert drehte sich Pater Martin zu dem Eindringling um. Als er den Freigrafen erkannte, grinste er über das ganze Gesicht. Was schreien die so? fragte Kettler verwundert. Sehe ich aus wie der Leibhaftige? Ganz zufällig sprachen wir vorhin über euch, antwortete Martin und zwinkerte mit dem linken Auge. Die drei Jungen, die das Schwein über den Prinzipalmarkt gejagt hatten, versteckten sich hinter den Rücken ihrer Klassenkameraden. Habt ihr etwas verbrochen? donnerte Kettler mit tiefer Bassstimme in Richtung Bühne. Muss ich euch von meinen Bootmeistern abführen lassen? Nein, nein, jammerten die Jungen. Dann seid brave Schüler, gehorcht euren Lehrern und tut, was sie sagen. Wollt ihr das? Ja, ja. Mit leiserer Stimme wandte sich Kettler an Pater Martin. Ihr müsst mir helfen, Pater, Als sie im Flur standen, erzählte Kettler in groben Zügen von dem Mord. Ich brauche euch als Übersetzer, fügte er hinzu. Ihr seid weit in der Welt herumgekommen. Ihr sprecht Spanisch, Französisch und noch einiges andere. Stellt euch vor, wie ich, dummer Mensch, diesen Gesandten, Botschaftern und hohen Herren gegenüber sitze. Allein und ohne eure Hilfe wäre ich verloren wie ein kleines Kind. Pater Martin hatte aufmerksam zugehört. So gern ich mit euch zusammenarbeite, Freigraf, und so interessant sich der Fall anhört, von dem ihr berichtet. Aber im Moment kann ich hier unmöglich weg. Morgen findet die Aufführung des Dramas statt, und bis dahin muss ich noch eifrig mit meinen Schülern proben. Danach könnt ihr jederzeit über mich verfügen. Und was die Gesandtschaften angeht, die haben ihre eigenen Übersetzer. Schließlich müssen sich die Herren ja auch untereinander verständigen. Schon wahr, druckste Kettler, doch vier Ohren hören mehr als zwei. Um ehrlich zu sein, Pater, ich schätze eure Scharfsichtigkeit und Kombinationsgabe. Mehr als einmal habt ihr mehr als auf die Sprünge geholfen. Erinnert euch an die Alte, die der bösen Zauberei verdächtigt wurde. Ihr habt herausgefunden, dass der Bauer sein eigenes Vieh vergiftet hat, weil er auf die versteckten Thaler der alten Schaf war. Pater Martin und der Freigraf hatten zum ersten Mal gemeinsam einen Fall gelöst, als eine Reihe von Diebstählen die friedliche Atmosphäre des Paulinums in einen Sumpf des Misstrauens verwandelte. Von da an war Kettler regelmäßig zu Martin gekommen, wenn er bei einem rätselhaften Verbrechen nicht mehr weiter wusste. Und Martin hatte sich eingestehen müssen, dass die Kriminalistik eine geheime Leidenschaft von ihm war, obwohl sie so ganz und gar nicht zu seinem frommen Auftrag passte. Natürlich, erinnere ich mich, und ich würde ja liebend... Es handelt sich nicht um ein gewöhnliches Verbrechen, lockte Kettler. Der Mord an Senior Navarrete kann den Fortgang der Friedensverhandlungen beeinträchtigen. Davon, dass wir ihn so schnell wie möglich aufklären, hängt die Zukunft Deutschlands ja ganz Europas ab. Falls ihr euch unsicher seid, fragt den päpstlichen Nunzius Kitschi. Er wird euch bestätigen, dass ihr den Segen der Kirche habt. Aus der Aula drang lauter werdendes Geschrei. In Gottes Namen, sagte Pater Martin. Kapitel 4 Der Prinzipalmarkt war gesäumt mit Dreck und Abfällen. Dampfende Misthaufen stanken zum Himmel. Der Freigraf und der Jesuit gingen mitten auf der Straße, vorbei an den Marktständen, an denen Fleisch, Fisch, Butter, Käse, Eier, Steckrüben und Kohl verkauft wurden. Zusätzlich zu den gewohnten Verkaufsständen gab es Buden unter den Bogengängen der Häuser, weil die Kramer auf die Einkäufer der Gesandtschaften hofften. Trotz eines städtischen Verbotes streckten Bettler am Straßenrand ihre gichtigen Hände aus und unter die ehrbaren Münsteranerinnen, erkennbaren ihren schwarz-grauen, halbkreisförmigen Hauben und den wallenden Büssusgewändern mischten sich allerhand leichtfertige Weibspersonen. Missbilligend betrachtete Kettler die Bettler und Huren. Wir schaffen es einfach nicht, Münster von dieser Plage zu befreien, sagte er zu Pater Martin. Zum einen Tor wirft man sie hinaus, zum anderen kommen sie wieder herein. Um die abendliche Sperrstunde durchzusetzen, bräuchte ich dreimal so viele Polizisten, wie ich zur Verfügung habe. Jede Medaille hat eine Kehrseite, erwiderte Martin. Immerhin hat der Friedenskongress Wohlstand und Ansehen nach Münster gebracht. Ansehen vielleicht, aber Wohlstand, schnaubte der Freigraf. Da müsstet ihr mal die Klagen der Kramer und Schankwirte hören. Die großen Gesandtschaften dürfen zollfrei Wein importieren und ihre Einkäufer jagen weit hinaus ins Umland, wo sie die Waren günstiger erstehen. Die Dienerschaft bekommt kein Geld, um in den Schenken zu essen, sondern wird in den Quartieren geköstigt. Und was noch viel schlimmer ist, er senkte seine Stimme. Die Gesandten werden von ihren Herrschern knapp gehalten. Vor allem den Vertretern der Reichstätte, der Ritterschaften und der Fürstentümer geht langsam das Bahre aus. Die Kreidetafeln und Kerbhölzer sind voll bis oben hin. Die Kaufleute wissen nicht, wie sie an ihr Geld kommen sollen. Nun ja, ich habe noch keinen Kramer getroffen, der nicht darüber klagt, dass sein Geschäft schlecht läuft, meinte der Pater. Über den Pekuniären sollten wir nicht vergessen, dass der Friedenskongress einem höheren Sinn dient. Wenn das Blutvergießen ein Ende nimmt und sich die Religionen versöhnen, dann ist alles andere bald unwichtig. Da habt ihr verdammt recht, stimmte Kettler zu. Die christlichen Parteien müssen sich schleunigst einigen, damit sie vereint gegen die Türken zu Felde ziehen können. Die Republik von Venedig ist bereits arg bedroht. Wie ich hörte, haben die Türken schon Kreta erobert und es würde mich nicht wundern, wenn sie bald vor Wien stehen. Sie schritten an der Lambertikirche vorbei, in deren Turmkäfigen die Knochen der Wiedertäufer bleichten, über den Roggenmarkt und die Bogenstraße kamen sie zum Horstebergtor. Dann überquerten sie die beiden Ahrbrücken und wandten sich nach rechts. Hier waren die vornehmen, aus Stein gebauten Bürgerhäuser einfachen, lehmverputzten Fachwerkhäusern gewichen. Die Spanier residierten im Observantenkloster an der Bergstraße, unweit des Budenturms. Vom spanischen Prinzipalgesandten Graf Peñaranda war bekannt, dass er Münster hasste. Alles war ihm hierzu wieder, das Land, die Leute, der Gestank der Tiere, die in den Häusern gehalten wurden und vor allem das feuchtkalte Klima, unter dem er ständig litt. Mehr als einmal hatte er seinen König um Ablösung gebeten, vergeblich. Man munkelte, der König würde ihn aus eigennützigen Gründen von seiner jungen Frau fernhalten. Verbittert harte Peñaranda in Münster aus. Freigraf Ketteler war gar nicht wohl bei dem Gedanken, Peñaranda gegenüber übertreten zu müssen. Er hatte wenig, genau genommen gar nichts in der Hand. Was sollte er dem Grafen sagen? Ein Edelmann erwartete sie bereits am Tor des Klosters. Er führte die beiden Besucher in den Audienzsaal, einen kargen Klosterraum, den man durch Aufhängen unzähliger Gobelins ein wenig Glanz verliehen hatte. Graf Peñaranda saß auf einem erhöhten Sessel mit Baldachin. Neben ihm stand ein junger Mann, in dem Ketteler den Übersetzer vermutete. Peñaranda sah krank und ausgemergelt aus. Er hatte dünnes Haar und einen nach oben gebogenen Schnurrbart, der die schmalen, blutleeren Lippen verbarg. Über der goldbesetzten spanischen Hofkleidung trug er einen steifen Stehkragen. Unwillkürlich fasste sich Ketteler an den Hals. Wie froh war er gewesen, als die Zeit der Müllsteinkrägen vorüber war. Keine Suppe konnte man essen, ohne sich die blütenweißen, aufgeplusterten Rüschen zu bekleckern. Peñaranda stemmte sich schwerfällig aus dem Sessel hoch, der Freigraf und der Pater verbeugten sich tief. Der Graf sagte etwas auf Spanisch und deutete auf zwei bereitgestellte Stühle. »Ihre Exzellenz wünscht, dass er Platz nimmt«, übersetzte der Mann neben ihm. Mit seiner näselnden Stimme begann Peñaranda zu sprechen. Er verlange Aufklärung darüber, was in der letzten Nacht geschehen sei. Was habe die Münstersche Polizei unternommen, um dem oder den Mördern Navaretes habhaft zu werden? Soviel er wisse, gäbe es bislang noch keine Verhaftung. Wie solle er sich diese Untätigkeit der Polizei erklären? Ketteler antwortete, dass er leider noch völlig im Dunkeln tappe. Der Torwächter am Domplatz in dessen unmittelbarer Nähe Senor Navarete gestorben sei, habe nichts gesehen und gehört. Auch sonst gäbe es keine Hinweise darauf, von wem und warum der spanische Edelmann umgebracht worden sei. Dann versuchte der Freigraf, den Spieß umzudrehen. »Den eigentlichen Sinn meines Besuches sehe ich darin, von euch, Exzellenz, einige Handreichungen für meine Arbeit zu bekommen. Habt ihr eine Idee, was Senor Navarete zur Nachtstunde auf dem Domplatz getrieben hat? War er in eine Fede verwickelt? Und gibt es Namen seiner Feinde, die ihr mir nennen könnt?« Nachdem Pater Martin übersetzt hatte, taxierte Peñaranda den Freigrafen mit wässrigen, mürrischen Augen. Schließlich ließ er sich zu einer längeren Antwort herab, die von dem jungen Mann Satz für Satz ins Deutsch übertragen wurde. »Spanien befindet sich mit einigen europäischen Nationen im Krieg. Wir sind nach Münster gekommen, um einen Frieden auszuhandeln. Aber noch ist er weit entfernt. Gerade hier am Verhandlungsort gibt es viele Menschen, die der spanischen Krone feindlich gesinnt sind. Da sind die Vertreter Frankreichs, mit denen Spanien einen erbitterten Krieg führt. Und die Portugiesen und Katalanen, die sich unter dem großen Rock Frankreichs verstecken, weil sie ihre Unabhängigkeit von Spanien erlangen wollen. Das gleiche gilt für die Abgesandten der niederländischen Generalstaaten, die sich von Spanien losgesagt haben. Wie ihr wisst, Freigraf hat es bereits in der Vergangenheit Übergriffe gegeben. Französische Meuchelmörder haben meinen Kammerdiener auf dem Gewissen, portugiesische Halunken haben einige meiner Leute auf offener Straße überfallen und, soweit ich unterrichtet bin, ist Senor Navarrete vor einiger Zeit mit einem Niederländer aneinander geraten. Kurzum, ich bin davon überzeugt, dass Navarrete als treuer und stolzer Spanier bei der Verteidigung der Ehre seines Vaterlandes gestorben ist. Geht in die Gesandtschaften, die ich euch genannt habe und sucht dort die Mörder. Ich für meinen Teil werde alle Konsultationen unterbrechen, bis der Vorfall aufgeklärt und der spanischen Krone Genugtuung widerfahren ist. Heute Morgen ist ein Bote nach Madrid geritten, der den König informieren und um weitere Instruktionen bitten wird. Ketteler blickte kurz zu Martin und knurrte. Das hilft mir auch nicht weiter. Eure Auskunft ist uns eine große Hilfe, übersetzte Pater Martin rasch. Trotzdem bittet euch der Freigraf auf seine zweite Frage einzugehen. War Senor Navarrete in irgendwelche Händel verwickelt? Graf Peñaranda schüttelte unwirscht den Kopf. Senor Navarrete war ein Ehrenmann. Ich weiß nicht, zu welchem Zweck er gestern Abend das Kloster verlassen hat, doch ich bin sicher, dass er sich anständig und tadellos verhalten hat. Für seine Tugendhaftigkeit spricht schon die Tatsache, dass seine Frau ihn hierher begleitet hat. Seine Frau ist hier, fragte Ketteler verwundert. Können wir mit ihr sprechen? Es geziemt sich nicht, eine Witwe in ihrer Trauer zu stören, lehnte Peñaranda ab. Wir dürfen nichts unversucht lassen, das Verbrechen einer schnellen Klärung zuzuführen, insistierte der Freigraf. Und ich würde gern unter vier Augen mit ihr sprechen, das heißt unter sechs Augen, mit dem Pater hier an meiner Seite. Graf Peñaranda sträubte sich, aber schließlich gab er den drängenden Bitten Kettelers nach. Der junge Mann, der als Übersetzer fungierte, führte sie in einen kleineren Raum und bat die beiden Männer zu warten. Kurze Zeit später trat Signora Navarrete ein. Sie war eine große, schlanke Frau, ganz in Schwarz gekleidet. Ihr Gesicht wurde von einem schwarzen Schleier verhüllt, doch Ketteler schien es, als ob sich darunter ein hübsches Antlitz verbergen würde. »Ihr wolltet mich sprechen?« übersetzte Pater Martin. »Ja«, Ketteler verbeugte sich. »Ich möchte euch im Namen der Stadt Münster mein aufrichtiges Beileid bekunden.« »Danke.« »Senora Navarrete, ich bedauere zutiefst eure Trauer stören zu müssen. Ich bin der Untersuchungsrichter der Stadt und meine Aufgabe ist es, die Mörder eures Ehemannes zu überführen. Wollt ihr mir dabei behilflich sein?« Ihre dunklen Augen leuchteten hinter dem Schleier. »Soweit ich es vermag?« »Könnt ihr mir sagen, was Signora Navarrete gestern Abend vorhatte?« Sie wandte ihren Kopf zur Seite und starrte zur Wand. »Nein, er hat es mir nicht verraten.« Ketteler war überrascht. »Ihr habt keine Ahnung, wo er hin wollte?« Ihre Stimme klang klar und ruhig. »Genau das, Herr Richter. Signora Navarrete verließ häufig die spanische Residenz, ohne mit mir darüber zu reden. Allerdings machte er keinen Hild daraus, dass er gern dem Wein und anderen Vergnügungen zusprach. Nicht selten kam er sehr spät in der Nacht zurück. Deshalb machte ich mir keine Sorgen, als ich gestern Abend zu Bett ging. Erst als er heute Morgen immer noch nicht zurück war, bat ich den Condé de Peñaranda, Nachforschungen anzustellen. Ich nehme an, Herr Richter, wenn ihr in den Schenken der Stadt herumfragt, werdet ihr erfahren, wo sich mein Mann aufgehalten hat.« Kapitel 5 »Nicht gerade das Urbild einer trauernden Witwe«, sagte Freigraf Ketteler, als sie wieder auf der Straße standen. »Ja, Signora Navarrete schien über das Ableben ihres Gatten nicht sonderlich betrübt«, stimmte Pater Martin zu. Ketteler schaute zum Himmel, wo sich dunkle Wolken zusammenschoben. Erste Schneeflocken segelten durch die Luft. »Verdammtes Wetter«, knurrte er. »Warum haben wir nicht die Pferde genommen?« »Weil ihr befürchtet, dass euer Pferd unter euch zusammenbricht?« sagte Martin trocken. »Der Freigraf grunzte. Macht ihr euch über mich lustig? Habt ihr denn kein christliches Mitleid mit einem gichtgeplagten alten Mann?« Übertrieben breitbeinig stapfte er voran. »Keineswegs«, versicherte Martin fröhlich, »es ist ein Wunder, wie er trotz eurer körperlichen Schwäche die Aufgaben eines Freigrafen so meisterlich bewältigt.« »Das will ich meinen«, Ketteler tat so, als hätte er den ironischen Unterton nicht gehört. »Was steht als nächstes auf dem Programm?« fragte der Pater nun wieder sachlich. »Ich fürchte«, antwortete sein massiger Begleiter säuerlich, »es bleibt uns nichts anderes übrig, als den Ratschlägen des Grafen Peñaranda zu folgen. Wir müssen die französische, die portugiesische und die niederländische Gesandtschaft aufsuchen und um Auskunft bitten. Vielleicht haben wir Glück und man liefert uns den Wörter auf einem silbernen Tablett. Sollten wir nicht lieber die Anregung der Witwe aufgreifen und die Schankwerte befragen lassen?« Ketteler grinste. »Schon geschehen, Pater. Heute morgen, bevor ich ins Paulinum kam, habe ich meine Brutmeister losgeschickt. Ihr mögt mich für einen Trottel halten, aber manchmal komme selbst ich auf einen klugen Gedanken.« Martin lächelte zurück. »Niemals würde ich so etwas denken, geschweige denn behaupten.« Sie hatten den Spiekerhof erreicht und verließen die Jüdefelder Leihschaft. »Welche Gesandschaft besuchen wir als Erste?« erkundigte sich Martin. »Ich dachte an die Franzosen,« gab der Freigraf zur Antwort. »Die Portugiesen sind bei ihnen untergekrochen und außerdem liegt die Domkuri, in der sie Quartier genommen haben, auf dem Weg zu den Niederländern.« Er hielt zwei Bootmeister an, die auf dem Spiekerhof patrouillierten und schickte sie zur französischen Residenz, um ihren Besuch anzukündigen. Die Torwächter am Horsteberg grüßten, als der Freigraf und seinem Begleiter die Domimmunität betraten. Pater Martin dachte nach. »Glaubt ihr wirklich,« sagte er nach einer Weile, »dass uns eine der Gesandschaften den Täter ausliefert, falls er den Mord gestanden hat?« Kettler schüttelte den Kopf. »Nein. Sie werden die Immunität in Anspruch nehmen, die allen Gesandschaftsangehörigen zusteht. Aber das ist gar nicht so wichtig. Mir würde ein Schuldeingeständnis vollauf genügen. Die Spanier werden zwar maulen, doch letztlich nicht riskieren, die Verhandlungen scheitern zu lassen. Wenn der Betreffende prinzipal klug ist, schickt er den Täter in die Heimat, und alle sind zufrieden. Sie kamen an den mächtigen Mauern des Paulusdomes vorbei. Diesen Weg muss Navarrete auch genommen haben. Kettler blieb stehen und blickte nach oben. »Wartet mal.« Martin folgte seinem Blick. »Meint ihr, es könnte uns weiterhelfen, wenn wir wissen, wo der Mörder gestanden hat?« »Es kam auf einen Versuch an, obwohl ich Treppensteigen hasse.« Durch das Westportal mit dem Paradies gelangten sie in den dämmerigen Chorraum. Kettler rannte sich zu dem Südturm auf der rechten Seite, der dem Michaelis-Tor gegenüberstand. Die Tür am Fuß des Turms war nicht verschlossen. Im schummrigen Licht, das von oben hereinfiel, erkannten sie schemenhaft die ersten Stufen der Wendeltreppe. »Auf denn«, machte sich der Freigraf Mut. Bald war der behändere Gottesmann den Augenkettlers entschwunden. Laut ächzend und Verwünschungen ausstoßend kletterte er hinterher. Trotz der Kälte lief ihm der Schweiß über das Gesicht. Als er stehen blieb, um zu Atem zu kommen und sich den Schweiß zu wischen, hörte er seltsame Geräusche von oben. »Pater Martin«, brüllte er die Treppe hinauf. »Was geht da vor?« Eine Antwort blieb aus und der Freigraf beschleunigte seine Schritte. »Welche Teufelei ist da im Gange?« murmelte er zu sich selbst. Seine rechte Hand lag auf dem Griff des Dolches, bereit, ihn blitzschnell herauszuziehen und einem Finsterling in den Wands zu stoßen. Zwei Absätze weiter warteten drei Männer auf ihn. »Freigraf«, rief Pater Martin besorgt, »ir seht aus, als würde euch der Schlag treffen.« »Unsinn«, keuchte Kettler und lehnte sich gegen die Wand. Sein Gesicht war puterrot, die Augen glasig. Neben dem Pater standen der Küster und ein Zimmermann, der sich an der Holztür zu schaffen gemacht hatte. Das erklärte die seltsamen Geräusche. »Ihr hattet recht«, verkündete Martin, »letzte Nacht hat jemand die Tür zu diesem Raum aufgebrochen.« »Aha«, endlich verschwanden die Sterne, die vor Kettel das Augen einen wilden Tanz aufgeführt hatten. Mit wackeligen Beinen folgte er dem Pater in das Turmzimmer. »Von dort aus hat er geschossen«, Martin zeigte auf das weit geöffnete Fenster. Kettler lehnte sich auf die Fensterbank und sog die eiskalte Luft ein. Zwischen den kahlen Bäumen blitzte das Torhäuschen von Michaelis auf. »Ein verdammt guter Schütze«, wiederholte der Freigraf seinen Gedanken von gestern. Plötzlich fröstelte ihn. Eigentlich lag der Torwächter nicht ganz falsch. Aus einer solchen Entfernung einen Mann ins Herz zu treffen, grenzte an Magie. »Sieh mal an«, Martin bückte sich und hob einen Armbrustfall auf. »Den hat er verloren.« »Also doch nur ein Mensch«, dachte der Freigraf beruhigt. Nach dem Abstieg musste Kettel auf einer Kirchenbank verschnaufen. Pater Martin sprach kniend ein kurzes Gebet, dann setzte er sich neben den schwer atmenden Polizisten. »Habt die Franzosen von den Türken übernommen haben?« »Sie nennen es Kaffee. Es wird warm aus Porzellantassen getrunken und soll bitter und zugleich süß schmecken, weil man ein paar Löffel Zucker hineinrührt. Ich hoffe, sie bieten uns etwas davon an.« Martin verzog angewidert das Gesicht. »Ihr wollt das Zeug doch nicht etwa trinken.« »Warum nicht?« Kettler leckte sich die Lippen. »Man sagt, es sei Medizin und banne die faulen Säfte des Körpers.« »So wie das Kraut, dessen Rauch ihr einatmet?« »Sprecht ihr vom Tabak?« Der Freigraf lachte leise. »Es gibt nichts Herrlicheres, als mit einer brennenden Pfeife am Kamin zu sitzen. Die Sorgen sind wie weggeblasen. Ihr solltet es mal versuchen.« »Meine Ordensregeln verbieten mir dererlei Genüsse. Und ich bin nicht traurig darüber.« »Kennt ihr die Geschichte von Kolumbus, der dem ersten Indianer, den er rauchen sah, einen Eimer Wasser über den Kopf schütten ließ, weil er dachte, der wilde Borsche würde innerlich brennen? Das würde ich mit euch auch gerne machen. Die ganzen Gifte, die ihr schluckt und einatmet, werden euch noch umbringen. An irgendetwas muss man ja sterben. Ich habe noch keinen gesehen, der das Leben überlebt hätte. Bis auf Jesus Christus, natürlich.« Kettler stand auf. »Und nun lasst uns diese verfluchten, hochnäsigen Franzosen besuchen. Mäßigt eure Worte, Freigraf. Ihr befindet euch in einer Kirche. Entschuldigt, Pater, das ist mir so rausgerutscht.« Die Franzosen stellten die größte Delegation in Münster. Zunächst hatte Kardinal Mazarin die Grafen Davaud und Servien geschickt, die mit jeweils mehr als hundertköpfigen Gefolge in der Domstadt eintrafen. Doch die beiden Grafen verbanden nicht nur ein alter Zwist, sie vertraten auch unterschiedliche politische Positionen, die sie öffentlich austrugen. Als die Bitten der französischen Regierung, sich untereinander zu einigen nicht fruchteten, sandte man als neuen Prinzipalgesandten und schlichter den Herzog von Longueville hinterher. Die junge und schöne Frau des Herzogs, Anne Geneviève de Bourbon-Condé, die später nachreiste, übernahm sofort die Rolle der ersten Dame des Kongresses. Ihr Einzug in Münster übertraf an Pracht den aller anderen Gesandten. Mit Kanonendonner und spalierbildenden Soldaten wurde sie empfangen, Maulesel, livrierte Pagen, Edelmänner zu Pferde und die Schweizer Garde zu Fuß gegen ihrer Sänfte und den Kutschen ihrer Hofdamen voraus. Doch trotz vieler Empfänge und Festlichkeiten, die der Herzog für sie veranstaltete, langweilte sich Anne Geneviève offensichtlich in Münster. Im Herbst hatte sie eine längere Reise in die Niederlande angetreten und schließlich, vor gut einem Monat, war zu ihrer Belustigung gar ein dressierter Elefant nach Münster geholt worden. Zusammen mit vielen anderen Schaulustigen hatte Freigraf Ketteler auf dem Prinzipalmarkt gestanden, als das graue Riesentier über die Münstersche Prachtstraße stampfte. Mit seinem Rüssel hatte der Elefant eine Fahne gehalten, die er über den Kopf schwenkte. Außerdem konnte er marschieren, einen Eimer Wasser tragen und Geld aufsammeln. Den größten Spaß aber hatten die Münsterschen Kinder, die am Ende der Veranstaltung in Sechsergruppen auf dem Rücken des Elefanten reiten durften. Im französischen Residenzhof, der nur etwa 300 Fuß vom Paulusdom entfernt lag, wurden der Freigraf und Pater Martin vom Grafen Davo empfangen. Die Franzosen trugen neuerdings, wohl um sich vom spanischen Schwarz abzuheben, bunte Gewänder. Davo machte da keine Ausnahme. Sein gelber Tuchrock kam Ketteler allerdings ziemlich aufdringlich vor. Der Freigraf musste an einen Papagei denken, ein Eindruck, der von der pompösen Perücke noch verstärkt wurde. Zur Überraschung seiner Besucher sprach Davo ein ausgezeichnetes Deutsch. Ich war lange Zeit als Botschafter in Deutschland, erklärte er mit einem gewinnenden Lächeln. Und nach meiner Überzeugung ist es von großem Vorteil, die Sprache des Landes zu sprechen, indem ich die Krone Frankreichs vertrete. Ich spreche leider nur Deutsch und ein paar Brocken Latein, entschuldigte sich Ketteler. Aber Pater Martin hier ist ein wahres Sprachgenie. Martin errötete schamhaft und behauptete, das sei eine gewaltige Übertreibung. Davo rieb sich die Hände. Im Audienzsaal der Kurie war es empfindlich kalt. Möchten die Herren eine Tasse Kaffee? Ein Getränk, das den Leib und die Seele wärmt? Sehr gern, antwortete der Freigraf wie aus der Muskete geschossen. Nein, danke, für mich nicht, widersprach Martin. Es handelt sich nicht um ein berauschendes Getränkpater, versicherte der Graf. Im Gegenteil, es macht den Kopf klar und stärkt die Kräfte des Geistes. Auch Kardinal Mazarin trinkt täglich seinen Kaffee. Nein, ich habe wirklich keinen Durst, blieb der Jesuit hartnäckig. Davo klatschte in die Hände und gab dem herbeieilenden Diener einen Befehl auf Französisch. Kurze Zeit später kehrte der Mann mit einem Tablett und zwei dampfenden Tassen zurück, die er vor dem Grafen und dem Freigrafen abstellte. Schlürfend nahm Ketteler einen Schluck von der schwarzen Brühe. Nun, fragte Davo gespannt. Ketteler hustete. Heiß. Ja, Kaffee muss heiß getrunken werden. Der Freigraf nahm einen zweiten Schluck. Und süß. Das machte Zucker. Davo lächelte. Jetzt sollten wir auf den Zweck eures Besuches zu sprechen kommen. Ihr seid in offiziellem Auftrag hier nehme ich an. Ketteler wurde ernst. Ihr habt sicher davon gehört, dass in der letzten Nacht ein spanischer Edelmann ermordet worden ist. Am Michaelis-Tor, gleich hier in der Nähe. Dummerweise fehlt noch jegliche Spur von seinem Mörder. Davo schaute ihn erwartungsvoll an. Wie ihr euch vorstellen könnt, fuhr Ketteler fort, sind die Spanier aufs Äußerste erzürnt. Und ihr Verdacht fällt, Gott sei's geklagt, auf die Kriegsgegner der spanischen Krone, mit denen auf den Schlachtfeldern manch blutiger Strauß ausgefochten wurde. Deshalb komme ich nicht umhin, euch zu fragen, hat einer eurer Männer die Tat begangen? Graf Davo blieb ruhig und verbindlich. Das sieht dem Grafen Peñaranda ähnlich, dass er solche Mutmaßungen anstellt. Aber nein, Freigraf, ich kann euch beruhigen. Wir Franzosen waschen unsere Hände in Unschuld. Wir haben dem Spanier kein Haar gekrümmt. So ganz unbegründet scheinen mir derlei Gedanken nicht, beharrte Ketteler. Ich erinnere euch an den Zwischenfall mit dem Kammerdiener Peñarandas. Der Franzose nickte betrübt. Eine peinliche, höchst bedauernswerte Episode. Glaubt mir, Freigraf, wir sind nach Münster gekommen, um einen wahren, wirklichen und dauerhaften Frieden zu schaffen. Er legte theatralisch die Faust an die Brust. Alles, was dieses Vorhaben stören könnte, ist so überflüssig wie die Pest. Um ehrlich zu sein, Freigraf, auch ich war ein wenig erschrocken, als ich heute Morgen von der Tat hörte. Zusammen mit dem Herzog von Longueville und dem Grafen Servien habe ich beraten, was zu tun sei. Wir haben die Angelegenheit sehr ernst genommen. Unser Sicherheitsdienst wurde beauftragt, jedes einzelne Mitglied der französischen Gesandtschaft, ob Edelmann, Page oder Pastetenbäcker, zu befragen. Und das Ergebnis ist eindeutig. Kein Franzose war an der Tat beteiligt. Andernfalls, dessen kann ich euch versichern, hätte ich mit eisenharter Faust durchgegriffen. Ketteler trank den letzten Schluck des inzwischen lauwarmen Kaffees. Jetzt schmeckte er bitter. Gilt das auch für die Gäste in eurer Botschaft, für die Portugiesen und die Katalanen? Ja, uneingeschränkt ja. Ich vertraue den Worten ihrer Gesandten. Sie würden es nicht wagen, die französische Gastfreundschaft zu missbrauchen. Nun, der Freigraf erhob sich. Dann will ich euch nicht länger stören. Ich danke euch herzlich für eure Auskünfte. Davo brachte seine Gäste zur Tür. Ich würde mich freuen, euch übermorgen bei der Aufführung unseres Friedensballetts in der Ratskammer wiederzusehen, lieber Freigraf. Das gleiche gilt natürlich auch für euch, Pater. Martin öffnete schon den Mund, um sein Bedauern zu äußern. Da sagte Ketteler, wir kommen beide gern, nicht wahr, Pater Martin? Aber ich, er ist so ein bescheidener Mensch, Graf Davo, ich werde dafür sorgen, dass er mich begleitet. Davo lächelte höflich. Warum wollte er mich unbedingt zu diesem Friedensballett schleppen, maulte Martin, als sie auf dem windigen Domplatz standen. Für einen Ordensmann geziemt es sich nicht, einer solchen Frivolität beizuwohnen. Papperlapapp, knurrte Ketteler. Ein Friedensballett dient dem Frieden, nehme ich an, und nicht der Lustbarkeit. Außerdem schadet es nichts, wenn wir die Franzosen im Auge behalten. Ich traue dem Grafen Davo nicht. Seine Zusicherung, dass sich der Täter nicht in der französischen Residenz aufhält, kam allzu eilfertig. Wie will er das bei über 400 Köpfen, die die Franzosen zählen, die Portugiesen und Katalanen nicht eingerechnet überhaupt prüfen? Martin dagegen traute den Worten Kettlers nicht. Misstrauisch suchte er im Gesicht des Freigrafen nach Anzeichen für diebische Freude über den gelungenen Streich. Wie hat euch denn der Kaffee geschmeckt? fragte er spitz. Ihr seid ganz grün im Gesicht und eure Hände zittern. Unsinn, lachte Ketteler, ich merke fast nichts. Ehrlich gesagt habe ich mir mehr versprochen. Das heißt, ein bisschen wacher fühle ich mich schon und unternehmungslustig. Und wohin führt uns euer Unternehmungsgeist als nächstes, ergab sich Martin in sein Schicksal. Ketteler hauchte in seine eiskalten Hände. Zu den Niederländern, dann haben wir es hinter uns. In diesem Moment kam ein berittener Bootmeister herangesprengt. Vor den beiden Männern zügelte er sein Pferd. Ich habe euch schon überall gesucht, Herr Freigraf. Hier bin ich, rief Ketteler. Was gibt es? Wir haben die Schenke gefunden, in der sich der Spanier letzte Nacht aufgehalten hat. Kapitel 6 Der Wirt in der Schenke zum wilden Mann auf der Salzstraße zuckte zusammen, als Freigraf Ketteler und Pater Martin eintraten. Ketteler blieb an der Tür stehen und musterte mit einem Feldherrnblick die Runde. Nur wenige Zecher saßen auf den Bänken und schlürften dünn Bier oder löffelten eine Suppe. Es stank nach Bier und Brandwein und das auf dem Boden ausgelegte Stroh, das sich mit Dreck und Essensresten mischte, hätte schon längst erneuert werden müssen. Die kleinen beweglichen Schatten unter den Tischen hielt Ketteler jedenfalls für Ratten, ein sicheres Zeichen, dass es der Schenke an Reinlichkeit mangelte. Der Mann mit den kurzen grau-blonden Haaren und dem ungepflegten Kinnbart näherte sich unterwürfig. »Herr Freigraf, was verschafft mir die Ehre?« »Du bist der Schankwirt,« donnerte Ketteler. »Rolf Wissmann, jawohl, Herr Freigraf.« »Einen rechten Saustall führst du, Wissmann.« Der Wirt warf einen kurzen Blick über die Schulter. »Ja, es müsste mal gefegt werden, aber die Frau ist krank und der Bursche, ihr wisst ja, wie das ist.« Der Freigraf packte die aus derben braunen Stoff gefertigte Jacke des Mannes und zog ihn näher zu sich heran. Unter der Jacke kam ein schmutzig weißes Hemd zum Vorschein. »Warum bist du so ängstlich? Hast du etwas verbrochen?« »Nein, nein, es ist nur, weil ihr selbst, ich meine, eure Bootmeister waren hier und haben nach einem Spanier gefragt. Ich dachte nicht, dass das so wichtig ist.« »Der Spanier war also hier.« »Ja, das heißt, ich glaube, dass es ein Spanier war, so genau weiß ich es nicht.« »Was hat er gemacht?« »Nichts weiter.« Wissmann wich den Blick des Freigrafen aus. »Er hat da auf der Bank gesessen und seinen Wein getrunken.« Ketteler gab dem Mann einen Stoß, sodass er mehrere Schritte rückwärts taumelte. »Du lügst. Entweder du spuckst jetzt die volle Wahrheit aus oder ich stecke dich in den Turm.« »Was wollt ihr nur von mir?«, jammerte Wissmann. »Ich bin ein kleiner Schankwirt, der sehen muss, wie er über die Runden kommt. Ich kann es mir nicht leisten, Gäste abzuweisen, und manchmal kommen auch Frauen, die, nun ja, auf der Suche nach Männern sind.« »Aha«, Kettlers Stimme klang scharf wie geschliffenes Eisen. »Hier verkehren also leichte Mädchen.« »Verkehren wäre, zu viel gesagt, eigentlich recht selten.« »Du weißt, was auf Kuppelei steht«, unterbrach ihn Ketteler. »Möchtest du ein paar Jahre im Kerker schmoren oder aus der Stadt geworfen werden?« »Nein, bitte, Herr Freigraf, tut mir das nicht an.« »Ich könnte darüber hinwegsehen«, lockte der Freigraf, »wenn du mir haarklein berichtest, was hier gestern Abend geschehen ist.« Wissmann stöhnte. »Eines dieser Mädchen, Katharina heißt sie, ist hereingekommen und hat sich zu dem Spanier gesetzt.« »Und weiter?« »Na, die beiden haben Wein getrunken und ein bisschen possiert, und dann sind sie zusammen weggegangen.« »Wer war da nicht? Hat es vielleicht einen Streit gegeben? Ein anderer Mann, der ebenfalls mit Katharina abziehen wollte?« »Nein«, Wissmann hob drei Finger, »bem heiligen Vater und allen Heiligen. Ich schwöre, dass ich die Wahrheit sage.« »Allerdings«, »rede, Mann«, grollte Ketteler erneut. »Heute Morgen ist ein anderes Mädchen erschienen. Sie hat sich nach Katharina erkundigt. Sie schien besorgt zu sein, weil Katharina in der letzten Nacht nicht nach Hause gekommen ist.« »Pater Martin, der die ganze Zeit schweigend zugehört hatte, konnte seine Neugier nicht länger zügeln.« »Ist die andere Frau auch ein leichtes Mädchen?« Wissmann zuckte mit den Schultern. »Die andere kenne ich nicht, aber es ist gut möglich.« »Wisst ihr, wie sie heißt?« »Nein, sie hat ihren Namen nicht genannt.« »Dann könnt ihr uns vielleicht sagen, wo Katharina wohnt?« Wissmann überlegte. »Sie hat es mal erwähnt, wartet, irgendwo in der Liebfrauenleihschaft.« »Ich glaube, auf dem Lappenbrink.« »Wir sollten sie sofort aufsuchen«, wandte sich Martin an den Freigrafen. »Die beiden Frauen wohnen anscheinend zusammen, und wenn wir Katharina finden, wissen wir auch, was Navarrete zugestoßen ist.« »Gemach, gemach, Pater«, Ketteler rieb sich den Wanst. »Ihr habt natürlich recht, aber in meinem Magen ist ein riesiges Loch, das gefüllt werden will. Mit leerem Bauch kann ich nicht denken.« Martin verzog angewidert das Gesicht. »Ihr wollt doch nicht etwa in dieser Spelunke essen.« »Warum denn nicht? Hast du was Anstelliges auf dem Ofen?« Die letzte Frage galt dem Wirt. »Gewiss,« versicherte der, »ich könnte euch ein leckeres Hühnchen anbieten. Ihr seid selbstverständlich eingeladen.« Der Freigraf nickte gnädig. »Und dazu einen Roden, falls er nicht zu sauer ist.« Seufzend bestellte Martin einen Hirsebrei und einen Becher Dünnbier. Schmatzend legte Ketteler die abgenagte Hühnerkeul auf den Tisch. »Ah, das kam zur rechten Zeit. Mögt ihr die Pampe nicht?« Martin hatte seinen Hirsebrei kaum angerührt. »Ich habe keinen großen Hunger. Woher wusstet ihr, dass der Wirt lügt?« Der Freigraf zwinkerte. »Eine Menge Augen und Ohren stehen in meinen Diensten. Ich muss doch wissen, wo die Täubchen ein- und ausfliegen und wo sich die Füchse treffen, um Hühner zu stehlen.« »Und ihr unternehmt nichts dagegen?« »Ach«, Ketteler riss einen Hühnerflügel ab. »Den Wirten kann man nicht nachweisen, dass sie daran verdienen. Und was mit den Huren geschieht, habe ich euch schon gesagt. Meist sind es ja arme, vom Leben gebeutelte Weiber, haben sich irgendwo auf dem Dorf einen unehelichen Balk andrehen lassen und kommen dann in die Stadt, um das Einzige zu verkaufen, was sie noch besitzen, ihren Leib.« »Das rechtfertigt kein Leben in Sünde,« sagte Martin scharf. »Ihr müsst das so sehen, Pater.« Ketteler spuckte einen Hühnerknochen auf den Tisch. »Aber ich richte über Straftaten und nicht über Moral. Obwohl«, er trat nach einer Ratte, die sich bis unter ihren Tisch vorgewagt hatte, man dieses Drecksloch wirklich schießen sollte. Der Wirt brachte einen zweiten Becher Rotwein. »Für euch noch ein Bier, Pater?« »Nein, danke«, wehrte Martin ab. Der Freigraf nahm einen tiefen Schluck. »Als nächstes habe ich zwei und zwei zusammengezählt. Nach dem, was uns Senora Navarete erzählt hat, war ihr seliger Gatte nicht der Mann, der still in einer Schenke sitzt und einsam seinen Rotwein kippt. Also, dachte ich, klopf einfach mal ein bisschen auf den Busch und siehe da, wir haben die erste Spur in unserem Vermalledeitenfall.« Sie saßen an der hinteren Wand der Schenke, neben dem prasselnden Kaminfeuer. Martin sah zu, wie sich Ketteler über die Reste des Hühnchens hermachte. »Wie geht es eigentlich eurer Tochter?« Die Hand, die einen Fleischbrocken hielt, stockte auf halbem Weg zum Mund. Die gute Laune des Freigrafen war auf einen Schlag wie weggeblasen. »Immer noch nicht besser«, sagte er zerknirscht. »Sie liegt den ganzen Tag im Bett und isst kaum etwas. Das Einzige, wofür sie sich interessiert, sind Bücher mit traurigen Gedichten.« Er senkte die Stimme zu einem Flüstern, das gleichwohl bis in den letzten Winkel der Schenke drang. »Ich habe heute Morgen mit Dr. Rottendorf gesprochen. Er sagt, es könne sich um Melancholie handeln, schwarze Galle im Blut. Er will sie sich ansehen und eine Medizin zubereiten.« Martin lehnte sich zurück. »Sobald ich Zeit finde, würde ich gern mit Anna sprechen.« Ketteler wurde blass. »Glaubt ihr, dass sie von einem bösen Geist besessen ist? Wollt ihr den Dämon austreiben?« Der Pater lächelte. »Exorzismus ist kein Allheilmittel. Erst einmal möchte ich nur mit ihr reden. Ich lese nämlich auch Bücher mit traurigen Gedichten.« Untertitelung des ZDF, 2020 »Das Empfinden.« »Hierю. »Glaubt ihr, » È das erst mal raus educated, » wil ich mich jetzt schnell?« »Hierer ist heute nochmal ein Beispiel. »D aleg reporten zuges年的 «Y19-Bsprung des ZDF, 2020 » und das midnight Unidos »War und antennae » traps mich plötzlich mit einem ski befins.« Musik 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 Kapitel 7 Der Lappenbrink war eine schmale Straße in der Liebfrauenleihschaft in der Nähe des Klosters Hoffringe. Einige alte Frauen, die der Freigraf befragte, hatten angeblich keine Ahnung, wo die Hure Katharina wohnte, doch schließlich führte sie ein kleiner Junge zu einem schmalen Fachwerkhaus, das sich verdächtig, krumm und schief zum Nachbarhaus neigte. Ein dreckiger Finger zeigte zum Dach. Da oben wohnt sie. Danke, mein Junge. Kettler drückte ihm einen Kreuzer in die Hand und der Kleine rannte freudestrahlend davon. Nun denn, Pater, Kettler holte Tiefluft. Mir bleibt wohl nichts erspart. So viel gelaufen und geklettert wie heute bin ich schon lange nicht mehr. Martin lächelte. Ein bisschen Bewegung tut euch ganz gut. Ein bisschen, ganz richtig, aber zu viel ist ungesund. Das gilt für den Wein und besonders für die körperliche Ertüchtigung. Soll ich allein hinaufgehen? fragte Martin schmunzelnd. Nein, der Freigraf spielte den Gekränkten. Ich bin vielleicht alt, aber noch lange kein Greis. Lautschnaufend erklomm Kettler die Stufen der Stiege. Oben unter der Dachschräge befand sich eine einzige, zugige Kammer. Polternd riss der Untersuchungsrichter die Tür auf. Eine junge Frau in schwarzem Umhang und mit Haube blickte ihn erschrocken an. Offensichtlich wollte sie gerade gehen, denn vor ihr auf den Holzdielen lag ein prall gefüllter Reisesack. Wer seid ihr? fragte die Frau mit zitternder Stimme. Ich bin Bernd Kettler, der Freigraf der Stadt Münster. Er schob sich seitlich durch den Türrahmen. Und mit wem habe ich die Ehre? Mein Name ist Maria Teckenborg. Kettler blickte sich um. Das Zimmer war ärmlich eingerichtet, aber sauber. Zwei wackelige Betten, gefüllt mit Strohsäcken, nahmen die gerade Rückwand in Beschlag. Das übrige Mobiliar bildeten zwei Stühle und eine Truhe. Neben der Tür standen ein Krug Wasser und eine Schüssel. Die Luft im Raum war so kalt, dass sich auf dem Wasser eine dünne Eisschicht gebildet hatte. Einen Ofen oder Kamin gab es nicht. Der Freigraf baute sich vor Maria Teckenborg auf. Ihre Augen waren rot gerendert, als hätte sie lange geweint. Hast du die Absicht zu verreisen? Ja, ihr Blick flatterte. Wohin? Nach Raasfeld, dort wohnt meine Familie. Kettlers Stimme dröhnte laut und schroff. Warum, wenn ich fragen darf? Es gefällt mir nicht mehr in Münster. Sie griff nach dem Sack und zog ihn zu sich heran. Ich kann gehen, wohin ich will. Ich habe nichts Verbotenes getan. Der Freigraf ging nicht darauf ein. Wart ihr heute Morgen in der Schenke zum wilden Mann? Maria Teckenborg zuckte zusammen. Woher wisst ihr das? Wo ist die Hure Katharina? Plötzlich fiel die mühsam aufrechterhaltene Beherrschung von ihr ab. Tränen schossen ihr in die Augen. Ich, sie ist verschwunden. Rede, Weib, donnerte Kettler. Was ist heute Nacht geschehen? Schluchzend sank die junge Frau zusammen. Pater Martin legte eine Hand auf die Schulter seines bulligen Freundes. Lass mich mit dir reden, flüsterte er. Wartet bitte draußen. Der Freigraf sah ein, dass er mit seinen Methoden nicht weiterkam und verzog sich ins Stiegenhaus. Martin hockte sich neben die weinende Frau auf den Boden und sprach ein Gebet. Langsam beruhigte sie sich. Du verdingst dich auch als Hure, nicht wahr? fragte Martin leise. Sie nickte. Und du bist zu Tode erschrocken, weil du glaubst, dass Katharina etwas zugestoßen ist. Sie nickte erneut. Es ist ein fürchterliches Leben, Pater. Die Männer sind so grausam. Sie schlagen und treten uns, weil sie glauben, wir wären der letzte Dreck. Katharina hat das immer viel leichter genommen als ich. Sie hat gelacht und gescherzt. Du musst die Männer nehmen, wie sie sind, hat sie gesagt. Dann kommst du mit ihnen zurecht. Und jetzt ist sie tot. Woher weißt du das? Sie ist immer zurückgekommen. Sie lässt mich nicht allein, nicht Katharina. Sie war so etwas wie eine große Schwester für mich. Möglicherweise ist sie verletzt und liegt im Hospital. Ich habe schon im Abend im Hospital nachgefragt. Trotzdem musst du nicht das Schlimmste annehmen. Ich verspreche dir, wir werden Katharina suchen und sie finden. Und jetzt sag mir, wann du sie zuletzt gesehen hast. Gestern Abend, so gegen sieben. Sie hatte sich fein gemacht und wollte in den wilden Mann. Martin, wie macht ihr das, wenn ihr auf Männerfang geht? Was meint ihr, Pater? Martin errötete. Wohin geht ihr mit den Freiern? Ach so, mal hierhin, mal dorthin, je nachdem. Langsam fasste sie zutrauen zu dem schüchternen Priester. Wenn die Männer es sich leisten können, nehmen wir ein Zimmer in einer Schenke. Wenn nicht, bringen wir sie hierher rauf. Die andere geht dann so lange raus. Oder? Sie wandte sich ab. Wir machen es ihnen in einer dunklen Ecke. Martin schluckte. Mit belegter Stimme fragte er. Und du? Warst du gestern nicht unterwegs? Nein, ich hatte meine Tage und fühlte mich nicht wohl. Warum bist du so sicher, dass Katharina nicht bei einem Mann geblieben ist? Sie ist nie geblieben. Du musst gehen, bevor es ihnen leid tut, waren ihre Worte. Wenn du bis zum Morgen bleibst, halten sie es für Liebe und fordern ihr Geld zurück. Katharina kam spätestens um Mitternacht zurück. So hat sie es gehalten, seitdem wir zusammen sind. Martin nickte ihr aufmunternd zu. Denk nach, Maria. Wollte Katharina einen bestimmten Mann treffen? Die Frau überlegte. Schon möglich. So etwas kommt also vor. Ja, manchmal hat sie Verabredungen getroffen. Der Wirt in der Schenke zum wilden Mann hat uns erzählt, dass sie mit einem Spanier possiert hat. Nein, Maria schaute ihn entsetzt an. Dann ist es wahr. Was ist wahr? Sie ist tot. Ich habe es heute beim Bäcker gehört. Man hat den Spanier ermordet. Sie vergrub das Gesicht in den Händen. Tränen tropften auf ihren Rock. Martin strich ihr über den Kopf. Als der Spanier getötet wurde, war Katharina nicht bei ihm. Solange die Polizei ihre Leichen nicht gefunden hat, besteht noch Hoffnung. Sie ist tot, beharrte Maria. Er hätte gern widersprochen, doch auch ihm fehlte die Überzeugung. Kannte sie den Spanier? Fragte er stattdessen. Ihr Kopf bewegte sich auf und ab. Wie haben sich die beiden verständigt? Er sprach ein paar Brocken Deutsch, kam es dumpf hinter den Händen hervor. Pater, was soll ich nur tun? Geh zu deiner Familie, sagte er warmherzig. Du hast dein Leben in Sünde geführt, aber wenn du bereust und Gott um Verzeihung bittest, kannst du Gnade erlangen. Es wird nicht einfach für dich sein. Die Leute werden sich von dir abwenden oder dich anspucken. Lass es geschehen. Führe ein bescheidenes und gottesfürchtiges Leben. Das ist mein Rat. Sie richtete sich auf und griff nach seiner Hand. Glaubt ihr, dass ich das schaffe? Ja, das glaube ich. Ich war dumm, sagte Kettler zerknirscht. Ich hätte sie nicht so grob behandeln sollen. Zum Glück hattet ihr mich. Ein leises Lächeln huschte über das Gesicht von Pater Martin. So etwas nennt man wohl vertauschte Rollen. Der Freigraf guckte ihn fragend an. Erinnert ihr euch an unser Gespräch in der Schenke? Ihr habt Verständnis für die Huren geäußert. Ich beharrte auf dem Standpunkt der Kirche. Und kaum stehe ich einer solchen Sünderin gegenüber, zerfließe ich schon vor Mitleid. Die beiden Männer gingen eine Weile wortlos weiter. Der kurze Wintertag neigte sich seinem Ende zu. Und in den Gassen, die zum Domplatz zurückführten, wurde es bereits düster. Solange wir Katharina nicht gefunden haben, kommen wir nicht weiter, brach Kettler das Schweigen. Glaubt ihr, dass sie die Stadt verlassen hat? Ohne ihrer Busenfreundin eine Nachricht zukommen zu lassen? Mit nichts weiter als einem Kleid auf dem Leib? Nein. Dann geht ihr also auch davon aus, dass sie tot ist. Der Jesuit zuckte resignierend mit den Schultern. Aber warum ist sie ermordet worden? dachte der Freigraf laut. Und wer macht sich die Mühe, ihre Leiche zu verstecken? Das alles ergibt doch keinen Sinn. Vielleicht hat Katharina die Auseinandersetzung zwischen Navarrete und seinem späteren Mörder mitbekommen. Ich meine die Messersticherei, von der ihr mir berichtet habt. Nachdem der Schurke sein Opfer auf dem Domplatz niedergestreckt hatte, ist er zurückgekommen, um die Zeugin zu beseitigen. Ja, so könnte es gewesen sein, stimmte Kettler zu. Aber ohne Leiche bleibt die Spur kalt. Was bleibt da noch übrig? Er rieb sich unfroh die Hände. Die niederländische Gesandtschaft. Ich bitte um Verzeihung, Freigraf, doch dorthin kann ich euch nicht mehr begleiten. Wieso? Ich muss zum Paulinum zurück. Ich habe ohnehin schon ein schlechtes Gewissen, weil ich meine Schüler vernachlässigt habe. Das Drama ist sehr wichtig für die Schule. Die meisten Stadträte besuchen die Aufführung und auch etliche katholische Gesandte. Wenn der Rektor erfährt, womit ich den Tag verbracht habe, bekomme ich seinen Zorn zu spüren. Na ja, sagte der Freigraf lahm, die Niederländer können auch bis morgen warten. Seit dem frühen Morgen laufe ich mir die Beine krumm. Wo soll ich Stühle für euch reservieren lassen? fragte Martin beiläufig. Vorne oder lieber hinten? Stühle? Wofür? Nun, ich rechne fest mit eurem Erscheinen morgen Abend und ich hoffe, ihr bringt eure Gattin und Anna mit. Die Abwechslung wird ihr gut tun. Der Freigraf verhaspelte sich. Eigentlich wollte ich gar nicht. Ich meine, ist euch das französische Friedensballett vielleicht wichtiger als ein katholisches Lehrstück? Nein. Und habt ihr mich nicht dazu verpflichtet, die Darbietung der Franzosen zu betrachten? Ja. Ganz sicher wollt ihr nicht mit zweierlei Maß messen. Nein. Kettler streckte die Waffen. Ich werde versuchen, Anna zu überreden, aber versprechen kann ich nichts. Was? Was werden eure Schüler denn spielen? Sankt Alexander Carbonarius. Ein Stück über die Gefahren der Eitelkeit. Sehr lehrreich und gewinnbringend. Oh ja, stöhnte Kettler. Ich verstehe. Kapitel 8 Lustlos verschlang Kettler die Pfannkuchen mit Speck, sonst eines seiner Leibgerichte. Nur mit halbem Ohr hörte Elisabeth zu, die sich über die gestiegenen Preise auf dem Markt beschwerte und irgendeinen Händel mit der Köchin ausgetragen hatte. Der Grund war ihm bereits wieder entfallen. Und auch die Litanei über Annas Halsstarrigkeit rauschte an ihm vorbei. Du hörst mir ja überhaupt nicht zu, Bernd. Kettler schreckt er auf. Was? Elisabeth kämpfte mit den Tränen. Liegt dir so wenig an deiner Tochter? Lass gut sein, Weib, sagte er matt und nahm einen tiefen Schluck aus dem Weinbecher. Ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht. Bürgermeister Timmerscheid macht mir die Hölle heiß, wenn ich das Rätsel um den ermordeten Spanier nicht löse. Außerdem habe ich eine verschwundene Hura am Hals und in Sennen rennen die Pestkranken durch die Straßen. Anna ist mir lieb und teuer, aber alles auf einmal ist zu viel für mich. In Elisabeths betretenes Schweigen dröhnte ein lautes Klopfen an der Haustür. Die Mine des Freigrafen hältte sich auf, als er den Besucher erkannte. Dr. Rottendorf, welch hoher Besuch zu später Stunde! Der Arzt verbeugte sich vor der Hausherrin. Es tut mir leid, dass ich erst jetzt kommen kann. Ich wurde im Spital aufgehalten. Wir haben wohl einige Fälle von ungarischer Fiebersucht und ich muss Vorsorge treffen, dass sich die Krankheit nicht ausbreitet. Er stellte eine Karaffe mit einer gelblichen Flüssigkeit auf den Tisch. Eure Medizin, Freigraf, ich hatte noch einen Rest bei mir im Haus. Abends und morgens die Knie damit anfeuchten und vorsichtig einreiben und schon bald werdet ihr die heilsame Wirkung spüren. Mit glänzenden Augen nahm Kettler die Karaffe in die Hand. Wo sind denn die Regenwürmer? Rottendorf grinste. Der Spiritus wird geseit, nachdem er ein paar Tage gezogen hat. Setzt euch doch, bat Elisabeth. Wollt ihr einen Becher Wein mit uns trinken? Vielen Dank. Rottendorf blieb stehen. Mit eurer Erlaubnis möchte ich rasch einen Blick auf die junge Patientin werfen. Ich muss morgen in aller Frühe wieder zum Spital. Anna? Elisabeth warf ihrem Mann einen besorgten Blick zu. Du hast mit Dr. Rottendorf über Anna gesprochen? Heute Morgen erwähnte ich das nicht? Wann sollte das gewesen sein? Während des Abendessens hast du dich in Schweigen gehüllt. Stimmt. Kettler erhob sich. Ich hielt es für das Beste, Dr. Rottendorfs medizinischen Rat einzuholen. Und wo ich schon einmal hier bin, ergänzte der Arzt. Wie unhöflich von mir, sagte Elisabeth rasch. Natürlich bin ich euch dankbar, dass ihr eure kostbare Zeit unserer Anna opfert. Zu dritt gingen sie in die Obkammer. Anna legte das Buch beiseite, in dem sie gelesen hatte, und schaute den Arzt aufmerksam an. Du kennst doch Dr. Rottendorf, sagte der Freigraf. Wir haben ihn gebeten, dich zu untersuchen. Ein so berühmter Arzt wie er findet sich heraus, was dir fehlt. Oh, das wäre schön. Anna richtete sich auf. Auf ihrem bleichen und eingefallenen Gesicht lag ein wehmütiges Lächeln. Kettler und seine Frau zogen sich zurück. Er hat den Kurfürst kuriert und den Fürstbischof von Osnabrück. Er wird auch unserer Tochter helfen, meinte der Freigraf zuversichtlich. Ein so berühmter Mann ist nicht billig, sagte Elisabeth leise. Erst deine Medizin, dann eine Medizin für Anna. Da kommen einige Taler zusammen. Kettler schaute sie erstaunt an. Wie kannst du in einem solchen Moment ans Geld denken? Einer von uns beiden muss es ja tun. Sie setzte sich an den Kamin. Du kümmerst dich nur um deine Arbeit und erwartest, dass jeden Mittag und Abend Fleisch auf dem Tisch steht. Aber alles ist teurer geworden. Nicht nur das Fleisch, auch das Gemüse, die Eier, die Milch und der Käse. Von deinem Wein ganz zu schweigen. Und der Herr kauft sich auch noch kostbaren Tabak. Das Gehalt, das dir der Stadtrat zahlt, reicht hinten und vorne nicht. Zum Glück habe ich ein paar Taler zurückgelegt. Doch auch die gehen bald zur Neige. Der Freigraf machte große Augen. Und was ist mit der Untermiete, die wir von den Gesandten der Reichstätte bekommen? Wozu haben wir zwei Kammern abgetreten? Ja, was ist damit? Versetzte Elisabeth. Die Herren sind seit drei Monaten mit ihrer Miete im Rückstand. Sie warten auf Geld, das längst unterwegs sein soll, sagen sie. Der bullige Mann sank auf einen Stuhl. Das wusste ich ja gar nicht. Warum hast du mir nichts davon erzählt? Ich werde mir die beiden Wichte zur Brust nehmen und... Ich wollte dich nicht damit belasten. Elisabeth schaute in das prasselnde Feuer. In ihrer mehr als 20-jährigen Ehe hatte es sich so ergeben, dass sie sich allein um den Haushalt und das Geld kümmerte. Wenn sie zahlen, wird alles gut. Wenn nicht... Kettler nahm seine Pfeife und den Tabaksbeutel vom Kaminsims. Hörig auf zu rauchen. Nach einer Viertelstunde kam Dr. Rottendorf herunter. Sein Gesicht war ernst. Es ist leider so, wie ich vermutet habe, erklärte er dem Ehepaar. Anna leidet unter Melancholie, eine Krankheit, die sich nicht so leicht austreiben lässt. Ich werde eine Medizin bereiten, die die schwarze Galle bekämpft und ihren Körper stärkt. Dann können wir nur hoffen und beten. Nicht zuletzt liegt es an ihr selbst. Wenn sie leben will, kommt sie über die Krise hinweg. Sie redet in letzter Zeit so viel vom Sterben, sagte Elisabeth bekümmert. Das ist eine Auswirkung der Krankheit, meinte der Arzt. Vielleicht sollten wir ihr die Bücher wegnehmen, die sie liest, warf der Freigraf ein. Ihre trüben Gedanken finden in den trübseligen Gedichten neue Nahrung. Nein, widersprach Rottendorf, ihr solltet ihr nichts verbieten. Weckt ihren Lebensmut mit allem, was ihr Freude macht. Erwähntet ihr nicht heute Morgen einen Bräutigam? Liebe wirkt manchmal besser als jede Medizin. Kapitel 9 In aller Frühe saß Kettler beim Warmbier, das ihm die Köchin wie jeden Morgen auf dem Herd gekocht hatte. Ohne Genuss löffelte er die klebrigen vom Biersud durchtränkten Schwarzbrotbrocken. Für den Nachmittag war eine Stadtratssitzung angesetzt und bis dahin musste er erste Erfolge vorweisen. Auch hatte Pater Martin angedroht, nur ein paar Stunden erübrigen zu können. Den Rest des Tages brauche er für die Vorbereitung der Theateraufführung. Also galt es sich zu sputen. Nach dem hastigen Frühstück schnappte sich der Freigraf Mantel und Hut und machte sich auf den Weg zum Paulinum, wo er Martin abholen wollte. Doch schon auf der Lodgeri-Straße wurde er von zwei Bootmeistern aufgehalten, die ihm aufgeregt vom Fund einer Frauenleiche berichteten. Wer? fragte Kettler, obwohl er ziemlich sicher war, dass es sich um die Hure Katharina handelte. Die Frau ist unbekannt. Wie alt? Ungefähr 20 Jahre und gekleidet wie eine Hure. Wo? Im Diebeskäfig am Mauritztor. Den Torwächtern fiel heute Morgen auf, dass der Käfig halb im Wasser hing. Als ihn herauszogen, lag die Leiche darin. Du, sagte Kettler zu dem einen Bootmeister, läuf zum Paulinum, frag nach Pater Martin, er soll dich zum Mauritztor begleiten. Und du holst mir den Rolf Wismann, das ist der Wirt der Schenke zum wilden Mann auf der Salzstraße. Für gewöhnlich hing der eiserne Käfig an einer Stange über dem Stadtgraben am Mauritztor. Er diente zur Bestrafung von Dieben, die man auf frischer Tat ertappt hatte. Zum Gespött der Zuschauer mussten die Gauner ihre Kleidung ausziehen, bevor sie in den Käfig gesperrt wurden. Dann drückte der Scharfrichter das Ende der Stange, das sich über der Brücke befand, kräftig nach unten, sodass sich der Käfig in die Lüfte erhob. Sobald er die Stange losließ, sauste der Käfig auf der anderen Seite der Wippe nach unten und tauchte ins Wasser. Je nach Schwere des Vergehens wurde die Prozedur bis zu zehnmal wiederholt. Am Ende jagte man die Bestraften, die sich unter dem Gelächter der Umstehenden das Wasser aus der Lunge husteten, mit Schimpf und Schande aus der Stadt. Jetzt stand der Käfig auf der Brücke. Zwischen dem äußeren und dem inneren Stadttor und eine palavernde Menschenmenge bestaunte die Frauenleiche, die in einer Wasserpfütze auf dem Käfigboden lag. »Holt sie da raus«, befahl Kettler barsch den wartenden Polizeidienern. Von der Schönheit, die die Frau zweifellos einmal besessen hatte, war nicht viel übrig geblieben. Ihr Kopf war bläulich aufgedunsen und am geschwollenen Hals erkannte der Freigraf dunkle Flecken. Ein rotes, zerfetztes Kleid klebte an ihrem Körper. »Ist sie es?«, fragte eine Stimme neben ihm. Kettler drehte sich zu Martin um. Im Gesicht des Paters stand Mitleid, aber auch Abscheu geschrieben. Der Freigraf verstand die Gefühle seines Freundes. Selbst ihm, der in seinem Leben viele Tote gesehen hatte, gruselte beim Anblick von Wasserleichen. »Ich zweifle nicht daran, aber um Gewissheit zu erlangen, lasse ich den Schankwirt vom wilden Mann holen.« Die Polizeidiener legten den nassen Leib auf die Pflastersteine. Martin bekreuzigte sich. »Sie war noch so jung. Ich wollte, wir hätten sie vor dem Mörder gefunden.« »Ich glaube nicht, dass sie gestern noch unter den Lebenden weilte,« knurrte Kettler. Martin nickte. »Natürlich, so ist es gewesen. Die Leiche lag im Haus des Mörders oder an einem anderen Ort, der ihn verraten hätte. Und in der letzten Nacht hat er sie hierher geschleppt,« spann der Freigraf den Gedanken fort. »Das Schwein hat sich wirklich viel Mühe gegeben. Wenn wir ihn erwischen, wird es mir eine Freude sein, bei seiner Hinrichtung zuzusehen.« Die Menge der Schaulustigen teilte sich, und zwei Bootmeister schoben den Schankwirt Wissmann durch die entstandene Gasse. Wissmann sah bleich und verängstigt aus. »Was wollt ihr von mir?«, rief er schon von Weitem. »Ich habe alles gesagt.« »Ist das Katharina?«, fragte Kettler. Wissmann guckte nur kurz hin. »Ja. Kann ich jetzt wieder gehen?« Auf seiner Stirn standen Schweißperlen. »Einen Moment noch,« der Freigraf hielt ihn am Arm fest. »Wovor hast du Angst?« »Ich?«, lachte der Wirt meckernd. »Wie kommt ihr darauf?« »Halt mich nicht für blöd,« fauchte Kettler. »Du scheißt dir vor Angst in die Hosen.« Wissmann wischte sich verstohlen die Stirn. »Ich war nur überrascht, als die Bootmeister kamen.« »Sagt einmal, Wirt,« mischte sich Martin ein. »Wie war das, wenn Katharina in deiner Schenke mit einem Mann handelseinig wurde?« »Hat sie dann ein Zimmer bei dir genommen?« Wissmann schaute auf den Stadtgraben. »Ja, das kam vor.« »Und vorgestern Abend, als sie den Spanier traf?« Der Wirt schwieg. »Willst du einen Tag am Pranger stehen?« fuhr der Freigraf ihn an. »Da sind die beiden auch nach oben gegangen.« »Warum hast du das nicht gleich gesagt?« Wissmann stöhnt. »Ich hatte Angst um meine Lizenz. Es ist doch verboten. Haben die beiden zusammen die Schenke verlassen?«, fragte Martin weiter. »Nein, der Spanier ist zuerst gegangen. Katharina ist noch eine Weile geblieben.« »Und?« »Nichts weiter. Eine halbe Stunde später war sie auch verschwunden.« »Mach, dass du wegkommst,« schnauzte Kettler. »Im Moment habe ich keine Zeit, mich um dich zu kümmern. Aber du hörst von mir.« Wissmann rannte davon. »Und ihr?«, bandte sich der Freigraf an die Polizeidiener. »Ihr packt die Leiche auf einen Karren und schafft sie zum Spital. Bestellt Dr. Rottendorf meine Grüße und bittet ihn, die Verblichenen zu obduzieren. Vor allem möchte ich wissen, wie lange sie schon tot ist.« Und wenn nun doch keine Verbindung zwischen den Morden besteht, dachte Martin laut, »es könnte purer Zufall gewesen sein, dass beide in derselben Nacht ums Leben kamen.« »Dann sind wir im Mordfall Navarrete keinen Schritt weitergekommen,« sagte Kettler betrübt. »Ich wage nicht daran zu denken, was mir nachher im Stadtrat ins Ohr geblasen wird.« Die beiden Männer gingen die Hörsterstraße hinauf zum Fischmarkt. Ein Bootmeister war ihnen vorausgeeilt, um in der niederländischen Residenz ihren Besuch anzuzeigen. Die aufständischen Generalstaaten, völkerrechtlich noch immer ein Teil Spaniens, hatten gleich acht Bevollmächtigte nach Münster entsandt. Sechs Provinzen je einen, Holland zwei. Obwohl untereinander in vielen Fragen uneins, hatten sie gemeinsame Quartier im Haus der Kramer-Gilde bezogen, dem stattlichsten aller Gildenhäuser, das im Schatten der Lambertikirche stand. Kettler hatte ein wenig Bammel vor der Begegnung mit den Niederländern, die als hochnäsig und arrogant galten. Der Bürgermeister von Basel, ein gichtgeplagter Mann namens Johann Rudolf Wettstein, der bei den Henses wohnte, hatte sich beim Freigrafen einmal bitter über die Holländer beklagt. »Ihre Vermessenheit sei so groß,« sagte Wettstein, »dass sie den Kurfürsten, der Republik Venedig und den anderen Mächten den Vortritt streitig machen wollten. Seine erste und letzte Audienz bei den niederländischen Gesandten sei eine einzige Demütigung gewesen. Ein schrecklich großer Knollfink und ein kurzer verblasener Knorzhans hätten ihn empfangen, dabei allerdings alle diplomatischen Gepflogenheiten vermissen lassen. So wären sie ihm keinen Schritt entgegengekommen, sondern hätten wie angenagelt bei den Sesseln gestanden und sich eines mit deutsch und prästianischem Latein gespickten Französisch bedient. Als er, Wettstein, daraufhin baldig seinen Abschied genommen habe, sei es ihm nicht erspart geblieben, selbst die Tür des Gemachs zu öffnen. Wettsteins Wutausbruch ging dem Freigrafen durch den Kopf, als ein Page sie in den köstlich tapezierten Empfangssaal des Krameramtshauses führte. Der Gesandte, der sie dort erwartete, verhielt sich jedoch durchaus höflich. Es war ein großer, hellblonder Mann mit knallroten Flecken auf den Wangen. Er stellte sich als Johann de Knoll, Vertreter der Provinz Seeland vor, sprach ein fast akzentfreies Deutsch und hörte aufmerksam dem Anliegen zu, das Ketteler vorbrachte. »Wenn ich euch recht verstehe, lieber Freigraf«, sagte de Knoll, »nachdem der Deutsche geendet hatte, sucht ihr den Mörder der Senor Navarrete in unserer Gesandtschaft?« »Ich wäre froh, wenn ich diese Möglichkeit ausschließen könnte«, antwortete Ketteler ausweichend. »Das könnt ihr, das könnt ihr ganz sicher. Bedenkt, wir haben den Spaniern auf dem Schlachtfeld Parole geboten. Einen geschlagenen Gegner heimtückisch zu ermorden, liegt weit unter unserer Würde. Zudem befinden sich die Verhandlungen zwischen den Generalstaaten und dem Königreich Spanien auf dem besten Wege. Wir hoffen noch in diesem Jahr den Friedensvertrag zu unterzeichnen und damit die vollständige Unabhängigkeit zu erlangen. »Es wäre doch töricht und in höchstem Maße verwerflich, wenn wir dies alles durch eine Bluttat gefährden würden.« »Das Temperament des Blutes gehorcht nicht immer dem kühlen Verstand«, warf Ketteler ein. »Ihr spielt sicher auf den Vorfall vor einigen Monaten an, als einer unserer Sekretäre mit einem Spanier in Streit geriet.« Dieser Vorfall betraf ausgerechnet Senor Navarete. »Wo?« Das Lächeln im Gesicht der Kneuz erfror zu einer Grimasse. »Fier ausgesprochen peinlich. Doch ich kann euch versichern, wir haben unseren Mann sofort nach Amsterdam zurückgeschickt. Und für die Übrigen bin ich bereit, eine Garantie abzugeben. Kein Niederländer hat sich etwas zu Schulden kommen lassen.« Nach dieser Erklärung macht es für den Freigrafen wenig Sinn, weiter in den Seeländer zu dringen. Schon bald drängte er zum Aufbruch und entschuldigte sich mit wichtigen Terminen. De Knoit begleitete sie bis in den Vorraum. Genau in diesem Augenblick kam eine Gruppe von Männern die Treppe herunter. Ketteler erkannte den holländischen Gesandten Adrian Pau. Und der Mann neben ihm, der heftig auf den Holländer einredete, war kein anderer als Ewart Klünne, einer der beiden münsterschen Aldermänner. Klünne unterbrach abrupt seine Rede, als er Ketteler erblickte. »Freigraf, was macht ihr denn hier?« »Ich bin im Dienst, Herr Aldermann.« Es entging Ketteler nicht, dass Klünne die Begegnung sichtlich unangenehm war. »Ah ja, der Mord. Ihr habt doch nicht die Absicht, unsere niederländischen Freunde damit in Verbindung zu bringen.« »Keineswegs werde ich irgendwelche Vermutungen anstellen, die ich nicht beweisen kann,« formulierte der Freigraf Waage. Er wollte den Aldermann, der als Freund der Niederländer galt, nicht gegen sich aufbringen. Als Sprecher der Münsterschen Gilden verfügte Klünne über erhebliche Macht. Denn die Gilden und vor allem Klünne verstanden sich als eine Art Nebenregierung, deren Aufgabe sie darin sahen, den Stadtrat und die höchsten städtischen Beamten zu kontrollieren. Schließlich überwand Adrian Pau das bedrohliche Schweigen, das plötzlich entstanden war. »Ihr dürft dem Freigrafen nicht verübeln, dass er seiner Pflicht nachgeht,« sagte er beschwichtigend zu Klünne. »Davon werden die guten Beziehungen zwischen den Generalstaaten und der Stadt Münster nicht beeinträchtigt.« »Habt ihr bemerkt, wie überrascht Klünne war, als er uns erspähte?« fragte Martin. »Ja.« Der Freigraf brütete dumpf vor sich hin. »Was er wohl mit den Niederländern beredet hat?« »Das wüsste ich auch gerne.« Kettele holte tief Luft. »Da ist irgendetwas im Gange. Es wäre nicht das erste Mal, dass der Aldermann Politik auf eigene Rechnung betreibt. Ich hoffe nur, dass es nichts mit unseren Morden zu tun hat.« Er blieb vor dem Rathaus stehen. »Es ist schon spät, Pater. Ich muss zum Stadtrat und Bericht erstatten. Und ich zu meinen Schülern. Bis zur Aufführung sind noch etliche Vorbereitungen zu treffen.« »Ich wünsche euch viel Erfolg, Pater. Wir sehen uns dann heute Abend.« Martin drehte sich noch einmal um. »Bringt ihr Anna mit?« »Sie hat sich noch nicht entschieden«, rief Kettler ihm nach. Kapitel 10 Die schwarz gekleideten Ratsherren kamen Kettler wie üble Krähen vor, die sich vor ihm aufplusterten, an ihm herumzerrten und auf ihn einhackten. In welche Richtung er auch blickte, aus allen Gesichtern schlug ihm Hochmut, Blasiertheit und Wut entgegen. Nur Bürgermeister Timmerscheid behielt seine überlegene Ruhe, wenngleich man auch ihm anmerkte, dass er gereizt war. Neben den beiden Bürgermeistern, die auf ihrer Bank an der Stirnseite Platz genommen hatten, waren sieben Ratsherren zu der Sitzung in die Ratskammer gekommen. Die meisten saßen auf der linken Seite, gegenüber den hohen Fenstern, die das Licht der fahlen Wintersonne hereinließen. Kettler stand einsam mitten im Raum und musste die Vorwürfe über sich ergehen lassen. Nun, Freigraf, ergriff Timmerscheid das Wort, was sagt ihr zu all dem? Kettler, der bislang in stummer Verzweiflung geschwiegen hatte, zwang, sich kühl und beherrscht zu antworten. Ich verstehe durchaus, dass einigen Ratsherren der Gang der Ermittlungen zu langsam erscheint. Auch mir wäre es lieber, ich könnte dem Hohen Rat einen Mörder präsentieren. Doch trotz ruhelosem Bemühen und dem Einsatz vieler Polizeidiener ist es mir bis jetzt nicht gelungen, Licht in das Dunkel der Bluttat zu bringen. Wir müssen davon ausgehen, dass es sich beim Täter um einen überlegt vorgehenden Menschen handelt, der es geschickt versteht, seine Spuren zu verwischen. Ja, denn nicht einmal davor zurückgeschreckt ist, die womöglich einzige Zeugin zu beseitigen. Worauf spielt ihr an? rief Richtherr Everding. Wie ihr wahrscheinlich gehört habt, ist heute Morgen die Leiche einer Frau im Käfig am Mauritztor gefunden worden. Die Unglückselige hieß Katharina Kamps und hat sich an Männer verkauft. Wir wissen mit Sicherheit, dass sie sich vorgestern Abend, kurz bevor Senor Navarrete getötet wurde, mit diesem in der Schenke zum wilden Mann auf der Salzstraße getroffen hat. Ein Raunen ging durch die Ratsversammlung. Dann meldete sich Richtherr Tompütte zu Wort. Er reckte seinen zu kurz geratenen Hals, bevor er mit einer Fistelstimme zu sprechen begann. Freigraf Kettler versteht es mit schönen Worten von seiner Untätigkeit abzulenken. Nicht ein, nein, zwei Morde haben unsere Stadt Münster erschüttert. Und was macht Kettler, damit wir nicht merken, dass er mit einer Stange im Nebel stochert? Er stellt flugs eine Verbindung zwischen beiden Morden her. Wer sagt uns denn, werte Herren, dass die Hure Katharina die Mörder Navarretes kannte? Kettlers Fantasien sind nicht mehr wert als ein Furz, den eine Kuh auf der Weide lässt. Ich denke, der Freigraf ist in seinem Amt überfordert. Er hat seine Chance gehabt und er hat sie nicht genutzt. Ich schlage daher vor, den Stadtkommandanten de Romand mit der Aufklärung der Morde zu beauftragen. Wir müssen dringend Resultate vorweisen, denn es geht hier um die Ehre Münsters. Wie steht der Stadtrat da, wenn es uns nicht gelingt, das Leben der Gesandten zu beschützen, die nach Münster gekommen sind, um einen glanzvollen Frieden auszuhandeln? Aufgeregte Stimmen schnatterten durcheinander, bis sich Kettler Gehör verschaffte. Hochverehrte Bürgermeister, werte Ratsherren, selbstverständlich steht es euch frei, mich abzusetzen und den von mir hochgeschätzten Stadtkommandanten de Romand einzusetzen, wie es Richter Tomphütte vorschlägt. Ich gebe allerdings zu bedenken, dass Oberst Johann de Romand Soldat ist und kein Polizist. Er weiß, wie man eine Stadt erobert oder verteidigt, aber hier haben wir es nicht mit einem offenen Kampf auf dem Blachfeld zu tun, sondern mit einem heimtückischen Rätsel, das uns der Mörder gestellt hat. Habt Geduld mit mir und gebt mir noch ein paar Tage Zeit. Versprecht ihr, dass ihr uns dann den Mörder liefern könnt? fragte Richter Tomphütte. Ich bin nicht so vermessen, mir hellseherische Fähigkeiten zuzusprechen, erwiderte Kettlerspitz. Zusammen mit dem Jesuitenpater Martin, der mir auch diesmal zur Seite steht, habe ich schon so manch verzwickten Fall gelöst. Ich denke, auch für den Mord an Senior Navarrete lässt sich eine profane Erklärung finden. Versprechen kann ich jedoch nichts. Fast alle Stadträte beteiligten sich an der folgenden Beratung und schon bald stellte sich heraus, dass Tomphütte für seinen Vorschlag keine Mehrheit finden würde. Bürgermeister Timmerscheid fasste nach einer halben Stunde das Ergebnis der Aussprache zusammen. Nun also, Freigraf, ihr habt weiterhin freie Hand bei euren Ermittlungen. Zeigt euch unseres Vertrauens würdig, bevor wir es uns anders überlegen. Kettler fand Dr. Rottendorf im eisigen Keller des Spitals. Der Arzt war über die Leiche Katharinas gebeugt, die vor ihm auf dem Tisch lag. Der Freigraf, der gerade noch Übellaunigkeit in sich aufsteigen fühlte, weil er nicht zu Mittag gegessen hatte, beglückwünschte sich jetzt wegen dieses Umstands. Denn den Anblick, den Katharinas Überreste boten, konnte man nicht anders als gräuslich bezeichnen. Rottendorf hatte die Leiche aufgeschnitten, sodass Innereien und Organe frei lagen. Kettler musste all seine Kraft zusammennehmen, um den Blick nicht abzuwenden. Ihr seid es, Freigraf. Rottendorfs Augen blitzten. Wie geht es euren Knien? Besser, antwortete Kettler mit heiserer Stimme. Das ist interessant. Der Arzt wandte sich wieder der Leiche zu. Seht ihr das? Was? presste sein Besucher hervor. Die Lunge ist vollkommen trocken. Wisst ihr, was das bedeutet? Die Ärmste ist nicht ertrunken. Wenn jemand absäuft, füllt sich seine Lunge bis zum Rand mit Wasser. Mit anderen Worten, die Frau war schon tot, als sie in den Käfig gelegt wurde. Und jetzt schaut euch die Druckstellen hier am Hals an. Beinahe kann man die einzelnen Finger des Mörders erkennen. Sie ist also erwürgt worden. Allmählich gewann Kettler seine Fassung zurück. Ganz zweifellos. Und wann? Könnt ihr etwas zum Todeszeitpunkt sagen? Rottendorf bewegte unschlüssig den Kopf. Das ist schwierig, vor allem, wenn eine Leiche im Wasser gelegen hat. Aufgrund meiner Erfahrung möchte ich annehmen, dass sie gestern Abend getötet wurde. Gestern? Nicht vorgestern? fragte der Freigraf überrascht. Nein, bei aller Unsicherheit, die natürlich besteht, behaupte ich, dass sie gestern noch lebte. Das heißt, jemand hat Katharina einen Tag lang gefangen gehalten, sagte Kettler leise. Aber wer und wo? Die Fragen fallen in eure Kompetenz. Der Arzt ging zu einer Schüssel und wusch sich die Hände. Seid ihr bei eurem Fall dem Mord an dem Spanier vorangekommen? Leider nein. Hoffentlich leidet der Friedenskongress nicht darunter. Ich wünsche mir nichts sehnlicher, als dass der jämmerliche und blutstürzende Krieg unter den christlichen Potentaten endlich einem beständigen guten Frieden weicht. Das wünschen wir alle. Übrigens, Rottendorf trocknete seine Hände, habe ich die Medizin für Anna bereitet. Ihr könnt sie gleich mitnehmen. Wieder etwas mit Regenwürmern? fragte Kettler. Nur ein paar, lächelte Rottendorf. Es ist ein lauter Trank aus geschabtem Hirschgeweih, zerstoßenen Graswurzeln und zerriebenen Regenwürmern, mit Gewürzen und Honig in Rheinwein aufgelöst. Anna soll drei- oder viermal am Tag etliche Löffel davon nehmen, damit sie wieder zu Kräften kommt. Igitt, Anna verzog das Gesicht. Das schmeckt ja eklig. Was ist da drin? Nur ein paar Kräuter und Honig, vermischt mit gutem Rheinwein. Du wirst sehen, wenn du jeden Tag brav deine Medizin nimmst, springst du bald wieder herum wie ein junges Reh. Ich will weder ein Reh sein noch herumspringen, tapfer schlugte sie noch einen Löffel. Hast du dir überlegt, ob du uns heute Abend zum Jesuitendrama ins Gymnasium Paulinum begleitest? fragte Kettler. Ach, Vater, ich fühle mich elend und mit meiner Erscheinung würde ich euch nur blamieren. Was willst du? Du siehst blendend aus, log er. Nein, ich sehe aus wie eine Vogelscheuche oder, schlimmer noch, wie ein Gerippe. Der Freigraf schwieg bestürzt. Anna drehte sich um und griff nach dem Buch, das neben ihrem Kopfkissen lag. Soll ich euch ein Gedicht vorlesen? Wenn es dir Freude macht, er lehnte sich zurück und schloss die Augen. Kapitel 11 Martin blickte sich zu den Schülern um, die ihre Hände und Füße nicht mehr ruhig halten konnten. Zusammen mit den anderen Lehrern hatte er alles Erdenkliche getan, um die Aufführung zu einem glanzvollen Ereignis werden zu lassen. Über 30 Rollen hatten sie besetzt und einstudiert, Kostüme waren geschneidert und das Bühnenbild liebevoll gemalt worden. Eigentlich durfte nichts mehr schief gehen. Eigentlich. Martin sah die rundliche Gestalt des Freigrafen Kettler, der sich, gefolgt von seiner schlanken Gattin, die ihn um einige Zoll überragte, einen Weg durch die Zuschauerreihen bahnte. In seinem Herzen spürte Martin einen kleinen Stich. Er hatte so gehofft, dass sich Anna aufraffen, dass ihre verwirrte Seele ein wenig Ablenkung oder vielleicht sogar Halt in dem Drama finden würde. Im Zuschauerraum wurde es ruhig. Auf Zehenspitzen schlich Martin zu den Schülern. Es wird Zeit, flüsterte er, macht mir und der Schule alle Ehre. Bis zum dritten Akt ging alles gut. Die Schüler spielten konzentriert und ohne Aussetzer. Der Chor, der am Ende jeden Aktes das Geschehen zusammenfasste und die moralischen Lehren zog, blieb im Takt. Pater Martin entspannte sich etwas. Der Chor nahm Aufstellung, um zu verkünden, dass die Welt nach eitler Ehre strebe. Doch da kam plötzlich Unruhe im Saal auf. Der Chor verlor seinen Rhythmus, die Stimmen der Schüler klangen dissonant. Martin, der nur das Geschehen auf der Bühne verfolgt hatte, lugte in den Zuschauerraum. Und dann sah er den Bootmeister, der an der Seitenwand stand und mit den Händen Zeichen machte. Der arme Tropf hätte genauso gut schreien können, denn ohnehin hatte er die Aufmerksamkeit aller für sich eingenommen. Martin stöhnte gequält auf. Er wusste selbstverständlich, wem die Zeichen galten. Den bulligen Mann, der, begleitet von Zischen und empörten Rufen, dem Ausgang entgegenstrebte, hatte er selbst eingeladen. Du hast mich vor allen Leuten blamiert, fauchte Kettler. Ich hoffe für dich, dass dein Anliegen keinen Aufschub zulässt. Sonst kannst du dich ab morgen als Schweinehirt verdingen. Ich bin unschuldig, verteidigte sich der Bootmeister. Der Sergeant hat mir befohlen, euch zu holen. Nun rede schon, der Freigraf beruhigte sich etwas. Um was geht es? Vor einer Stunde ist ein Mann auf die Wache gekommen. Er hat gesagt, in der Schenke Wilking auf der Lodgeri-Straße sitze ein Kerl, der damit prahle, die Hure Katharina umgebracht zu haben. Aha. Kettlers Wut war auf einen Schlag verraucht. Wir sind sofort hin und haben den Kerl verhaftet. Und? Hat er gestanden? schnappte der Freigraf. Nein, er sagt, es sei ein Scherz gewesen, aber der Sergeant glaubt ihm nicht und er hält die Sache für sehr wichtig. Schon gut, schon gut, ich werde mir den Burschen ansehen. Das Gefängnis befand sich in der Schreiberei hinter der Ratskammer. Ein penetranter Gestank aus Schweiß und Alkoholdunst schlug Kettler entgegen, als eine Gitterstäbe trat. Vermutlich war der Mann, der dort auf der steineren Bank hockte, bis vor kurzem Sturz betrunken gewesen. Doch jetzt verrieten die weit aufgerissenen, erschrockenen Augen, dass ihn die Angst ernüchtert hatte. Wer bist du? fragte der Freigraf. Mein Name ist Johann Kottmann, ich bin Tagelöhner. Lasst mich frei, ich habe nichts verbrochen. Eine klägliche, winselnde Stimme. Holt ihn da raus, befahl Kettler den Polizeidienern. Kottmann sprang auf. Ihr lasst mich gehen? Nein, ich möchte deine Visage nur von nahem sehen. Nachdem die Polizisten den Tagelöhner auf einen Schemel gedrückt hatten, zog der Freigraf einen zweiten Stuhl heran. Dann rückte er dem Verhafteten so dicht auf die Pelle, dass dieser unwillkürlich zurückzuckte. Nun, Kottmann, sagte Kettler nicht unfreundlich, wieso hast du herumgetönt, du hättest Katharina umgebracht? Ich habe sie nicht erwirkt, glaub mir, es war dumm von mir. Ich wollte den anderen zeigen, dass ich kein Schlappschwanz bin. Immer hänseln sie mich. Und da ist es mir einfach so über die Lippen gekommen, zeigt Erbarmen hoher her und bestraft mich nicht für mein Gerede. Ich war betrunken und mein Geist benebelt. Ach so, der Freigraf lehnte sich zurück. Er sah aus wie ein gutmütiger älterer Herr in vornehmer Kleidung. Hast du Katharina denn gekannt? Kottmann leckte sich über die Lippen. Der Richter oder mit wem auch immer er es zu tun hatte, schien kein scharfer Hund zu sein. Nur vom Sehen, hoher Herr, nur vom Sehen. Ein Mann wie ich kann sich keine Hure leisten. Er lachte heiser. Ich bin froh, wenn ich mir ein Brot und einen Becher Bier kaufen kann. Wo hast du zuletzt gearbeitet? Mal hier, mal da. Im Sommer arbeite ich auf den Feldern vor der Stadt. Im Winter ist es schwieriger. Da gibt es manchmal tagelang nichts zu tun. Du hast also in letzter Zeit wenig verdient. Kottmann nickte. Und woher stammen die 20 Thaler? Fragte Kettler bissig. Die Freundlichkeit war urplötzlich von ihm abgefallen. Hast? Die Polizeidiener haben 20 Thaler in deinen Taschen gefunden. Ziemlich viel Geld für einen Mann ohne Arbeit. Ja, ähm, der Tagelöhner rang verzweifelt die Hände. Die Thaler standen mir noch zu vom letzten Sommer. Wer hat sie dir gegeben? Niemand aus Münster. Ich war in Ibenbüren. Und der Bauer konnte mich nicht bezahlen. Jetzt bin ich noch einmal hin und... Ich will dir sagen, von wem du das Geld bekommen hast, fuhr der Freigrafin an. Jemand hat dich dafür bezahlt, dass du Katharina umbringst. Nein, Herr, das stimmt nicht. Und wieso weißt du, dass Katharina erwürgt wurde? Kottmann glotzte seinen Peiniger verständnislos an. Du hast gesagt, ich habe sie nicht erwürgt. Nur Dr. Rottendorf und mir ist bekannt, dass Katharina erwürgt wurde. Und den Mörder natürlich. Alle anderen denken, dass sie im Mauritztorkäfig ertränkt wurde. Der Tagelöhner sackte in sich zusammen. Leg ein Geständnis ab, redete der Freigraf sanft auf ihn ein. Wenn du mir alles erzählst, was du weißt, kommst du mit einem milden Urteil davon. Du wirst einen schmerzlosen Tod sterben. Bleibst du verstockt? Er machte eine Pause. Dann lasse ich dich vom Scharfrichter der Tortur unterziehen. Ich sage nichts, flüsterte Kottmann. Kettler stand auf. Bringt ihn in der Niesingturm und gebt dem Scharfrichter Bescheid, dass wir morgen früh um fünf mit dem peinlichen Verhör beginnen. Pater Martin wälzte sich schlaflos auf seiner Pritsche. Die Verse seines Ordensbruders Friedrich Späe kamen ihm in den Sinn. Wenn abends uns die braune Nacht in Schatten schwarz verkleidet und ich dann meine Sünd betracht, groß Not mein Herz erleidet. Von lauter Leid, von Traurigkeit, mein Augen mir fast rinnen, zu den Sternen auf, so seien im Lauf, ich schau mit trübem Sinn. Die zweite Strophe fiel ihm nicht mehr ein. Es ging um Perlen, Licht und Fackeln, Feuer ohne Makel und ein Mond, der stehen bleiben sollte. Er musste das Gedicht bei Gelegenheit einmal nachschlagen. Es war so ergreifend schön. Wahrscheinlich würde es auch Anna gefallen. Martin setzte sich auf. Warum hatte er sich nur von Kettler überreden lassen, bei dem peinlichen Verhör dabei zu sein? Was gab es Schlimmeres, als zuzusehen, wie ein Mensch gefoltert wurde? Hoffentlich gestand er, bevor der Scharfrichter beginnt, dachte Martin, oder zumindest, wenn er die Instrumente vorgeführt bekommt. Nach dem kleinen Zwischenfall war die Aufführung von St. Alexander Carbonarius doch zu einem glücklichen Ende gekommen. Alle hatten ihn beglückwünscht. Der Rektor hatte sich überaus wohlwollend geäußert. Doch Martin war nur halb bei der Sache gewesen. Seine Gedanken kreisten um die Frage, was wohl der Grund für Kettlers Verschwinden gewesen sein mochte. Und dann stand der Freigraf auf einmal vor ihm. Ernst und in knappen Worten berichtete er von der Verhaftung Kottmanns und dem angesetzten peinlichen Verhör. Schließlich bat er Martin, der Tortur beizuwohnen, der Delinquent benötige sicher priesterlichen Beistand und Trost. Martin ließ sich auf die Pritsche zurückfallen. Damit hatte ihn Kettler geködert. Und mit seiner Vermutung, dass Kottmann Katharina nicht aus eigenem Antrieb getötet habe, sondern im Auftrag eines anderen. Wer aber war der große Unbekannte? Der Jesuit stand auf und zündete in seiner kleinen Kammer eine Kerze an. An Schlaf war in dieser Nacht nicht zu denken. Er suchte den Gedichtband von Friedrich Spee und las die zweite Strophe aus dem Bußgesang eines recht zerknirschten Herzens. Kapitel 12 Es war noch dunkel, als der Gefangene in den Niesingturm geführt wurde. Das Bollwerk in der Stadtmauer nahe der Klosterstraße war einer von zwei Orten, an denen man in Münster die Tortur durchführte. Üblicherweise begannen die peinlichen Verhöre sehr früh morgens, um Aufläufe von Schaulustigen zu vermeiden. Die Nacht in der Zelle hatte Johann Kottmann gänzlich ernüchtert. Er wusste, was ihm bevorstand, aber er ließ sich keine Angst anmerken. Voller Abscheu betrachtete er die anwesenden Personen und erst als er die Folterinstrumente erblickte, zuckte er kurz zusammen. Ihr wisst, dass ihr für die Tortur eigentlich einen Ratsbeschluss braucht? sagte Richter Tompütte. Der Freigraf hatte auch die beiden Richtherren verständigen lassen, die bei peinlichen Verhören die Oberaufsicht führten. Zu seinem Bedauern war nicht Richtherr Iverding, sondern der verhasste Tompütte erschienen. Kettel erwiderte, Ja, aber in diesem Fall ist Dringlichkeit geboten. Wenn der Stadtrat darüber debattiert, weiß es die ganze Stadt. Und ich möchte vermeiden, dass Kottmanns Auftraggeber die Gelegenheit zur Flucht ergreift. Wie kommt er eigentlich darauf, dass Kottmann einen Auftraggeber hatte? Ich sehe keinen anderen Grund für den Mord an Katharina Kamps. Nun einmal angenommen, Kottmann hat auch den Spanier Navarrete getötet. Mit einer Armbrust? unterbrach ihn Kettler. Könnt ihr euch vorstellen, dass dieser Hunger leider eine Armbrust besitzt? Was weiß ich, gab Tompütte gereizt zurück. Wenn ich mich recht entsinne, ist das eure eigene Theorie gewesen, die ihr dem Stadtrat dargelegt habt. Der Mörder Navarrete hat auch diese Katharina beseitigt, weil sie Zeugin der Bluttat war und ihn hätte entlarven können. Und ihr wart ein entschiedener Gegner meiner These, erinnerte ihn Kettler. Na und? Tompütte grinste hämisch. Ich habe mich halt eines Besseren belehren lassen. Und wie ist Kottmann an die 20 Taler gekommen, die wir in seinen Taschen gefunden haben? Hat sie dem Spanier oder der Hure gestohlen? Kettler schüttelte den Kopf. Navarrete ist vor den Augen des Torwächters von Michaelis gestorben. Und eine Hure, die ihre sämtlichen Ersparnisse mit sich herumschleppt, wenn sie auf Freier wartet, müsste erst noch geboren werden. Tompütte stampfte wütend auf den Boden. Na gut, Freigraf, ihr seid der Untersuchungsrichter. Und es ist euer Verhör. Macht euch an die Arbeit. Kettler ging zu dem Gefangenen hinüber, der von der leise geführten Unterhaltung nichts mitbekommen hatte. Kottmann trug Hand und Fußfesseln und zwei Polizeidiener standen bereit, um ihn notfalls zu bändigen. Johann Kottmann, sagte der Freigraf mit lauter Stimme. Du hast die ganze Nacht Zeit gehabt, deine Lage zu überdenken. Ich frage dich noch einmal. Hast du die Hure Katharina Kamps getötet? Wenn du jetzt ein vollständiges Geständnis ablegst, kannst du dem peinlichen Verhör entgehen. Kottmann schaute ihn mit hasserfüllten Augen an. Ich bin unschuldig. Ich habe niemanden ermordet. Das, was ich in der Schenke gesagt habe, war leeres Gerede. Er schrie fast. Gibt es denn keine Gerechtigkeit in Münster? Warum müssen immer die Kleinen dran glauben? Wie du willst, sagte der Freigraf kalt und gab dem Scharfrichter ein Zeichen. Da trat Pater Martin hinzu und bat, lasst es mich versuchen. Mit einem Kopfnicken bedeutete Kettler seine Zustimmung. Martin wartete, bis sich der Freigraf zurückgezogen hatte. Johann Kottmann, ich spreche als Priester zu dir. Wenn du eine Sünde begangen hast, wirst du dafür büßen müssen. Ich bitte dich jedoch, erspare dir und uns die Qualen der Tortur. Ich bin bereit, dir hier und jetzt die Beichte abzunehmen, damit deine Seele Frieden vor Gott findet und gibt den weltlichen Behörden die Auskünfte, die sie erwarten. Kottmann spuckte Martin vor die Füße. Scher dich zum Teufel, Pfaffe. Mit euch Jesuiten will ich nichts zu tun haben. Der Scharfrichter, ein grobschlechtiger Mann, der von den ehrbaren Bürgern wegen seines Amtes gemieden wurde, hatte dem Gefangenen die Folterinstrumente vorgeführt. Dann hat er ihn, mithilfe der Bootmeister, entkleidet und ihm die Haare abgeschnitten. Jetzt saß Kottmann nackt auf dem Folterstuhl und seine Daumen steckten in schweren, eisernen Zwingen. Ich frage dich zum letzten Mal gütlich, Johann Kottmann, sagte Kettler. Hast du die Hure Katharina Kamps ermordet? Kottmann ließ einen Wind fahren. Das ist meine Antwort, Richter. Der Freigraf versucht es mit einer List. Dein Leugnen ist zwecklos. Es gibt einen Zeugen, der dich zusammen mit Katharina gesehen hat. Das ist nicht wahr, schrie der Tagelöhner. Er kann mich nicht mit ihr gesehen haben. Warum nicht? Du hattest doch 20 Thaler in der Tasche. Viel Geld für einen Mann wie dich. Da konntest du dir einiges leisten. Was kostet eine Hure? Einen Thaler oder weniger? Aber es lief nicht so, wie du es dir vorgestellt hast. Es kam zu einem Streit. Und plötzlich, ohne dass du es beabsichtigt hast, war sie tot. Und? Nein, nein, widersprach Kottmann. So war es nicht. Da hatte ich das Geld doch noch gar nicht. So? Wann hast du es denn bekommen? Gestern, erst gestern. Du bist also gestern nach Ibenbüren gereist und am selben Tag wieder zurückgekommen? Das schafft er nicht einmal die Reichspost des Grafen Thurn und Taxis. Ibenbüren? fragte Kottmann ratlos. Du hast mir gestern Abend erzählt, dass du das Geld von einem Bauern in Ibenbüren erhalten hast. Der Gefangene schwieg. Du lügst, Kottmann. Und ich will jetzt endlich die Wahrheit wissen. Kettler wandte sich an den Scharfrichter. Dreh die Daumenschrauben zu. Ist das wirklich notwendig? Fragte Martin leise. Ich hasse es genauso wie ihr, antwortete der Freigraf. Aber auf gütlichem Wege erreichen wir bei dem da nichts. Der Scharfrichter beugte sich über den Gefangenen, der heftig an seinen Fesseln zerrte, und drehte an der Daumenschraube. Kottmann schrie auf. Halt! Ich will reden! Kettler befahl dem Scharfrichter zurückzutreten. Nun? Versprecht ihr mir, dass ihr euch für mich einsetzt? Wie ich bereits sagte, beim umfassenden Geständnis hast du ein mildes Urteil zu erwarten. Ja, ich habe sie getötet. Warum? Kottmann grunzte. Das wisst ihr doch längst. Für 25 Thaler habe ich's getan. Ich war blank. Den letzten Kreuzer hatte ich ausgegeben. Der Hunger fraß in meinen Eingeweiden. Nicht mal mehr einen Becher Bier konnte ich mir leisten. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie das ist. Aber in einer solchen Lage macht man alles. Wer hat dir die Thaler gegeben? Das weiß ich nicht. Kottmann, drohte Kettler. Ein Wink von mir, und der Scharfrichter setzt seine Arbeit fort. So glaub mir doch, ich habe ihn nicht erkannt. Nach der Aufforderung des Freigrafen von Anfang an zu erzählen, begann der Gefangene. Es war vorgestern Abend. Ich saß auf den Stufen der Ludgerikirche und überlegte, wo ich die Nacht verbringen sollte. Da kam ein feiner Heer vorbei, den ich noch nie gesehen hatte, und fragte mich, ob ich 15 Thaler verdienen wolle. Wie sah der Heer aus? Groß, mit langen, dunklen Haaren, in teuren Gewändern. Ein Bürger oder Edelmann nehme ich an, jedenfalls kein Geselle oder Tagelöhner. Weiter. Ich habe nicht lange gezögert und Ja gesagt. Daraufhin gab er mir zu verstehen, dass er nicht der eigentliche Auftraggeber sei. Den würde ich im Neuwerk am Bispinghof finden. Kottmann gab eine genaue Beschreibung der Stelle, an der er den Unbekannten treffen sollte. Zum Schluss empfahl mir der Herr noch, ich möge mich sputen. Das ließ ich mir nicht zweimal sagen. Wie ein Hase bin ich zum Neuwerk hinuntergerannt. Und tatsächlich, im Schatten der Mauer stand ein Mann. Ich wollte näher treten, aber er gab mir den Befehl, mich umzudrehen. Das sei zu meinem und zu seinem Schutz. Und dann fragte er, ob ich bereit sei, für 15 Thaler eine Hure zu töten. Zuerst habe ich nur gelacht und das Ganze für einen Scherz gehalten. Doch dann merkte ich, dass er es ernst meinte. Und du hast es getan, stellte Kettler fest. Nicht sofort. Ich habe mich gesträubt, das könnt ihr mir glauben. Erst als er den Preis auf 25 Thaler erhöht hat, bin ich schwach geworden. Die Sache sei überhaupt nicht schwierig, hat er mir versichert. Die Hure liege in einer Stunde gefesselt und geknebelt an der Stadtmauer zwischen dem Hörster und dem Mauritztor. Ich müsse sie nur töten und in den Käfig am Mauritztor stecken. Warum gerade in den Käfig? Das hat er nicht gesagt. Wieso hast du nicht die 25 Thaler genommen und Fersengeld gegeben? Wenn das so einfach gewesen wäre, Kottmann bewegte sich unbehaglich auf dem Folterstuhl. Könnt ihr mich nicht losbinden lassen? Sobald du deine Geschichte zu Ende erzählt hast. Er hat mir nur 5 Thaler gegeben. Den Rest würde ich bekommen, nachdem ich den Auftrag erledigt hätte. Und so war es auch. Wie bist du an die restlichen 20 Thaler gekommen? Sie lagen unter einem Stein, genau an der Stelle im Neuwerk, wo unser Gespräch stattgefunden hat. Kettler dachte nach. Nach einer Weile sagte er. Überlege gut, Kottmann. Der Mann an der Lodgieri-Kirche und der im Neuwerk, war das vielleicht ein und derselbe? Nein, der zweite Mann hatte eine andere Stimme und auch nicht dieselbe Größe. Ist dir an dem zweiten Mann, dem im Neuwerk, irgendetwas aufgefallen? Nun, rede schon. Seine Stimme kam mir bekannt vor. Ich bin mir nicht sicher, aber es könnte der aldermann Klünne gewesen sein. Ich habe vor Jahren mal für ihn gearbeitet. Was erlaubt sich der Kerl, mischte sich Richter Tompütte ein. Wie kommt er dazu, den ehrenwerten Aldermann zu beschuldigen? Fragt ihn lieber, warum er den Spanier ermordet hat. Der Freigraf seufzte. Kannst du beschwören, dass es sich um Klünne handelte? Nein, er hat ja seine Stimme verstellt. Es ist nur so ein Gefühl. Na gut, Kettler warf Tompütte einen kurzen Blick zu. Einen Tag, bevor du Katharina ermordet hast, ist auf dem Domplatz ein Spanier ums Leben gekommen. Was weißt du darüber? Nichts, Kottmann bäumte sich auf. Damit habe ich nichts zu tun. Was wollt ihr mir jetzt noch anhängen? Schon gut. Kettler winkte den Scharfrichter heran. Binde ihn los. Halt, rief Tompütte. Warum brecht ihr das Verhör ab? Weil wir alles erfahren haben, was er uns berichten kann. Da bin ich anderer Meinung. Wer einen Mord begeht, ist auch zu einem zweiten fähig. Kettler zog Tompütte zur Seite. Noch einmal, Richter. Dieser Mensch, da kann Navarrete nicht getötet haben. Nur ein erfahrener Armbrustschütze ist dazu in der Lage. Und warum traut ihr ihm das nicht zu? Weil er niemals in seinem Leben eine Armbrust besessen hat. Das sind doch Mutmaßungen, Freigraf. Muss ich euch daran erinnern, dass ich als Richter das peinliche Verhör leite? Ich denke, wir sollten die Daumenschrauben ein wenig fester zudrehen. Und wenn das nichts hilft, könnten wir es mit den spanischen Stiefeln oder dem Bock versuchen. Sagtet ihr nicht, dass dazu ein Ratsbeschluss nötig ist? Machte Kettler einen letzten Versuch. Tompütte lachte leise. Und habt ihr euch nicht selber darüber hinweggesetzt? Und Kottmann gestand. Zuerst gab er zu, er habe den Spanier ebenfalls erwürgt. Dann, als er merkte, dass Tompütte mit der Antwort nicht zufrieden war, behauptete er, er habe ihn mit einem Messer erstochen. Tompütte tobte vor Wut. Doch schließlich blieb ihm nichts anderes übrig, als die Tortur abzubrechen. Da das Verhör von einem Gerichtsschreiber protokolliert wurde, durfte der Richter die Armbrust nicht erwähnen. Ein solcher Verfahrensfehler wäre vom Gericht beanstandet worden. Am Ende, als ihm die Aussagen vorgelesen wurden, bestätigte Kottmann sein Geständnis bezüglich der Ermordung von Katharina Kamps. Den Mord an Navarrete stritt er erneut ab. Kettler ließ Kottmann ins Gefängnis zurückbringen und bat den Scharfrichter, seine Frau dorthin zu schicken. Die Frau des Scharfrichters behandelte gewöhnlich die Wunden der Gefangenen, da sie bei einer gewissen Erfahrung und Geschicklichkeit in der Heilkunst verfügte. Der Freigraf atmete tief die kalte Winterluft ein. Auf der Straße vor dem Niesingturm lag dichter Nebel. Die tiefstehende Sonne schaffte es nicht, ihn aufzulösen. Nun, was sagt er dazu? Kettler vermied es, Pater Martin direkt anzusehen. Er fühlte sich schuldig, weil er den Jesuiten gedrängt hatte, dem Verhör beizuwohnen. Und weil ihm Tompüte das Heft aus der Hand gerissen hatte. Der mysteriöse Auftraggeber wollte, dass Kottmann geschnappt wird. Der Tagelöhner sollte den Sündenbock abgeben. Ja, so sehe ich es auch, sagte Kettler froh, dass Martin die Vorkommnisse im Folterkeller unerwähnt ließ. Eigentlich hätten ihn die Torwächter am Maurits-Tor bemerken müssen. Nur Kottmanns Geschicklichkeit oder dem Umstand, dass die Torwächter besoffen waren, ist es zu verdanken, dass der Plan misslang. Aber was steckt dahinter? fragte Martin. Wieso hat Klünne, wenn es denn wirklich Klünne war, Katharina ermorden lassen? Der Freigraf schnaufte. Es ist eine Krux mit diesem Fall. Kaum lüftet sich an einer Stelle der Schleier, stößt man nur auf neue Fragen. Vielleicht hat Navarrete bei Katharina doch ein Staatsgeheimnis ausgeplaudert. Möglicherweise gibt es geheime Verhandlungen zwischen den Spaniern und den Niederländern, die auf keinen Fall an die Öffentlichkeit dringen dürfen. Und Klünne hat dem Auftrag der Niederländer die Hure mundtot gemacht. Das würde seinen Schreck erklären, als er uns im Krameramtshaus erblickte. Was wollt ihr jetzt unternehmen? Für eine Verhaftung Klünnes reicht die bloße Vermutung eines Mörders nicht aus. Der Stadtrat würde mir keine Rückendeckung geben. Die Ratsherren können es sich nicht leisten, die mächtigen Gilden zu vergraulen. Nein, im Moment bin ich ratlos. Ich werde mit Bürgermeister Timmerscheidt über die Angelegenheit sprechen. Ohne Hintag gleicht der Stadtrat. Die beiden Männer verabschiedeten sich. Martin versprach, später am Tag in der Lüttgengasse vorbeizukommen. Dann könne er auch endlich mit Anna reden. Kapitel 13 Kettel erahnte sofort, dass irgendwo ein Hase im Pfeffer lag. Zu freundlich war Bürgermeister Timmerscheidt gewesen. Und wozu schleppte er ihn in die Rüstkammer, wo kein fremdes Ohr mithören konnte? Und was sollte das Getue mit dem Gespräch von Mann zu Mann? Zuerst redete Timmerscheidt um den heißen Brei herum. Kettel habe mit der Verhaftung Kottmanns einen großen Erfolg eingeheimst. Und wie er dem Gefangenen beim peinlichen Verhör das Geständnis entlockt habe, sei hervorragende Polizeiarbeit gewesen. Er, Timmerscheidt, sei auf dem Laufenden, da ihm Richter Tom Pütte bereits Bericht erstattet habe. Was ich jetzt von euch verlange, Freigraf, kam der Bürgermeister endlich zur Sache, wird euch vielleicht erstaunen oder sogar irritieren. Doch ich bitte euch zu bedenken, dass die Politik manchmal seltsame Wege gehen muss, um dem Großen und Ganzen zu dienen. Die Neutralität Münsters verpflichtet uns, für einen reibungslosen Verlauf der Friedensverhandlungen zu sorgen. Ketteler wartete ab. Euch ist klar, dass der Name des Aldermannes Klünne während der Ratssitzung nicht fallen darf? Das Letzte, was wir im Moment gebrauchen können, ist eine Auseinandersetzung zwischen dem Stadtrat und den Gilden. Es gibt keine Beweise gegen Klünne, antwortete Ketteler ausweichend. Der Gefangene hat lediglich eine Vermutung geäußert. Ich sehe, dass ihr vernünftig seid, Timmerscheidt nickte und schaute zu den Waffen, die entlang der Wände gestapelt waren. Welcher dicke Hund kommt noch, dachte der Freigraf. Laut fragte er, War das alles, Bürgermeister? Nein, Timmerscheidt räusperte sich. Ich denke, Kottmann eignet sich hervorragend als Mörder von Senor Navarrete. Ich weiß, was ihr sagen wollt, beschwichtigte er Ketteler, der schon den Mund geöffnet hatte. Kottmann hat den Mord an Navarrete widerrufen, aber er ist ein gemeiner und abscheulicher Mensch, der für 25 Tage eine junge Frau getötet hat. Kottmann kommt als Mörder von Navarrete nicht in Frage, fuhr Ketteler wütend auf. Nur ein ausgebildeter Armbrustschütze kann in der Dunkelheit einen solchen Treffer landen. Schon möglich, gab Timmerscheidt zu. Wenn es sich um einen unschuldigen Menschen handeln würde, wäre ich vollkommen auf eurer Seite. Doch das Todesurteil ist ihm sowieso gewiss. Was macht es da schon aus, ob wir ihm eine oder zwei Bluttaten aufladen? Ich habe versprochen, dass ihm sein Geständnis die Gnade eines schnellen Todes einbringt. Das wird leider nicht möglich sein. Wegen der Schwere des Verbrechens kommt eigentlich nur das Rad oder die Vierteilung in Betracht. Ketteler schwieg verbittert. Begreift doch, dass er sich in die Notwendigkeit fügen muss. Ob er nun eine halbe Stunde früh oder später vor seinen Herrgott tritt, ist letztlich unerheblich. Ich möchte euch sehen, wenn ihr auf dem Rad liegt, hätte Ketteler am liebsten gesagt. Stattdessen fragte er, wie wollt ihr das Urteil begründen? Gottmann hat den Mord an Nerverete gestanden, im Prinzip jedenfalls. Unfug, er hat die Armbrust mit keinem Wort erwähnt. Ein kleiner Formfehler gewiss, aber die erdrückende Last der Indizien spricht gegen ihn. Timerscheid verschränkte die Arme vor der Brust. Freigraf, ich erwarte, dass ihr euch loyal verhaltet. Ich weiß, dass ihr euer Amt mit Freude ausübt. Ketteler verstand die versteckte Drohung. Was soll ich tun? Gar nichts. Ihr sollt den Mund halten. Richter Tompütte wird dem Rat Bericht erstatten und aufgrund seiner Empfehlung kommen wir dann zu einem Urteil. Der Freigraf fuhr sich mit der Hand übers Gesicht. Ein Moment lang war er entschlossen, sein Amt auf der Stelle niederzulegen. Doch was würde Elisabeth dazu sagen? Wie sollte er seine Familie und die Dienerschaft ernähren, wenn er nicht mehr seinen Freigrafen sollt, kassierte? Euch ist bewusst, dass der Mörder von Nerverete weiterhin frei in Münster herumläuft. Timerscheid macht eine wegwerfende Handbewegung, falls er nicht schon längst über alle Berge ist. Eure Ermittlungen sind im Sande verlaufen. Der Fall ist mausetot. Er klopfte Ketteler auf die Schulter. Freundet euch mit dem Gedanken an, dass wir einen guten Mörder präsentieren können. Und was ist, wenn Klünne dahinter steckt? Dann Gnade uns Gott. Während der Sitzung des Stadtrates, der gleichzeitig als Gericht fungierte, hielt Ketteler den Blick gesenkt. Die wenigen Fragen, die an ihn gerichtet wurden, beantwortete er einsilbig. Das große Wort führte Tompütte. Der Richtherr legte dar, dass Johann Kottmann des Mordes an Katharina Kamps überführt und ihm mit großer Wahrscheinlichkeit auch der Mord an dem Spanier Nerverete zuzuschreiben sei. Den unbekannten Auftraggeber des Mordes an der Hure erwähnte Tompütte nur am Rande. Genauso gut, sagte er, sei es möglich, dass Kottmann die Geschichte erfunden habe, um von seiner Schuld abzulenken. Der Tagelöhner könne die 25 Thaler auch Katharina oder Nerverete gestohlen haben. Der Stadtrat akzeptierte die Darstellung Tompüttes und beauftragte ihn, den Stadtrichter aufzusuchen. Dieser musste nach dem Gesetz dem Gefangenen den Gerichtstag ankündigen. Falls sich der Stadtrichter wegen der juristischen Streitigkeiten zwischen Bischof und Stadtrat wie zu erwarten weigern sollte, wurden die beiden Richtherren Tompütte und Everding ermächtigt, die notwendigen Formalitäten zu erledigen. Der Gerichtstag auf der Galkheide, jenseits des Ludgeritores, würde dann unter ihrem Vorsitz das Urteil verkünden. Erst am Gerichtstag würde der Stadtrat auch das Urteil fällen. Doch schon jetzt ließen die Redner keinen Zweifel daran, dass aufgrund der Schwere des Verbrechens nach Artikel 137 der Halsgerichtsordnung nur die ordentliche Strafe des Rades mit Schleifen und Zangenreißen infrage käme. Elisabeth sah sofort, dass ihrem Mann eine Laus über die Leber gelaufen war. Besorgt erkundigte sie sich, was passiert sei. Politik, sagte er nur, und sein Tonfall klang, als würde er Pest, Cholera und Fleckfieber meinen. Sie verstand, dass es keinen Sinn hatte, weiter in ihn zu dringen. Pater Martin ist bei Anna, erzählte sie. Die Gesichtszüge des Freigrafen wurden weicher. Und was machen die beiden? Als ich das letzte Mal oben lauschte, lasen sie sich gegenseitig Gedichte vor. Zwei verwandte Seelen. Kettler ließ sich schwerfällig auf den Stuhl am Kamin fallen. Ah, jetzt ein Schluck Wein, ergriff nach seiner Tonpfeife. Den ersten Becher Wein leerte Kettler in einem Zug. Dann zündete er die Tonpfeife an und starrte trübe in die Flammen. »Habt ihr Anna ein wenig aufmuntern können?« fragte der Freigraf, als er Martin zur Tür brachte. »Ich glaube, ihr Leiden kommt von einem schweren Kampf, den sie in ihrer Seele austrägt. Nur sie selbst kann sich daraus befreien.« »Ihr redet in Rätseln, Pater.« »Sie wird es euch sagen, wenn es an der Zeit ist.« Kettler nickte. »Dann sehen wir uns heute Abend in der Ratskammer.« Martin schüttelte unwillig den Kopf. »Muss das wirklich sein? Nach all dem, was ihr mir über die Ratssitzung berichtet habt. Mir jedenfalls ist nicht nach einem Friedensballett zumute, nicht im Kreis dieser anmaßenden Menschen.« »Ihr seht das zu verkniffen,« widersprach der Freigraf. »Grade weil alle da sind, brenne ich darauf. Vielleicht kann ich ein paar Worte mit Klünne wechseln und immer ein bisschen auf den Zahn fühlen. Ich habe zwar keinen offiziellen Auftrag mehr, aber niemand kann mich daran hindern, in dem Sumpf zu rühren.« Untertitelung des ZDF, 2020 »Hierke Winschreie« Musik 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 Kapitel 14 Die Ratskammer war eigentlich viel zu klein für die vielen Menschen, die sich in ihr drängten. Hinter den Ratsherren und ihren Frauen wollten die Alderleute und die einflussreichsten Vertreter der Gesamtgilde nicht zurückstehen. Die Franzosen, die das Ballett veranstalteten, hatten zudem ihre Verbündeten eingeladen. Kettler erblickte den schwedischen Residenten Freiherr Schering Rosenhane im Gespräch mit Dr. Rottendorf, in dessen geräumigem Haus er logierte. Auch der Holländer Adrian Pau und etliche Männer mit bräunlicher Haut, die der Freigraf für Portugiesen oder Katalanen hielt, mischten sich unter die Zuschauer. Sogar die beiden Friedensvermittler, der stets schwermütig treibenblickende apostolische Nunzius Fabio Kigi, der den Titel eines Bischofs von Nardo trug, und der korpulente Botschafter der Republik Venedig, Alvise Contarini, waren erschienen. Bis auf die kaiserliche Partei und die mit ihr liierten Mächte hatte sich im Münsterschen Rathaus alles eingefunden, was in der Domstadt Rang und Namen trug. Edelster Zwirn, feinstes Tuch, elegante Kleider und kostbarer Schmuck betörten die Sinne, und über allem lag der betäubende Geruch von schwerem Parfüm. Natürlich ließ es sich die Herzogin von Longueville, die Frau des französischen Prinzipalgesandten, nicht nehmen, als letzte den Saal zu betreten. Hultvoll lächelnd schritt sie durch die Gasse, die sich sofort vor ihr öffnete. Ketteler hatte sie bislang nur von Ferne gesehen. Jetzt, wo ihr damastblaues Kleid seine blanke Wienerten Stiefel streifte, war er ein wenig enttäuscht. Das sollte die vielgerühmte Schönheit sein, die mit ihren feilchenblauen Augen manchem jungen Adeligen am französischen Hof den Kopf verdreht hatte. Geschichten über heiße Liebesaffären und Duelle im Morgengrauen waren ihr nach Westfalen vorausgeeilt. Dabei, fand Ketteler, konnten es viele münsterische Bürgerinnen mit der üppigen Blondine aufnehmen, die ihre Pockennarben unter dicker Schminke verbarg. »Mein Glückwunsch, Freigraf«, sagte eine Stimme mit ausländischem Akzent. Ketteler drehte sich um und schaute in die traurigen Augen Fabio Kiccis. »Wie ich hörte, habt ihr den Mörder des spanischen Edelmannes überführt.« Der Freigraf errötete. »Purer Zufall«, murmelte er beschämt, »der Strolch hat sich selbst verraten.« »Es ehrt euch, dass ihr euer Licht unter den Scheffel stellt«, lobte der Nunzius weiter. »Der Mord hätte sich wie ein Nachtmahr auf den Friedenskongress legen können, jetzt sind die Spanier wieder bereit zu verhandeln.« T.G. entfernte sich und Elisabeth drückte liebevoll den Arm ihres Gatten. »Du siehst, alles wird gut.« »Abwarten«, knurrte Ketteler. Er hatte ihr immer noch nicht eingestanden, wie sehr die Geschehnisse am Morgen seine Ehre verletzten. So etwas wie das Friedensballett hatte man in Münster noch nicht gesehen. Es war nicht zu vergleichen mit den religiösen Szenen der Jesuitendramen und auch nicht mit den frivolen Maskenpossen der Karnevalszeit. Fasziniert und hingerissen verfolgten die Zuschauer die rasche Abfolge von Pantomime, Deklamation, Gesang und Tanz, die von Geigenspiel untermalt war. Dass alle Frauenrollen von Männern gespielt wurden, sorgte für zusätzliche Heiterkeit. Der Frieden erschien in Begleitung seiner beiden Töchter, sang ein Chanson und tanzte mit den Mädchen. Es folgten Bürger und Bürgerinnen, Mägde, ein Wüstling mit zwei Dirnen und ein Trunkenbold, bis schließlich im großen Ballett alle miteinander tanzten. Ketteler verstand herzlich wenig von den französisch gesungenen und deklamierten Texten. Ab und zu ließ er sich von Pater Martin den Inhalt übersetzen. Martin hat im Programmheft geblättert und entdeckt, dass François Auger, der Kaplan des Grafen Davaud, die Chansons verfasst hatte. Er war erstaunt über die Ernsthaftigkeit der Aussagen, die im krassen Gegensatz zu den burlesken Verkleidungen und drolligen Gebärden der Tänzer standen. Beim letzten Chanson, mit dem das Stück endete, musste Martin schmunzeln. Eine Huldigung an die westfälischen Frauen, flüsterte er Ketteler zu, obwohl... Was? Machen die sich über unsere Frauen lustig? Nicht direkt. Eigentlich ist es ein Kompliment, allerdings ein zweischneidiges. Diese Franzosen, zischte Ketteler, bilden sich ein, ihre Frauen wären was Besonderes. Dabei ist mir meine Elisabeth hundertmal lieber, als diese blasierte Herzogin. Ich schätze, in etwa hat Auger das auch gemeint, sagte Martin. Nach der Aufführung ließen die Bürgermeister Platten mit Konfekt reichen. Ketteler schob sein zweites Pralini in den Mund und wartete auf eine günstige Gelegenheit, mit Klünne ins Gespräch zu kommen. Dummerweise unterhielt sich der Aldermann gerade mit Richtherr Tompütte. Euch mundet unsere kleine Aufmerksamkeit? Mit jovialem Lächeln gesellte sich Bürgermeister Timmerscheid zu den Kettelers. Vorzüglich, erwiderte Elisabeth, wo habt ihr diese Köstlichkeiten erstanden? Beim Apotheker Werneking. Er versteht sich darauf, Konfekt nach französischem Rezept herzustellen. Und da glaubt manch einer, Münster sei ein Kuhdorf. Timmerscheid beugte sich zum Freigrafen. Dass ihr gekommen seid, werde ich als Zeichen dafür, dass ihr mir den Vorfall von heute Morgen nicht krumm nehmt. Ihr werdet sehen, wir haben die beste aller Möglichkeiten ergriffen. Ich hoffe, dass ihr recht habt, antwortete Kettel auf rostig. Aber überzeugt habt ihr mich nicht. Ihr seid in eurer Ehre verletzt, Freigraf, das verstehe ich. Auch ich muss in meinem Amt so einiges schlucken, dass mir quer die Kehle hinunter geht. Das bringt die Politik und unsere Verantwortung für die Stadt mit sich. Doch die Zeit heilt alle Wunden. Kettel errang sich eine gemurmelte Zustimmung ab, weil er den Bürgermeister loswerden wollte. Aus den Augenwinkeln sah er, dass sich Klünne von Tompöte verabschiedete. Nachdem er Timmerscheid abgeschüttelt hatte, kreuzte der Freigraf scheinbar zufällig den Weg des Aldermannes. Ach, Herr Klünne, gut, dass ich euch treffe. Ihr schon wieder, Ketteler. Das mürrische Gesicht des großgewachsenen Gildensprechers verfinsterte sich. Ich wüsste nicht, was wir zu besprechen hätten. Ich dachte an unsere letzte Begegnung bei den Niederländern im Krameramtshaus. Wollt ihr mir verraten, was ihr dort gemacht habt? Geht euch das etwas an? Muss ich die Polizei um Erlaubnis fragen, wenn ich unsere niederländischen Freunde besuche? Gewiss nicht. Es sei denn, euer Besuch steht im Zusammenhang mit Straftaten in mein Ressortfallen. Klünne wurde bleich verwut. Das ist ja ungeheuerlich, stammelte er. Wie könnte er es wagen? Ich frage mich, unterbrach in Ketteler ungerührt, ob die Niederländer wirklich so unschuldig sind. Habt ihr eine Erklärung dafür, dass der Tagelöhner Kottmann euren Namen als den des Auftraggebers für den Mord an der Hure Katharina nannte? Klünne streckte seinen dürren Zeigefinger aus. Das wird für euch Folgen haben, Ketteler. Als Sprecher der Gilden kann ich ein solch ungebührliches Verhalten eines städtischen Beamten nicht hinnehmen. Ich habe eine schlichte Frage gestellt, Herr Aldermann, die ich euch weder beantworten kann noch will. Richter Tompütte hat getan, wozu ihr nicht in der Lage wart. Er hat die Ermittlungen zu Ende geführt und dem Mörder ein Geständnis entrissen. Damit ist der Fall für mich erledigt. Besorgte Rufe und spitze Angstschrei in seinem Rücken lenkten Ketteler ab. Er drehte sich um und sah, wie der Kramermeister Wilhelm Eickhaus langsam zu Boden sank. Eickhaus hatte seine Finger in das Kleid einer Frau gekrallt, die panisch kreischend versuchte, dem Griff des Sterbenden zu entkommen. Indes schien der Kramer nicht mehr zu bemerken, was um ihn herum vorging. Seine Augen blickten wirr und weißer Schaum quoll aus seinem Mund. Endlich lösten sich seine Hände. Mit wilden Zuckungen wälzte er sich auf den Boden. Dann lag er still. Die Umstehenden wichen zurück. Nur Dr. Rottendorf und Ketteler beugten sich über den Leblosen. Rottendorf schnüffelte. »Bemerkt ihr, dass es nach Knoblauch riecht?«, fragte er leise. Der Freigraf nickte. Der Arzt wirkte sehr ernst. »Weißes Arsen. Entweder hat sich Eickhaus selbst entleibt oder das Gift befand sich im Konfekt.« Ketteler merkte, wie das Blut aus seinem Kopf stürzte und die Knie weich wurden. »Aber«, er rieb sich den Bauch, »ich habe selber zwei Pralines gegessen.« »Ich auch«, flüsterte Rottendorf zurück, »beten wir, dass der Giftmischer das Arsen nicht gleichmäßig verteilt hat.« Die beiden Männer erhoben sich. In der Ratskammer war das Gespenste still. Alle Anwesenden hatten sich in einem großen Kreis um den Toten versammelt und starrten angstvoll auf den Freigrafen, der den Mund öffnete und mit einer Stimme, die ihm selbst merkwürdig fremd vorkam, zu reden begann. »Verehrte Gäste, aus Vorsichtsgründen muss ich darum bitten, auf den Genuss des Konfekts zu verzichten. Es besteht...« Weiter kam Kettler nicht. Im Ratssaal brach ein unbeschreiblicher Tumult aus. Alle rannten und schrien durcheinander. Frauen wurden ohnmächtig. Männer übergaben sich auf den Parkettboden. Selbst die, die überhaupt kein Konfekt gegessen hatten, fühlten sich plötzlich unwohl. Rottendorf bemühte sich, so gut es ging, um die scheinbaren oder tatsächlichen Opfer. Sprach denen, die über Übelkeit klagten, Trost zu, ließ den Frauen, die ohnmächtig geworden waren, die Kleider lockern und Luft zufächern. War sich jedoch von Minute zu Minute sicherer, dass er es mit den Folgen einer Hysterie und nicht einer Vergiftung zu tun hatte. Nach einer halben Stunde ging es den meisten wieder besser. Außer Eickhaus war niemand getötet worden. Timmerscheid, bleich und sichtlich angeschlagen, ließ sich schwerfällig neben Kettler auf die Seitenbank fallen. »Ich bitte euch nur um eines, Freigraf«, sagte er müde. »Macht diesem Spuk ein Ende. Ihr habt alle Vollmachten.« Kapitel 15 Der Apotheker Werneking, ein blasser Mann mit hängenden Schultern, zitterte wie Espenlaub. Er könne sich nicht erklären, wie das Arsen ins Konfekt gekommen sei. In seinem Labor, das schwöre er bei allen Heiligen, habe niemand Gift gemischt. Natürlich verfüge er aber eine gehörige Menge Arsen, als Arsenik in geringer Dosierung sei es ein beliebtes Kräftigungsmittel. Aber ein Versehen oder eine Verwechslung seien ganz und gar ausgeschlossen. Da lege er auch für seine Gehilfen die Hand ins Feuer, deren Arbeit an den Süßwaren er persönlich überwacht habe. Verzweifelt rang Werneking die Hände und schaute den Freigrafen mit flehenden Hundeaugen an. »Wertet ihr mich jetzt in den Kerker sperren?« »Nein«, sagte Kettler streng, »im Moment vermag ich kein Motiv für den Mord an Meister Eickhaus zu erkennen. Das heißt allerdings nicht, dass ihr von jeglichem Verdacht befreit seid. Gut möglich, dass ich noch einmal auf euch zurückkommen werde.« »Ich stehe jederzeit zu eurer Verfügung«, erbot sich der erbarmungswürdige Apotheker. »Mein sehnlichster Wunsch ist es, dass der Giftmischer so schnell wie möglich gefunden wird. Schaut euch doch um, wie mein Geschäft läuft.« Seine Stimme brach, »nicht einen Kreuzer habe ich heute eingenommen. Keiner kauft mir ein einfaches Pülverchen bei mir.« »Eine Frage habe ich noch«, meldete sich Pater Martin. »Konfekt, wie es gestern Abend im Rathaus gereicht wurde. Habt ihr das in letzter Zeit des Öfteren hergestellt?« »In solchen Mengen nicht.« »Aber in kleineren?« »Nur auf Bestellung, zuletzt für die Kramer-Gilde, die es ihrem Gildensprecher zum 50. Geburtstag geschenkt hat. Aber das«, Werneking stockte, »war ausgerechnet Meister Eickhaus«, führte Kettler den Satz zu Ende. »Zu dumm, dass er den Unterschied nicht geschmeckt hat.« »Seid ihr zu dem gleichen Schluss gekommen wie ich?« fragte Martin, als sie über den Prinzipalmarkt ging. »Jemand hat ein Stück von Eickhaus' Konfekt gestohlen, das Arsen hineingemogelt und ihm gestern Abend die vergiftete Süßigkeit zugespielt. Unwissend ist Eickhaus also an seinem eigenen Geburtstagsgeschenk gestorben.« »Genau.« »Aber wer war dieser jemand?« »Ich habe mich gestern aus dem Trubel herausgehalten. Höfliche Konversation ist meine Sache nicht, und die am Rande sehen mehr als die in der Mitte.« »Spannt mich nicht auf die Folter, Pater«, drohte Kettler. Richter Tompütte hat sich mit Eickhaus unterhalten, ungefähr zur selben Zeit, als ihr mit Aldermann Klünne den heftigen Disput führtet. »Tompütte, Klünne«, murmelte der Freigraf zornig, »immer wieder stößt man auf dieselbe hundsfettische Brut. Wenn wir doch bloß eine Ahnung hätten, welcher teuflische Plan hinter all dem steckt.« »Ich habe nur gesehen, dass Tompütte mit Eickhaus geredet hat, nicht, dass er ihm das Konfekt in die Hand gedrückt hat«, schränkte Martin ein. »Und Kottmann glaubt nur, dass er Klünnes Stimme am Neuwerk gehört hat.« »Wenn wir wenigstens wüssten, was Klünne mit den Niederländern verhandelt hat.« »Habt ihr ihn danach gefragt?« Erkundigte sich der Jesuit. »Ja, und er hat mich behandelt, als hätte er einen aufmüpfigen Lakaien vor sich.« »Trotzdem«, Kettler fasste sich an die Nase. »Ich wäre nicht zwanzig Jahre Freigraf, wenn ich nicht den Schwefelgestank des Verbrechens riechen könnte. Mein Gefühl sagt mir, dass wir auf der richtigen Spur sind. Sobald wir das Motiv gefunden haben, sind die Burschen reif für den Scharfrichter.« »Und wenn nun überhaupt kein Sinn dahinter steckt?« sagte Martin nachdenklich. »Ich meine kein herkömmliches Mordmotiv wie Habsucht, Intrige, Rache oder Eifersucht. Vielleicht haben wir es mit einem Bund zu tun, der Menschen aus erzögerte, rituellen Gründen tötet.« »Ha«, machte der Freigraf, »ist das euer Ernst? Eine geheime Bruderschaft? Ein satanistischer Orden? Gar Hexerei? Warum nicht?« Ketteler glaubte nicht an den Teufel, und er war sich auch nicht sicher, ob es einen Gott gab. Die Verfolgung von angeblichen Hexen und die peinlichen Verhöre der armen Frauen gehörten zu den Pflichten seines Amtes, gegen die er sich am meisten gesträubt hatte. Zum Glück lag die letzte Anschuldigung wegen Hexerei bereits drei Jahre zurück. Andererseits ließ es sich nicht leugnen, dass es Menschen gab, die dem Ziegenfüßigen nachliefen und ihm zu Gefallen zu den absonderlichsten Taten fähig waren. Der ehrgeizige Klünner, ein Anbeter des Leibhaftigen, das passt nicht zusammen. »Täuscht euch nicht, Freigraf, so etwas kommt in den höchsten Kreisen vor.« Die Witwe Eickhaus, ein dickliches Weib mit verquollenen Augen, lag in ihrem Bett und verströmte einen unangenehmen Geruch. »Sie habe ihren Gatten nicht zu dem Friedensballett begleiten können,« berichtete sie mit weinerlicher Stimme, weil ein leichtfertiges Purgieren sie zu mehr als zwanzig schmerzhaften Stuhlgängen gezwungen habe. So sei ihr die Nachricht von seinem Ableben erst in der Nacht überbracht worden, was, wie die Herren verstehen könnten, ihren körperlichen Zustand nicht verbessert habe. Ketteler schnäuzte sich ausgiebig mit dem Taschentuch und hielt sicheren Abstand vom Bett. Nachdem er ihr sein Mitgefühl versichert hatte, fragte er, ob sie jemanden benennen könne, der dem seligen Kramermeister ans Leder wollte. Die Antwort war ein heftiges Schluchzen und die Versicherung, dass ihr Mann keine Feinde gehabt habe. Der Freigraf forschte weiter. »Habt ihr in letzter Zeit etwas Auffälliges bemerkt? Ein Ereignis, das seinen Gemütszustand verändert hat?« Die Witwe stöhnte und ließ einen so lauten Wind fahrend, dass Ketteler und Martin erschrocken zurückwichen. In ihrem Magen tobe ein schrecklicher Kampf, entschuldigte sie sich. Und wenn sie es recht bedenke, sei Wilhelm in den letzten Wochen merkwürdig fahrig gewesen. Er habe ihr aber keinen Grund genannt und sie habe seine Unruhe auf den Umstand zurückgeführt, dass sie in seine Pflichten als Gildensprecher stark in Anspruch genommen hätten. »Welche speziellen Pflichten sie meine, wollte Ketteler wissen.« »Auch da kann ich euch nichts Genaues sagen, Freigraf. Doch noch nie gab es so viele nächtliche Sitzungen im Kreis der Gildensprecher.« Ketteler warf Martin einen Blick zu, bevor er darum bat, die Stube des Meisters einsehen zu dürfen. Die Stube ist stets verschlossen. Die Witwe griff unter das Kopfkissen und zog einen Schlüssel hervor. »Die heutige Dienerschaft ist auch nicht mehr das, was sie früher einmal war. Geht bitte sorgsam mit den Papieren um.« Sie stöhnte erneut. »Willem hat sich immer um alles gekümmert. Warum legt mir der barmherzige Gott nur eine solche Prüfung auf? Könnt ihr mir das sagen, Pater?« Statt eines langen Vortrags über die Erbschuld und die notwendigen Qualen der Prüfung belies es Martin bei einem kurzen Trostwort. Im Moment wünschte er nichts Sehnlicher, als die Stinken der Kammer zu verlassen. Ketteler blieb wie angewurzelt stehen. »Teufelsschlach«, stieß er aus. »Da war schon jemand vor uns am Werke.« Wüst saß in der Stube aus, in der Meister Eickhaus seine Bücher geführt hatte. Die Schubladen der Kommode waren herausgezogen, die Truhen aufgeklappt und die Papiere, die über Tisch und Boden verstreut lagen, flatterten im eiskalten Winter durch das geöffnete Fensterblies. »Begleitet mich doch«, schlug Ketteler vor. »Die besten Gedanken kommen mir beim Reiten, und da ich ohnehin nachsenden muss, können wir unsere Unterhaltung genauso gut auf dem Rücken von zwei Pferden fortsetzen.« Martin blickte skeptisch. »Pferde gehören nicht zu den Kreaturen, mit denen ich mich anfreunden kann. Entweder sie wollen nicht dahin, wohin ich will, oder sie werfen mich kurzerhand ab.« »Nicht meine Rosi. Eine solch lampfromme Stute habt ihr noch nicht zwischen den Schenkeln gehabt.« Der Pater war nicht überzeugt, aber auch er mochte jetzt mit seinen Gedanken nicht allein sein. Die Tatsache, dass ein Einbrecher die Papiere von Eickhaus durchwühlt hatte, ließ nur den Schluss zu, dass sich die gegnerische Seite vor verräterischen Notizen fürchtete. Martin hatte den Eindruck, dass sich die Ereignisse zuspitzten und sie der Lösung schon recht nahe gekommen waren. Der Freigraf befahl Johann, die Pferde zu satteln. Dann führten sie die Tiere aus dem Stall und ritten gemächlich die Lodgeri-Straße hinunter. Durchs Lodgeri-Tor und vorbei an den brachliegenden Feldern und Gärten vor der Stadtmauer kamen sie auf die halbwegs befestigte Straße, die nach Senden führte. Der Schneeregen hatte die Lehmkruste aufgeweicht, schwerfällig trotteten die Pferde durch den Morast. »Eure Satansbruderschaft in Ehren«, knüpfte Kettler an den Gedankenaustausch an, den sie früher am Tag geführt hatten. »Ich bevorzuge eine weltliche Erklärung.« »Dann helft mir auf die Sprünge«, forderte Martin. »Leider weiß ich zu wenig über die Angelegenheiten der Gilden. Was könnte so wichtig sein, dass drei Menschen deswegen sterben mussten?« »Ich bin kein Politiker, sondern nur Polizist«, schränkte der Freigraf ein. »Meine Kenntnisse sind allgemeiner Natur. Aber ihr seid gebürtiger Münsteraner, im Gegensatz zu mir.« »Nun gut, wenn ich es richtig sehe, hat der Einfluss der Gilden in den letzten Jahrzehnten abgenommen. Sie verstanden und verstehen sich traditionell als Kontrollinstanz des Rates. Und tatsächlich haben die Alderleute ja in einigen Fragen ein Vetorecht. Zugleich behaupten die Gilden, für die Gesamtheit der Bürgerschaft zu sprechen, was ihnen zunehmend von den Vertretern der Gemeinheit und der Leihschaften streitig gemacht wird. Nur eine Minderheit der Bürger ist noch in den Gilden organisiert. So stecken die Gilden in einer Zwickmühle. Nicht mehr Volk und auch nicht Regierung. Verteidigen sie ihre althergebrachten Rechte. Andererseits stehen die Gilden voll auf der Seite des Rates, wenn es um Auseinandersetzungen zwischen der Stadt und dem Fürstbischof geht. Denn eines ist klar, die Macht der Gilden wird gänzlich schwinden, falls der Kurfürst, wie er es seit längerem androht, Münster seiner direkten Gewalt unterwirft. Martin dachte nach. Und solange der Friedenskongress andauert, besteht diese Gefahr nicht? Nein, Münster ist für die Dauer des Kongresses zur neutralen Stadt erklärt worden und besitzt alle Vollmachten einer Reichstadt. Dann müsste es das Bestreben der Gilden sein, die Verhandlungen möglichst zu verlängern. Und dafür haben sie in Spanien Navarrete umbringen lassen? Kettler schüttelte den Kopf. Ein reichlich abwegiger Gedanke, findet ihr nicht? Ist das Leben nicht manchmal abwegiger als unsere Gedanken, Freigraf? Meister Alkaus könnte ein Gegner des Planes gewesen sein und so musste er sterben, bevor er die Gelegenheit bekam, sich den Behörden zu offenbaren. Und Katharina? Martin zuckte mit den Schultern. Die passt nicht in das Szenario, gab er zu. Sie erreichten einen dichten Nadelholzwald. Die schwache Wintersonne schickte Lanzen von Licht durch das dunkle Gehölz. Dumpf halten die Hufe der Pferde auf dem federnen Boden. Wir haben einen Begleiter, sagte der Freigraf. Der Pater drehte sich halb um und sah eine schwarz gekleidete Gestalt, die ungefähr 300 Fuß hinter ihnen ritt. Denkt ihr, dass er uns verfolgt? Ich weiß nur, dass er seit einer Viertelstunde hinter uns ist. Kettler öffnete die Satteltasche und zog eine Pistole heraus. Martin spürte, wie ein kalter Schauder seinen Rücken hinunterkroch. Ist die Gegend hier gefährlich? Es kommt gelegentlich zu Überfällen, antwortete Kettler gleichmütig, zumeist von marodierenden Soldaten. Der da aber ist kein Soldat. Plötzlich krachten vor ihnen Schüsse. Sie hörten Schreie von Männern und das Getrappel von Pferden, die durch das Unterholz brachen. Runter, brüllte Kettler. Sie sprangen ab und schlugen sich mit ihren Tieren ins seitliche Gehölz. Schwer atmend lehnte sich der Freigraf gegen einen Baumstamm, die Pistole schussbereit erhoben. Einen Augenblick später stob eine Herde Wildschwein an ihnen vorbei, gefolgt von Reitern, die Flinten schwangen und sich in einer fremden Sprache anfeuerten. Eine Jagdgesellschaft, lachte Kettler erleichtert. Es sind Spanier. Erst jetzt merkte Martin, dass seine Knie zitterten. Zu überraschend hatte ihn die Todesangst gepackt. Weitere Schüsse fielen und dann schlug eine Kugel direkt neben dem Freigrafen in den Baumstamm ein. Teufelswurz und Krötenschleim, entfuhr es Kettler. Wer ist so töricht? Sie schauten in die Richtung, aus der der Schuss gekommen war und sahen, wie der schwarze Reiter davon galoppierte. Seid ihr verletzt? fragte Martin bang. Nein, der Hund hat schlecht gezielt. Die Spanier, die von all dem nichts bemerkt hatten, waren inzwischen weitergezogen. Auch die Wildsau, die unweit der beiden Münsteraner tödlich getroffen verendete, war ihrer Aufmerksamkeit entgangen. Kommt, lasst uns weiter reiten, sagte Kettler, der seine Fassung zurückgewonnen hatte. Die Gefahr scheint vorläufig vorüber. Einen Moment noch, bat der Jesuit. Ich bin sofort zurück. Schnell huschte er zu der Wildsau, die gerade ihr Leben ausröchelte. Kapitel 16 In der Schenke zum wilden Mann hatte sich seit ihrem letzten Besuch nicht viel verändert. Auf dem Boden lag dasselbe dreckige Stroh, die Zecher hatten die gleichen stumpfen Gesichter, und in den Ecken raschelten die Ratten. Vielleicht waren es ein paar Ratten mehr geworden. Was für ein Saustall, dachte Kettler erneut. Ich muss mit den Richtern darüber sprechen. Sie sollen Wismann die Lizenz entziehen und einen Kammerjäger herschicken, der das Loch ausräuchert. Nur am Wirt selbst war eine Veränderung unübersehbar. Zwar wirkten seine Frisuren, seine Kleidung um keinen Deut gepflegter, doch auf seiner rechten Gesichtshälfte prangte ein großer, blau schillernder Bluterguss. Na, Wismann, brummte der Freigraf nicht unfreundlich. Wer hat dich so übel zugerichtet? Der Wirt senkte den Blick. Niemand, ich bin die Treppe hinuntergefallen. Und deine Knochen sind heil geblieben? Ja, zum Glück. Lass mal sehen. Kettler streckte seine Hand aus und drückte Wismanns Kopf nach oben. Sieht mir mehr aus wie ein kräftiger Faustschlag. Was meint Ihr Pater? Ihr habt recht, Freigraf. Man kann beinahe die einzelnen Finger erkennen. Es war Martins Idee gewesen, den Wirt aufzusuchen. Auf dem Ritt zurück nach Münster, bei dem sie von Jagdgesellschaften und schwarzen Reitern unbehelligt geblieben waren, hatten sie weiter nach dem roten Faden gesucht, der die drei Morde an Navarete, Katharina und Eickhaus verbannt. Und da war der Jesuit auf den Gedanken gekommen, dass es vielleicht auch eine Beziehung zwischen Eickhaus und der Hure gegeben hatte. Ihr irrt euch, Wismanns Stimme wurde schrill. Du hast uns schon einmal einen Bären aufgebunden. Kettler ließ die anfangs an den Tag gelegte Freundlichkeit fahren. Mit seiner Statur und den herrischen Gesten ähnelte er einem Fürsten, der seinen Leibeigenen zur Rechenschaft zog. Bis jetzt habe ich dir deine Flunkereien durchgehen lassen, aber irgendwann geht meine Großzügigkeit zur Neige. Kanntest du den Kramermeister Eickhaus? wandte sich Martin an den Wirt. Wismann zuckte zusammen. Nein, nein, damit habe ich nichts zu schaffen. Womit? Mit dem Mord an Eickhaus. Der Freigraf grunzte. Das hat auch niemand angenommen. Der Mörder von Eickhaus gehörte zu den Zuschauern des Friedensballetts im Rathaus. Dort hätte man dich gar nicht hineingelassen. Die Frage lautete anders. Kam der Kramermeister gelegentlich hierher, in deine Schenke? Ich, nein. Komisch. Kettler zwinkerte Martin zu. Dann müssen zwei Zeugen gelogen haben. Beide sind bereit, unter Eid auszusagen, dass sie Eickhaus hier gesehen haben. Das ist nicht wahr, begehrte Wismann auf. Die können ihn nicht gesehen haben. Und warum nicht? Eickhaus kam immer durch die Hintertür. Aha. Der Freigraf grinste selbstgefällig. Zu spät merkte der Wirt, dass er auf einen plumpen Trick hereingefallen war. Verschont mich, Herr Freigraf, die bringen mich um. Wer? Wismann schaute sich fahrig um. Los, da rein! Kettler schob den Verängstigten vor sich her, vorbei an einem schweren Vorhang, hinter dem sich die Küche der Wirtschaft verbarg. Eine Frau, wahrscheinlich Wismanns Eheweib, blickte erschrocken von den Töpfen auf, mit denen sie hantierte. Geh nach oben, Clara, sagte Wismann kraftlos. Nachdem die Frau verschwunden war, pflanzte der Freigraf sein ausladendes Hinterteil auf den Küchentisch. So, jetzt sind wir ungestört. Nutze deine Chance, der Tortur zu entkommen. Der letzte Bursche, der nicht reden wollte, hat gesungen wie ein Vögelchen, noch bevor der Scharfrichter den Bock, die spanischen Stiefel und die Rute an ihm ausprobieren konnte. Wismann gab sich geschlagen. Eickhaus war hier, erzählte er mit heiserer Stimme, an demselben Abend, an dem Katharina mit dem Spanier geturtelt hat. Aufgeregt fragte Martin, sind die beiden in Streit geraten? Ich meine Eickhaus und der Spanier. Nein, Eickhaus kam ja erst später, als der Spanier schon weg war. Ach so, der Jesuit war enttäuscht. Für einen Moment hatte er geglaubt, die Lösung des Rätsels gefunden zu haben. Und dann? Katharina ist auch mit Eickhaus nach oben gegangen. Rede weiter, kommandierte Kettele, als der Wirt erneut stockte. Mehr kann ich euch nicht berichten, hohe Herren. Ungefähr nach einer halben Stunde sind die beiden wieder heruntergekommen. Eickhaus hat sich sofort davon gemacht. Katharina ist noch geblieben und hat einen Becher Wein getrunken. Ich schwöre beim Heiligen Vater und... Ich erinnere mich noch gut an deinen letzten Meineid, knurrte der Freigraf. Wismann fuhr erschrocken zusammen. Aber so war es wirklich. Und warum hast du uns nicht von Anfang an die Wahrheit gesagt? Unbehaglich knetete der Wirt seine Finger. Eickhaus hat mir fünf Teile extra gezahlt. Dafür musste ich ihm das Versprechen geben, niemandem gegenüber seinen Namen zu erwähnen. Kettler nickte. Na schön. Aber irgendjemand muss es erfahren haben. Oder ist das da an deiner Wange ein Liebesgruß deiner Frau? Das waren zwei Schläger. Sie tauchten gestern Abend auf, gerade als ich die Wirtschaft schließen wollte. Sie haben mich bedroht und geschlagen und gesagt, ich solle ja die Klappe halten, besonders euch gegenüber. Andernfalls würden sie mir das Lebenslicht ausblasen. Hast du sie erkannt? Nein, noch nie gesehen, aber jetzt... Wismann zitterte am ganzen Körper. Mach dir nicht in die Hose, sagte der Freigraf großmütig und hob seinen Hintern vom Küchentisch. Wir werden deine Aussage vorläufig für uns behalten. Zumindest so lange, bis wir die Täter gefasst haben. Bringt uns das irgendwie weiter? Fragte Kettler zweifelnd, als sie zur Lüttgen Gasse ritten, um die Pferde in den Stall zurückzubringen. Nun, ich denke, wir müssen unsere Theorien einen Punkt verändern, antwortete Martin. Nicht Navarrete hat Katharina etwas Wichtiges verraten, sondern Eickhaus. Und wie haben die Schweine das herausgefunden? Eickhaus hat doch alles getan, um seine Treffen mit Katharina zu verheimlichen. Vermutlich mussten sie es gar nicht herausfinden. Ich nehme an, Katharina ist mit ihrem Wissen zu ihnen gekommen. Wieso? Fragte der Freigraf begriffsstutzig. Eine kleine Erpressung, versteht ihr? Und das hat sie das Leben gekostet. Kettler pfiff durch die Zähne. Nicht schlecht, Pater. Das erklärt einiges. Aber warum in drei Teufelsnamen ist Navarrete ermordet worden? Sie waren vor dem Haus des Freigrafen angelangt und stiegen von den Pferden. Martin streichelte Rosis Kopf. Sie ist wirklich eine rücksichtsvolle Stute. Er gab Kettler die Zügel. Was Navarrete angeht, da habe ich auch eine Vermutung. Allerdings muss ich zuerst noch etwas überprüfen. Wie lange wird das dauern? Nicht lange. Wenn ich recht habe, bin ich in einer Stunde bei euch. Kettler wusste, dass es keinen Zweck hatte, den Gottesmann zu drängen, wenn dieses geheimnisvolle Lächeln auf seinen Lippen spielte. Es war inzwischen dunkel geworden und er sah die beiden Gestalten erst, als es zu spät war. Außerdem hielt er die Zügel der Pferde in den Händen und die Pistole war in der Satteltasche verstaut. Dass sie es auf sein Leben abgesehen hatten, stand außer Frage. Der eine Angreifer war ganz in schwarz gekleidet, vermutlich der Schütze aus dem Wald zwischen Münster und Sennen. Der andere trug grobe, leinende Gewänder. Zusammen waren sie sich ihrer Sache sehr sicher. Und damit begingen sie einen Fehler, denn man durfte den Freigrafen nicht unterschätzen. In seiner Jugend war Kettler ein großer Kämpfer gewesen, der so manchen Strauß ausgefochten hatte. Und trotz seiner Leibesfülle und der scheinbaren Unbeweglichkeit verfügte er noch immer über Bärenkräfte, die er gezielt einzusetzen wusste. Statt ihn hinterrücks umzubringen, was ihnen zweifellos gelungen wäre, machten sie sich einen Spaß daraus, ihr Opfer zu verhöhnen. Na Dickwanst, damit hast du wohl nicht gerechnet, wie? Der Freigraf hatte seine Überraschung überwunden. Um ehrlich zu sein, ich habe mich gefragt, was hier so nach Scheiße riecht. Holla, ein Dolch blitzte auf, er wird auch noch frech. Bringen wir's hinter uns, sagte der Mann in schwarz. Kettler ließ die Zügel fallen und schob den Rock zur Seite, damit er an das Messer in seinem Gürtel herankam. Doch nun hatte es der, der den Dolch schwang, plötzlich eilig. Mit lautem Gebrüll stürzte er sich auf den Freigrafen. Diesem gelang es gerade noch, einen halben Schritt zur Seite zu treten und den rechten Arm hochzureißen. Der Hieb, der seiner Brust gegolten hatte, wurde abgelenkt. Allerdings hinterließ die Klinge einen heißen Schmerz im Unterarm. Kettler beachtete die Wunde nicht. Mit beiden Händen packte er den verblüfften Angreifer und schleuderte ihn gegen die Stallwand. Dadurch verlor er für einen Moment den zweiten Mann aus den Augen. Als er sich anschließend umblickte, glaubte er, der Schwarze habe sich aus dem Staub gemacht. Die Freude über den schnellen Sieg wehrte indes nur kurz. Etwas raschelte hinter seinem Rücken und dann legte sich auch schon die Schlinge um seinen Hals. Ein unerfahrener Mann hätte versucht, an der Schlinge zu ziehen. Kettler wusste, dass das zwecklos war. Mit dem verletzten Arm riss er das Messer aus dem Gürtel und stach blind links nach hinten. Ein Aufschrei zeigte an, dass er getroffen hatte. Die Schlinge lockerte sich ein wenig, aber nicht genug, um Luft zu bekommen. War das das Ende? Der Freigraf wankte. Er spürte, wie seine Kräfte schwannen. Noch einmal warf er den Arm nach hinten, die Klinge bohrte sich in Fleisch, blieb stecken. Und dann, endlich, wurde das Seil am Hals schlaff. Kalte Luft schoss in seine Lunge, röchelnd taumelte er zur Seite. Der Schwarze floh verletzt, der andere, der sich inzwischen aufgerappelt hatte, zögerte. Schließlich siegte die Angst und er rannte seinem Kumpan hinterher. Herr! Johann eilte mit einer Fackel herbei. Was ist geschehen? Wir hörten Schreie. Wer waren diese Männer? Schweinehunde, gurgelte Kettler. Die wollten mich in die Hölle schicken. Nein, ihr seid ja verletzt! Im Schein der Fackel glänzte der sich rasch vergrößernde Blutfleck auf dem rechten Ärmel. Das ist nichts! Der Freigraf knickte ein und sank auf die Knie. Johann zog ihn wieder hoch und schleppte seinen Herrn ins Haus. Drinnen herrschte große Aufregung. Die beiden kleinen Söhne und die Köchin veranstalteten ein großes Wegeschrei. Elisabeth schickte alle drei in die Küche und bestand darauf, dass sich ihr Gemahl auf das Bett am Kamin legte. Es ist doch nur ein Kratzer, widersprach Kettler. Alles, was ich brauche, ist ein Becher Wein. Aber Elisabeth blieb unnachgiebig und ihr Mann wusste, wann er sich fügen musste. Sie band den Arm ab und versorgte notdürftig die Wunde. Johann war schon unterwegs zu Dr. Rottendorf. Der Freigraf schloss die Augen und genoss das Gefühl, unter den Lebenden zu weilen. Es hatte nicht viel daran gefehlt, dass er mit dem Schnitter ins Reich des Todes gegangen wäre. Und was ihn dort erwartete, darüber wollte er lieber nicht nachdenken. Ein Körper, kaum fleischiger als der Knochenmann, presste sich an seine Brust. Kettler schrak zusammen. Vater, ich danke Gott, dass du lebst. Anna. Tränen der Rührung traten in seine Augen. Ich war so eigensüchtig. Ich habe immer nur an mich gedacht. Wie konnte ich nur so vermessen sein, zu glauben, dass andere keine Nöte und Sorgen haben. Jetzt weiß ich, wie wichtig du mir bist. Ach was. Er streichelte ihren mageren Hals. Das ist ganz natürlich. In deinem Alter war ich genauso. Nein. Das kleine Gesicht verzog sich zu einem Lächeln. Ich bin schlimmer. Darf ich offen zu dir reden? Ja, aber gedulde dich noch eine Weile. Ich muss zuerst ein paar Dinge ordnen, die über Leben und Tod entscheiden. Als Johann und Dr. Rottendorf erschienen, schickte der Freigraf den Diener mit dem Auftrag zu Bürgermeister Timmerscheid, diesen unverzüglich herbeizuholen. Unterdessen stillte der Arzt den Blutfluss, legte Tücher und Tinkturen auf, bevor er den verletzten Arm mit einem dicken Verband fest umwickelte. Kurz darauf betrat ein besorgt aussehender Bürgermeister die Diele. Mit Johanns Hilfe stieg Kettler die Stufen zur Stube hinauf. Dort, hinter verschlossenen Türen, redete er über eine Stunde lang mit Timmerscheid. Als sich der Bürgermeister verabschiedete, wartete bereits Pater Martin. Auch er machte ein bekümmertes Gesicht. Warum gucken alle, als sei ich dem Tode geweiht, beschwerte sich der Freigraf. Ich habe nur einen kleinen Schnitt abbekommen. Zum Glück, es hätte schlimmer ausgehen können. Das hätte es. Was habt ihr bei eurer Nachforschung herausgefunden, Pater? Martin erzählte es ihm. Am Ende lachte Kettler lauthals. Und da haben wir uns die ganze Zeit den Kopf zerbrochen. Dabei war die Lösung doch so einfach. Schon. Martin ließ sich von der Fröhlichkeit seines schwergewichtigen Freundes anstecken. Aber unnütz waren unsere Gedanken nicht, wie er zugeben müsst. Hätten wir sonst den Grund für die beiden anderen Morde finden können? Es wurde still im Haus. Mit einem Becher weinender Hand suchte Kettler Anna. Er fand sie angekleidet in der Uppkammer, in die Lektüre eines Buches versunken. Nun, Tochter, du wolltest mit mir reden. Ja, Vater. Sie legte das Buch zur Seite. Das Gespräch mit Pater Martin neulich hat mir sehr geholfen. Er hat gesagt, dass ich mit mir selbst ins Reine kommen müsse. Dass ich meine Gefühle prüfen solle, um zu einer Entscheidung zu gelangen, hinter der ich mit ganzem Herzen stehen kann. Das habe ich getan. Das freut mich. Der Freigraf nickte aufmunternd. Anna seufzte. Ich dachte, es sei meine Pflicht, Sebastian Kondrup zu heiraten. Mutter und du, ihr beide habt euch so für Sebastian erwärmt. Und ich verstehe auch, dass ihr mich gut versorgen wollt. Kondrups Familie in Osnabrück ist vermögend. Ich würde mir keine Sorgen um die Zukunft machen müssen. Das stimmt, bestätigte Ketteler. Dass ich ihn nicht liebe, schien mir nicht so wichtig. Ketteler verschluckte sich am Wein. Du liebst ihn nicht? Nein, aber auch einige meiner älteren Freundinnen haben Männer geheiratet, die sie nicht lieben. Zuneigung, ja sogar Liebe, könne im Laufe der Jahre entstehen, sagen sie. Wie wahr. Ketteler verrieb den Wein auf seinem Wams. Doch was auf andere zutrifft, muss nicht für mich gelten. Sie vermögen besser, mit ihren Gefühlen umzugehen als ich. Annas Stimme wurde klarer und kräftiger. Ich habe mich entschieden. Ich will Sebastian nicht heiraten. Was? Ich glaube, ich habe mich so sehr gegen diese Verbindung gesträubt, dass ich krank wurde. Lieber gehe ich in ein Kloster, als dass ich einen solch eitlen Gecken- und Wichtigtuer-eheliche. Das darf doch nicht. Der Freigraf lehnte sich zurück und schnaufte. Die Wunde am Arm sandte einen pochenden Schmerz aus. Vater, ist dir nicht gut? Ein kleiner Stich nichts weiter. Er öffnete die Augen und lächelte. Wir werden dich zu nichts zwingen, Anna. Es kommt der Tag, an dem dir der Richtige begegnet. Mach dir keine Sorgen. Sobald meine Arbeit mir dazu die Gelegenheit lässt, werde ich nach Osnabrück reiten und den Kontrups mitteilen, dass wir von der Verlobung Abstand nehmen. Danke, Vater. Und bitte geh nicht ins Kloster, Anna. Mir reicht Pater Martin als geistiger Beistand. Kapitel 17 Der Aldermann Ewert Klünne trat herrisch und ohne jede Spur von Schuldbewusstsein auf. Es sei eine Frechheit, ihn wie einen Verbrecher herbeizuzitieren. Er müsse dies als eine Beleidigung seines Amtes und Affront gegen die Gilden insgesamt ansehen. Zudem hätten Bootmeister in den frühen Morgenstunden auf Anweisung des Freigrafen Ketteler seine Werkstatt durchsucht. Ketteler, der ihm bereits seit geraumer Zeit nachstelle und ihn mit unsinnigen Verdächtigungen traktiere, habe damit das Maß endgültig vollgemacht. Er, Klünne, verlange umgehend die Absetzung des Freigrafen. Sollten sich die Herren Stadträte weigern, würden sie den geballten Missmut der Gilden zu spüren bekommen. Bürgermeister Timmerscheid lauschte den Anwürfen des Aldermanns mit steinerner Miene. Dann blickte er sich in dem kleinen Kreis um, der sich in der Ratskammer eingefunden hatte. Der zweite Bürgermeister, Plönnies, schaute abwartend an die Decke. Die beiden Richtherren Everding und Tompütte, die von Ketteler nicht eingeweiht worden waren, verhielten sich ihrer politischen Einstellung und ihrem Temperament gemäß unterschiedlich. Der gutmütige Everding machte ein halb skeptisches, halb belustigtes Gesicht. Tompütte stand mit hochrotem Kopf an der Seite von Klünne und schoss wütende Blicke auf Ketteler ab, der seinen verletzten Arm in einer Schlinge trug und so treuherzig dreinblickte, als könne er kein Wässerchen trüben. Ich kann dem Aldermann nur beipflichten, polterte Tompütte los. Der Freigraf hat seine Kompetenzen eindeutig überschritten. Zumindest hätte er sich bei mir oder beim Richtherren Everding die Erlaubnis einholen müssen, die ich ihm zweifellos verweigert hätte, fügte er hinzu. Der Freigraf hat die Durchsuchung mit mir abgesprochen, sagte Timmerscheid kühl. Betretenes Schweigen in der Runde. Das wird euch teuer zu stehen kommen, keuchte Klünne. Und was ist bei der Durchsuchung herausgekommen? schnappte Tompütte. Nichts, antwortete Ketteler gelassen. Na also, höhnte der Richtherr. Der Freigraf führt eine Privatfäde gegen den hochgeschätzten Aldermann und... Ketteler schnitt ihm das Wort ab. Meine Brutmeister waren auf der Suche nach zwei Mordbuben, die es gestern Abend auf mein Leben abgesehen hatten. Um ein Haar wäre ihnen dieses Vorhaben auch geglückt. Und was habe ich damit zu tun? begehrte Klünne auf. Einer der beiden hat mich mit seinem Messer verletzt, fuhr Ketteler mit ruhiger Stimme fort. Dabei stand er so dicht vor mir, dass ich sein Gesicht erkennen konnte. Es handelt sich um Christoph Nihus, ein Geselle, der in der Werkstatt von Aldermann-Klünne arbeitet. Na und? übertönte Klünne das aufkommende Raunen. Wenn es so ist, wie ihr sagt, dann gehört Nihus bestraft. Aber ich lehne jede Verantwortung für sein Tun ab. In der Wohnung von Nihus haben die Bootmeister auch den zweiten Mann gefunden, einen gedungenen Mörder, der mich bereits gestern Morgen, als ich von Münster nach Sennen ritt, mit einer Gewehrkugel knapp verfehlt hat. Dieser Mann ist schwer verletzt und wird bald sterben, der Freigraf lächelte grimmig. Sein Fehler war, dass er mich für einen wehrlosen alten Mann gehalten hat. Doch man darf mich nicht unterschätzen. Ich bin weder ein Schwächling, Herr Aldermann, noch ein Trottel, was ihr offenbar annehmt. Klünne kaut an einem Widerwort, schluckt es aber hinunter. Um sein Gewissen zu erleichtern, hat der Schurke ein Geständnis abgelegt. Im Angesicht des Todes hat der Klünne belastet. Ketteler machte eine Pause. Im Ratssaal herrschte eine gespenstische Stille. Nun werdet ihr euch sicher fragen, hohe Herren, warum ich beseitigt werden sollte und welcher Zusammenhang zu den drei Morden besteht, die ich aufzuklären, die Ehre habe. Gestattet mir, dass ich ein wenig aushole. Mit seiner gesunden linken Hand strich sich Ketteler durch den Bad. Genau hier, an dieser Stelle, vor nicht einmal zwei Tagen, ist der Krammermeister Eickhaus einem heimtückischen Giftanschlag zum Opfer gefallen. Wir alle wissen, dass sich das Gift im Konfekt befunden haben muss. Doch ebenso sicher ist, dass nur das Praliné, das Meister Eickhaus gegessen hat, mit weißem Arsen gefüllt war. Den anderen Fall hätte die Süßigkeit Münster seines Stadtrates und der gesamten Obrigkeit beraubt, von unseren französischen Gästen ganz zu schweigen. Nehmen wir also für den Augenblick an, dass der Giftmischer nicht wahllos töten wollte, sondern es gezielt auf Eickhaus abgesehen hatte. Dann stellt sich die Frage, wer das vergiftete Praliné mitgebracht und es Eickhaus zugespielt hat. Der Apotheker Werneking, der das Konfekt für das Friedensballett hergestellt hat, erinnert sich, dass er zuletzt eine Portion im Auftrag der Kramer-Gilde fabriziert hat. Ein Geburtstagsgeschenk, das ausgerechnet Meister Eickhaus überreicht wurde. Natürlich hat Eickhaus die Gabe nicht allein verzehrt, sondern sie auf seiner Geburtstagsfeier herumgereicht. Bei dieser Feier waren auch Aldermann, Klünne und Richtherr Tompütte anwesend. Das ist ja ungeheuerlich, was er da andeutet, empörte sich Tompütte. Eine schlichte Feststellung, Richtherr. Ich habe mich heute Morgen bei der Witwe Eickhaus danach erkundigt. Bemerkenswerter ist die Tatsache, dass ihr der Letzte wart, der sich vor dessen Tod mit Eickhaus unterhalten hat. Worauf wollt ihr eigentlich hinaus, Freigraf? fragte Bürgermeister Plönnies. Nun, Pater Martin und ich, Kettler drehte sich kurz zu Martin um, der sich ganz bescheiden im Hintergrund hielt, haben uns lange die Köpfe darüber zerbrochen, für wen Eickhaus wohl eine Gefahr darstellte. Schließlich, das muss ich unumwunden zugeben, kam mein geistlicher Berater auf die entscheidende Idee, dass wir die ganze Zeit einer falschen Fährte nachgelaufen waren. Bis zu diesem Zeitpunkt waren wir nämlich davon ausgegangen, dass die Verbindung zwischen dem Spanier Navarrete und der Hure Katharina beider tot bewirkt habe, dass, so unsere Annahme, Navarrete Katharina ein Geheimnis verraten habe, welches ihm einen Armbrustfall auf dem Domplatz einbrachte und sie ins nasse Grab führte. Tatsächlich aber war das vom Spanier gekaufte Liebesabenteuer in der Schenke zum wilden Mann völlig unwichtig. Ein anderer Beischlaf dagegen fand viel größerer Bedeutung. Auch Meister Eickhaus hatte ein Täter erzählt mit der Hure, am selben Abend und nach dem Spanier. Ein erneutes Raunen ging durch den Kreis der versammelten Männer. Nicht Navarrete hat Katharina an seinem Geheimwissen teilhaben lassen, fuhr Kettler fort, sondern Meister Eickhaus. Und die Hure hatte nichts Besseres zu tun, als sofort ihre neuen Kenntnisse zu Geld zu machen. Sie versuchte es jedenfalls. Den Erfolg kennt ihr. Von welchem Geheimnis redet ihr? Plönnies wurde ungeduldig. Kommt endlich zur Sache, Freigraf. Sofort, Herr Bürgermeister, wenn gleich auch diese Angelegenheit der Vorrede bedarf. Ich habe das Gefühl, der Freigraf redet um den heißen Brei herum, meldete sich Richter Everding. Wenn es um Anwürfe gegen Anwesende geht, dann duldet die Sache keinen längeren Aufschub. Everding blickte zu Klünne und Tompütte, die steif und mit starren Gesichtern der Rede des Freigrafen folgten. Wohl wahr, gab Kettler zu. Jedoch möchte ich mich nicht dem Vorwurf aussetzen, ich würde unbewiesene Behauptungen ausstoßen. Deshalb fasse ich noch einmal alle Indizien zusammen, die wir gesammelt haben. 1. Der Tagelöhner Kottmann wird von einem Unbekannten beauftragt, die Hure Katharina zu töten und ihren Leichnam im Diebeskäfig am Mauritztor zu verstecken. Kottmann glaubt, die Stimme des Aldermannes Klünne als die des Auftraggebers erkannt zu haben. 2. Kramer-Meister Eickhaus stirbt auf dem Parkett in diesem Saal einen qualvollen Gifttod. Eickhaus, so erzählte uns seine Witwe, wurde in letzter Zeit durch viele nächtliche Gildensitzungen in Anspruch genommen, von denen er unruhig und mit inneren Zweifeln behaftet zurückkam. Offensichtlich war Eickhaus in eine Verschwörung eingeweiht, mit der er sich nicht einverstanden erklären konnte. Doch anstatt sich an die zuständigen Behörden, den Stadtrat oder meine Wenigkeit zu wenden, schüttet er sein Herz ausgerechnet auf dem Liebeslager aus, das er mit einer Hure teilt. Wo bleiben die Beweise frei, Graf? meckerte Tom bitte. Was er uns auftischt, ist eine reine Fabel. Kettler ging nicht darauf ein. 3. Ich werde von einem Gesellen des Aldermannes Klünne angegriffen und verletzt. Der zweite Täter gesteht, dass er von Klünne für den Mord an mich gedungen wurde. Das ist nicht wahr, schrie Klünne. Wovor hat der Aldermann Angst? übertönte der Freigraf den Protest. Welchem Komplott bin ich so nahe gekommen, dass man auch mich beseitigen wollte? Sagt es uns, befahl Bürgermeister Plönnies unwirsch. Kettler schaute Klünne direkt in die Augen. Ich habe heute Morgen noch ein weiteres Gespräch geführt, mit dem holländischen Gesandten Adrian Pau. Pau war sehr ungehalten, als ich ihm von euren Verfehlungen berichtete. Er hat mir versichert, dass er jeglichen Kontakt zu den Gilden abbrechen wird. Die Niederländer stehen zwar nach wie vor zu ihrem Angebot. Doch ab jetzt sind sie nur noch bereit, mit dem Stadtrat und dessen ermächtigte Vertreter zu verhandeln. Das war ein Schuss ins Blaue. Kettler hatte weder mit Pau noch mit einem anderen niederländischen Gesandten geredet. Und tatsächlich war er sich seiner Sache keineswegs so sicher, wie sein selbstbewusstes Auftreten vermuten ließ. Ihr lügt, brüllte Klünne. Die Generalstaaten können gar nicht mit dem Stadtrat verhandeln. Worüber denn, wenn ich fragen darf? Der Stadtrat in seiner Mehrheit, mein Freund Tompütte natürlich ausgenommen, steht doch schon mit einem Bein im Lager des Kurfürsten und des Kaisers. Stück um Stück werden die alten und traditionellen Rechte der freien Stadt Münster aufgegeben. Man muss sich nur ansehen, wie der Stadtrat die papistischen Jesuiten hofiert, die in der von ihnen übernommenen Domschule die Knaben gegen die eigenen Eltern aufstacheln. Nein, vom Stadtrat ist nichts zu erwarten. Nur die Gilden vertreten noch die Sache des Volkes. Aber wir werden dafür sorgen, dass bei der nächsten Stadtratswahl die richtigen Männer gewählt werden. Männer, die dem Fürstbischof die Stirn bieten und sich für eine wahre Unabhängigkeit Münsters einsetzen. Wie der Freigraf gehofft hatte, redete sich der Aldemann in Rage und vergaß alle Vorsicht. Was habt ihr denn mit den Vertretern der Generalstaaten vereinbart? fragte Bürgermeister Timmerscheid lauernd. Wir haben darüber gesprochen, was an dem nicht allzu fernen Tag geschehen wird, an dem Tompütte und ich auf den Bürgermeistersesseln sitzen. Selbstverständlich halten sich die Generalstaaten im Moment zurück. Zunächst wollen sie den Frieden mit Spanien unterzeichnen, der ihre staatliche Souveränität garantiert. Aber der Ratspensionär ist bereit, wohlwollend über meine Vorschläge nachzudenken. Worin genau bestehen eure Pläne? Münster in ein Bündnis mit den Generalstaaten zu führen. Lieber gebe ich den Generalstaaten die ganze Hand als dem Fürsten einen Finger. Nur im Verbund mit den reformierten Niederlanden kann Münster zu neuer Blüte gelangen. Und ihr glaubt, dass der Kurfürst und der Kaiser sich dies aus der Ferne anschauen werden? Was ihr heraufbeschwört, Klünne, ist nicht mehr und nicht weniger als ein offener Krieg. Bevor die Diskussion endgültig zu einer politischen wurde, hackte Kettler schnell ein. Und Meister Eickhaus stand euch wohl im Wege, wie? Eickhaus war ein Hasenfuß, gab Klünne patzig zurück. Und deshalb musste er beseitigt werden? Der Aldermann schwieg. Zu spät begriff er, dass er dem Freigrafen auf den Leim gegangen war. Kettler klatschte in die Hände. Die Tür zur Ratskammer öffnete sich und sechs Bootmeister traten herein. Ihr seid ein Mörder, Klünne, und dafür erhaltet ihr die gerechte Strafe. Das werdet ihr nicht wagen. Die Gilden stehen hinter mir. Es gibt einen Aufruhr in der Stadt, das verspreche ich euch. Den wird es nicht geben, sagte Bürgermeister Timmerscheid. Ich habe den Stadtkommandanten de Romand informiert, und er hat seine Truppen in Alarmbereitschaft versetzt. Doch in Anbetracht eures Amtes lasse ich euch die Wahl. Entweder ihr unterzieht euch einem Gerichtsprozess, oder ihr verlasst die Stadt innerhalb von 24 Stunden. Das gleiche gilt für den Richter an Tompütte. Klünne und Tompütte sahen sich an. Das werdet ihr bereuen, knirschte Klünne. Vielleicht, antwortete Timmerscheid gleichmütig. Nun gut, wir gehen. Aber eines Tages werden wir zurückkommen. Nachdem die beiden Männer eskortiert von den Bootmeistern die Ratskammer verlassen hatten, schüttelten die Verbliebenen ihre Überraschung ab. Teufelschlag, murmelte Richter Eberding. Das hätte ich dem Tompütte nicht zugetraut. Was ich immer noch nicht verstehe, wandte sich Bürgermeister Plönnies an den Freigrafen. Wer hat denn nun diesen Spanier, mit dem alles angefangen hat, auf dem Gewissen? Ketteler lächelte. Das wird uns jetzt Pater Martin sagen. Mit einer Handbewegung bat er den Jesuiten nach vorne. Martin zog einen Armbrustfeil aus der Tasche und hielt ihn hoch. Der Zufall hat mich zur Lösung des Rätsels geführt. Diesen Pfeil hier habe ich im Turm des Paulusdomes gefunden. Der Mörder von Senio Navarrete hat ihn verloren, als er auf sein Opfer schoss. Und nun? Martin brachte einen weiteren Pfeil zum Vorschein, der dem ersten vollkommen glich, betrachtet die verblüffende Ähnlichkeit. Beide Pfeile haben sogar an derselben Stelle eine Einkerbung, wie sie von Jägern gemacht wird, um die eigenen Pfeile zweifelsfrei wiederzuerkennen. Der zweite Pfeil steckte in einer Wildsau, die im Wald zwischen Münster und Senden verendete. Abgeschossen wurde er von einem Teilnehmer einer spanischen Jagdgesellschaft, die eine Herde Wildschweine hetzte. Damit ist eindeutig erwiesen, dass es sich bei dem Mörder von Senio Navarrete um einen Spanier handelt. Eine Viertelstunde später standen nur noch Bürgermeister Timmerscheidt, der Freigraf und Pater Martin in der Ratskammer. »Was werdet ihr jetzt tun?«, fragte Timmerscheidt. »Ich denke, wir werden im Grafen Peñaranda einen Besuch abstatten«, sagte Kettler. »Alles Weitere liegt bei ihm. Der Mord fällt nicht in die Jurisdiktion der Stadt.« »Das ist vernünftig«, nickte der Bürgermeister. »Ach, übrigens, habt ihr von der Aussage des Mannes, der Klünne belastet hat, ein Protokoll anfertigen lassen?« »Ich meine den Kumpan von Niehus, den ihr mit dem Messer gekitzelt habt.« »Ich sollte die Aussage zu den Akten nehmen, für alle Fälle. Ansonsten haben wir ja nicht viel gegen Klün in der Hand. »Welche Aussage?«, fragte Kettler scheinheilig. »Ihr sagte doch, er habe ein Geständnis abgelegt.« »Da müsst ihr euch verhört haben. Dummerweise habe ich in der Aufregung ein wenig zu heftig zugestochen. Der Mann war schon tot, als meine Bootmeister ihn fanden.« Kapitel 18 Im Audienzsaal des Observantenklosters war es so eisig, dass man den Atem der Anwesenden sehen konnte. Graf Peñaranda erschien am meisten unter der Kälte zu leiden. Mit gelblicher Gesichtsfarbe und müden Augen presste er sich in eine Ecke des erhöhten Baldachinsessels, während er die Hände, nachdem er den Freigrafen und Pater Martin begrüßt hatte, rasch wieder unter der Pelzdecke versteckte, die auf seinen Knien lag. »Bringt ihr mir frohe Kunde?«, übersetzte der junge Mann an seiner Seite. »Erfahren die gramgebeugte Witwe und die spanische Residenz die Genugtuung, dass der Mörder von Señor Navarrete gefasst ist?« Ketteler verbeugte sich. »Ich fürchte, dass die Kunde, die ich euch bringe, euch nicht vorstimmen wird, Exzellenz. Und, um ehrlich zu sein, bezweifle ich auch, dass die Witwe von Señor Navarrete tatsächlich so gramerfüllt ist, wie ihr annehmt.« Peñaranda zog seine dünnen Augenbrauen nach oben. »Wie könnte er es wagen, die Gefühle einer spanischen Edelfrau in Zweifel zu ziehen?« »Bevor ich eure Frage beantworte, lasst mich zunächst eine Gegenfrage stellen. Befindet sich in eurem Gefolge ein ausgezeichneter Armbrustschütze?« Der Graf tuschelte kurz mit dem Übersetzer. »Es gibt mehrere gute Armbrustschützen in der spanischen Residenz,« meldete der junge Mann. Ketteler präsentierte die beiden Armbrustpfeile. »Und welcher von ihnen benutzt diese Pfeile?« Der Übersetzer nahm die Geschosse in Augenschein, erneut folgte eine Unterhaltung im Flüsterton mit dem Grafen. »Woher habt ihr die Pfeile?«, fragte Peñaranda. Der Freigraf erzählte es ihm. Eine ganze Weile sagte der Gesandte der spanischen Krone kein Wort. Ja, er rührte sich nicht einmal. Wäre nicht hin und wieder eine dünne weiße Atemfahne aus seiner Nase gekommen, die beiden Besucher hätten befürchten müssen, der Graf sei erfroren oder an Herzversagen gestorben. Endlich öffnete Peñaranda die Augen. Mit kraftloser Stimme sagte er einen einzigen Satz. Der junge Mann starrte ihn mit offenem Mund an und vergaß das Übersetzen. Pater Martin sprang für ihn ein. »Es handelt sich um Senor de Fonseca.« Dann beugte sich der Graf zu dem Übersetzer und gab ihm einen Befehl. Keine zehn Minuten später standen Senor de Fonseca und die Witwe Navarete im Audienzsaal. Peñaranda bat den Freigrafen, de Fonseca die Pfeile zu zeigen und die Geschichte ihrer Auffindung zu wiederholen. Nachdem Kettler geendet hatte, nickte de Fonseca stumm. Senora Navarete stieß einen Schrei aus. Ihre Hände tasteten in dem kahlen Raum nach einem Halt. Pater Martin reagierte als erster, behutsam schob er die Entgeisterte auf einen Stuhl. In der Zwischenzeit war de Fonseca vor dem Condé auf die Knie gesunken. Mit monotoner, aber fester Stimme legte er ein Geständnis ab. Flüsternd übersetzte Martin für den Freigrafen. Er sagte, er habe Navarete aus Liebe zu der Frau getötet, die er seit langem verehre. Navarete sei dieser Frau nicht würdig gewesen. Immer wieder habe er ihre Ehre verletzt, sie beleidigt und in den Schmutz gezogen. Er, de Fonseca, habe nicht länger mit ansehen können, wie sich Navarete in den Schenken herumgetrieben und sich mit Huren und anderen Frauen vergnügt habe, während die hochwohlgeborene und ehrenwerte Senora die Qualen seiner Launen ertragen musste. De Fonseca stockte kurz, dann redete er weiter. Er sagt, er lege sein Leben in die Hände des Grafen. Ohne zu murren nehme er jede Strafe auf sich, da er bis zum letzten Atemzug nicht bereuen könne, Navarete dorthin geschickt zu haben, wo er hingehöre. In die Hölle. Kettele und Martin schritten zum Prinzipalmarkt hinauf. Ein Seiltänzer hatte vom Turm der Lambertikirche bis zum Südturm des Paulusdomes ein Seil gespannt. Eine große Volksmenge versammelte sich unter dem Seil und starrte gebannt nach oben. Ich bin euch zu großem Dank verpflichtet, Pater, sagte der Freigraf. Ich glaube, ohne euren Rat hätte ich diesen Fall nie gelöst. Es war Zufall und Gottes Hilfe, meinte Martin bescheiden. Und ihr wisst ja leider nur zu genau, wie gern ich die ausgetretenen Pfade des Paulinums verlasse, obwohl ich jetzt mit meinen Schülern ein großes Pensum nachzuholen habe. Der Rektor war sehr ungehalten heute Morgen. Der Seiltänzer machte den ersten Schritt auf Seil, die Zuschauer hielten die Luft an. Kettler stöhnte. Und ich muss nach Osnabrück. Denn Kondrups klar machen, dass Anna ihren Sebastian nicht heiraten will. Ein anständiger Mordfall wäre mir lieber. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017